Kapitel 1 von Kandid oder Die Beste Welt Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kandid oder Die Beste Welt von Voltaire Übersetzt von Adolf Ellissen Erstes Kapitel Wie Kandid in einem schönen Schlosse erzogen wurde und wie man ihn von Dannen jagte. Im Schlosse des Freiherrn von Tundertentronk in Westfalen lebte um die Mitte des 18. Jahrhunderts ein junger Bursche, der von Natur die Sanftmut selbst war. Seine Gesichtszüge waren der Spiegel seiner Seele. Er besaß eine ziemlich richtige Urteilskraft und ein Gemüt ohne Arg und Falsch. Aus diesem Grunde vermutlich nannte man ihn Kandid. Die Eltern Bedienten des Hauses hatten ihn in starkem Verdacht, der Sohn einer Schwester des Freiherrn und eines braven, ehrenwerten Edelmannes aus der Nachbarschaft zu sein, Zur Vermählung, mit welchem sich das Fräulein nicht hatte entschließen können, weil er nur einundsiebenzig Ahnen aufzuweisen vermochte und die Wurzel seines Stammbaums durch den zerstörenden Zahn der Zeit verloren gegangen war. Der Freiherr war einer der ansehnlichsten Landedelleute Westfalens, denn sein Schloss war mit Torweg und Fenstern versehen. Ja, den großen Saal zierte sogar eine Tapete. Alle Hunde seines Viehhofes machten im Notfall eine Meute aus. Die Stallknechte waren seine Bereiter, der Dorfpastor war sein Großalmosenier. Sie nannten ihn alle »Gnädiger Herr« und lachten, wenn er Anekdoten erzählte. Die gnädige Frau, die etwa dreihundertfünfzig Pfund wog, hatte sich dadurch in hohes Ansehen gesetzt und machte bei Gelegenheit die gnädige Wirtin mit einer Würde, wodurch sie noch größere Ehrfurcht einflößte. Ihre siebzehnjährige Tochter Kunigunde war ein frisches, üppiges, rotwangiges, reizendes Kind. Der Sohn des Freiherrn schien in allen Stücken seines Papas würdig. Der Hauslehrer Pangloss war das Orakel des Hauses, und der kleine Kandid hörte auf seinen Unterricht mit der treuherzigen Leichtgläubigkeit, die sein Alter und seine Gemütsart mit sich brachte. Pangloss lehrte die Metaphysico-Theologo-Kosmonarologie. Er bewies auf unübertreffliche Weise, daß es keine Wirkung ohne Ursache gebe, und daß in dieser besten aller möglichen Welten das Schloss des gnädigen Herrn, das beste aller möglichen Schlösser und die gnädige Frau, die beste aller möglichen gnädigen Freifrauen sei. Es ist erwiesen, sagte er, daß die Dinge nicht anders sein können. Denn da alles zu einem Zweck geschaffen worden, ist alles notwendigerweise zum denkbar besten Zweck in der Welt. Bemerken Sie wohl, daß die Nasen geschaffen wurden, um den Brillen als Unterlage zu dienen, und so tragen wir denn auch Brillen. Die Beine sind augenscheinlich so eingerichtet, daß man Strümpfe darüber ziehen kann, und richtig tragen wir Strümpfe. Die Steine wurden gebildet, um behauen zu werden und Schlösser daraus zu bauen, und so hat denn auch der gnädige Herr ein prachtvolles Schloss. Der größte Freiherr im ganzen westfälischen Kreise mußte natürlich am besten wohnen. Und da die Schweine geschaffen wurden, um gegessen zu werden, essen wir Schweinefleisch ja aus, ja ein. Folglich sagen die, welche bloß zugeben, daß alles gut sei, eine Dummheit. Sie mußten sagen, daß nichts in der Welt besser sein kann, als es der Malen ist. Kandid hörte aufmerksam zu und glaubte in seiner Unschuld alles. Denn er fand Fräulein Kunigunden äußerst reizend, obgleich er sich nie erdreistete, es ihr zu sagen. Er hielt es, nächst dem Glücke, als Freiherr von Tundertentronk geboren zu sein, für die zweite Stufe der Glückseligkeit Fräulein Kunigunde zu sein, für die dritte, sie alle Tage zu sehen, und für die vierte, der Weisheit des Magister Pangloss lauschen zu dürfen, des größten Philosophen Westfalens und folglich der ganzen Erde. Eines Tages lustwandelte Kunigunde in einem kleinen Gehölz in der Nähe des Schlosses, das man den Park nannte, da erblickte sie im Gebüsch den Doktor Pangloss, als er gerade der Kammerjungfer ihrer Mutter, einer kleinen, sehr hübschen und gelehrigen Brünette, Privatunterricht in der Experimentalphysik erteilte. Da Fräulein Kunigunde sehr wißbegierig war, beobachtete sie, mit angehaltenem Atem, die wiederholten Experimente, die vor ihren Augen vorgenommen wurden. Sie sah deutlich die Ratiosuffizienz des Doktors, die Wirkungen und die Ursachen. Auf dem Heimwege war sie höchst aufgeregt, tiefsinnig und voll des Verlangens, ihre Kenntnisse zu bereichern, wobei sie sich dachte, daß sie wohl die Ratiosuffizienz des jungen Kandid und er die ihrige vorstellen könnte. Als sie zum Schlosse zurückkam, begegnete sie ihm und errötete. Kandid errötete gleichfalls. Sie begrüßte ihn mit unsicherer Stimme, und Kandid sprach mit ihr, ohne zu wissen, was er sagte. Am folgenden Tage, nach dem Mittagessen, als man eben vom Tisch aufstand, trafen Kunigunde und Kandid sich zufällig hinter einer spanischen Wand. Kunigunde ließ ihr Taschentuch fallen, Kandid hob es auf, sie faßte ihn in ihrer Unschuld bei der Hand. Der junge Mensch küßte in seiner Unschuld die Hand des jungen Fräuleins mit einer Lebhaftigkeit, einem Feuer der Empfindung, einer Anmut, die ihm bis dahin fremd war. Ihre Lippen begegneten sich, ihre Augen glühten, ihre Knie zitterten, ihre Hände verirrten sich. In diesem Augenblick ging der Freiherr von Tundertentronk an der spanischen Wand vorüber, und da er jene Ursache und jene Wirkung sah, jagte er unseren Kandid mit derben Fußtritten zum Schlosse hinaus. Kunigunde fiel in Ohnmacht. Mit Ohrfeigen brachte die gnädige Frau Mama sie wieder zu sich selbst, und allgemeine Bestürzung herrschte in dem schönsten und angenehmsten aller möglichen Schlösser. Ende von Kapitel 1 Kapitel 2 von Kandid oder die Beste Welt Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Kandid oder die Beste Welt von Voltaire Übersetzt von Adolf Ellison Zweites Kapitel Wie es Kandid bei den Bulgaren erging Aus dem irdischen Paradiese verjagt, wanderte Kandid eine Zeit lang fort, ohne zu wissen, wohin, indem er seine tränenvollen Augen zum Himmel emporrichtete, noch öfter aber sie nach dem Schönsten der Schlösser zurückwandte, wo das reizendste Freifräulein weilte. Ohne zu Nacht gespeist zu haben, legte er sich bei heftigem Schneegestöber auf offenem Felde zwischen zwei Furchen nieder. Ganz erstarrt schleppte er sich den folgenden Tag nach dem benachbarten Flecken Waldberg-Hof-Trarb-Dickdorf und blieb, da er kein Geld hatte, halbtot vor Hunger und Müdigkeit und höchst niedergeschlagen an der Tür eines Wirtshauses stehen. Zwei blau gekleidete Männer bemerken ihn. »Kamerad«, sprach der eine zum anderen, »seht doch den hübschen, stattlichen Burschen dort! Er wird die erforderliche Länge haben!« Sie gingen auf Kandid zu und baten ihn sehr höflich, mit ihnen zu speisen. »Meine Herren«, erwiderte Kandid mit liebenswürdiger Bescheidenheit, »Sie erzeigen mir viel Ehre, allein ich habe nichts, um meine Zeche zu bezahlen.« »Ei, lieber Herr«, entgegnete ihm einer der Blauen, »Leute von Ihrem Äußeren und Ihrem Verdienste bezahlen nie etwas. Messen Sie nicht fünf Fuß, fünf Zoll rheinisch?« »Allerdings, meine Herren, das ist genau mein Maß«, sprach Kandid mit einer Verbeugung. »Vortrefflich, lieber Freund! Setzen Sie sich zu Tisch! Wir werden Sie nicht bloß frei halten, sondern auch nimmer dulden, daß es einem Manne wie Ihnen an Gelde fehlt. Die Menschen sind ja dazu in der Welt, sich einander beizustehen.« »Sie haben recht«, sprach Kandid, »das hat Dr. Pangloss mir immer gesagt, und ich sehe wohl, daß alles aufs Beste angeordnet ist.« Man bittet ihn, einige Thaler anzunehmen. Er nimmt sie und will einen Schein darüber ausstellen. Allein das gibt man nicht zu. Man setzt sich zu Tisch. »Lieben Sie nicht zärtlich?« »Ach, jawohl«, erwiderte er, »ich liebe Fräulein Kunigunden zärtlich.« »Nein«, fällt einer der beiden Herren ihm ins Wort, »wir fragen, ob Sie den König der Bulgaren nicht zärtlich lieben.« »Durchaus nicht«, entgegnete er, »ich habe ihn in meinem Leben nicht gesehen.« »Wie! Es gibt keinen charmanteren König in der Welt. Wir müssen einmal auf seine Gesundheit trinken.« »Oh, mit dem größten Vergnügen, meine Herren!« Und er trinkt. »So das genügt«, heißt es darauf. »Jetzt sind Sie die Stütze, der Stab, der Verteidiger, der Held der Bulgaren. Ihr Glück ist gemacht, Ihr Rom fest begründet!« Ohne weitere Umstände wird er an Händen und Füßen geschlossen und so zum Regiment transportiert. Hier heißt es, »Schwenkt euch rechts, schwenkt euch links, schultert's Gewehr, Gewehr beim Fuß, legt an, Feuer, Dublier, Tritt, Marsch!« Und man gibt ihm dreißig Stockprügel. Den andern Tag exerziert er nicht ganz so schlecht und empfängt nur zwanzig Hiebe. Den dritten Tag bekommt er nur zehn und wird von seinen Kameraden wie ein Wundertier angestaunt. Ganz betäubt, wie er war, konnte Kandid noch immer nicht recht begreifen, wie er dazu gekommen, ein Held zu werden. An einem schönen Frühlingsmorgen fiel es ihm ein, einen Spaziergang zu machen. Ganz arglos ging er der Nase nach, da er es für ein Privilegium der menschlichen wie der tierischen Gattung hielt, sich der eigenen Beine nach Belieben zu bedienen. Er hatte aber noch keine zwei Stunden Weges zurückgelegt, als plötzlich vier andere sechs Fuß lange Helden ihn einholen, binden und ins Gefängnis schleppen. Man fragte ihn von Rechts wegen, was er lieber wolle, sechsunddreißig Mal durch das ganze Regiment Spießruten laufen oder sich auf einmal zwölf bleierne Kugeln durchs Hirn jagen lassen. Es half ihm nichts, daß er sich auf die Freiheit des Willens berief und erklärte, er wolle weder das eine noch das andere. Er mußte eine Wahl treffen, und, Kraft des göttlichen Geschenks, das man Freiheit nennt, entschloss er sich, sechsunddreißig Mal Spießruten zu laufen. Zweimal hielt er die Promenade aus. Das Regiment bestand aus zweitausend Mann, er empfing demnach zweitausend Spießrutenstreiche, die ihm vom Genick bis zum Kreuzbein alle Muskeln und Nerven bloßlegten. Als man zum dritten Gang schreiten wollte, konnte Kandid nicht weiter und bat, man möge die Gnade haben, ihm den Hirnkasten zu zerschmettern. Diese Vergünstigung wurde ihm bewilligt. Man verbindet ihm die Augen und läßt ihn niederknien. In diesem Augenblick kommt der König der Bulgaren vorüber. Er erkundigt sich nach dem Verbrechen des armen Sünders, und da dieser König ein großes Genie war, wurde ihm aus allem, was er über Kandid erfuhr, klar, dass derselbe ein junger Metaphysiker in den Angelegenheiten dieser Welt aber sehr unerfahren sei, und mit einer Huld und Milde, die alle Zeitungen und alle Jahrhunderte nicht genug preisen können, begnadigte er ihn. Ein tüchtiger Feldscher heilte Kandid in drei Wochen mit erweichenden Aufschlägen nach der Vorschrift des Dios Korides. Er hatte schon wieder ein wenig Haut und konnte marschieren, als der König der Bulgaren, dem Könige der Avaren. Kapitel 3 von Kandid oder die beste Welt Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Kandid oder die beste Welt von Voltaire Übersetzt von Adolf Ellis Drittes Kapitel Wie Kandid aus den Händen der Bulgaren entkam und was weiter aus ihm wurde. Nichts in der Welt war so schön, so zierlich, so glänzend, so wohlgeordnet wie die beiden Heere. Der Zusammenklang der Trommeln und Pfeifen, Trompeten, Hoboen, Mörser und Kanonen bildete eine Harmonie, wie man sie in der Hölle nicht besser wünschen kann. Das schwere Geschütz raffte gleich im Anfang der Schlacht etwa sechstausend Mann auf jeder Seite hinweg. So dann beseitigte das Kleingewehrfeuer noch ungefähr neun bis zehntausend Schurken aus der besten Welt, deren Oberfläche sie vergifteten. Das Bajonett war gleichfalls der zureichende Grund, Ratio Suffizienz, des Todes von einigen tausend Menschen. Im Ganzen mochte sich die Zahl der Gefallenen auf dreißigtausend Seelen belaufen. Kandid zitterte wie ein Philosoph und versteckte sich während der heldenhaften Metzelei so gut er konnte. Endlich, während jeder der beiden Könige in seinem Lager das Tedeum singen ließ, faßte er den klugen Entschluß, sich aus dem Staube zu machen und anderswo über Ursache und Wirkung zu philosophieren. Überhaufen von Toten und Sterbenden führte ihn sein Weg in ein benachbartes Dorf. Es lag in Asche. Es war ein avarisches Dorf, das die Bulgaren nach den Gesetzen des Völkerrechts in Brand gesteckt hatten. Hier sahen Greise von hundert Stichen durchbohrt, wie ihre erwürgten Weiber, die sterbenden Kinder an den blutigen Brüsten, sich in Todeszuckungen wanden. Dort hauchten Mädchen, denen man den Leib aufgeschlitzt, nachdem sie die natürlichen Bedürfnisse einiger Helden gestillt hatten, ihre letzten Seufzer aus. Andere, die halb verbrannt waren, flehten winselnd, man möge ihnen den Gnadenstoß geben. Zerschmetterte Hirnschalen lagen in buntem Gemisch mit abgehauenen Armen und Beinen auf dem Boden umher. Kandid floh, so schnell er konnte, in ein anderes Dorf. Es gehörte den Bulgaren, und die avarischen Helden hatten darin nicht schlechter gehaust. Eine graume Strecke weit mußte Kandid über zuckende Menschenglieder und durch Schutt und Trümmer sich Bahn machen, bis er endlich mit einigem Mundvorrat im Tornister und Fräulein Kunigundens Andenken im Herzen die Grenzen des Kriegsschauplatzes hinter sich hatte. Sein Vorrat ging ihm aus, als er nach Holland kam. Da er indessen gehört hatte, daß es hier nur reiche Leute gebe, und daß es ein christliches Land sei, zweifelte er nicht, man werde ihn so gut behandeln, wie einst im freiherrlichen Schlosse, ehe er wegen Fräulein Kunigundens schönen Augen fortgejagt wurde. Er sprach verschiedene Leute von ehrenfestem Ansehen um Almosen an, doch alle bedeuteten ihm, wenn er dies Gewerbe ferner treibe, werde man ihn in ein Zuchthaus sperren, um ihn Lebensart zu lehren. Er wandte sich hierauf an einen Mann, der in einer großen Versammlung eine Stunde lang ganz allein über die christliche Nächstenliebe gesprochen hatte. Der Redner sah ihn über die Achseln an und fragte, »Was wollt ihr hier? Seid ihr hier für die gute Sache, Burla Bonkose?« »Es gibt keine Wirkung ohne Ursache, sans Kose«, erwiderte Kandid bescheiden. »Alles steht miteinander in notwendiger Verkettung und ist aufs Beste geordnet. Ich mußte aus Fräulein Kunigundens Nähe fortgejagt werden, mußte Spießruten laufen und muß jetzt mein Brot betteln, bis ich es verdienen kann. Dies alles konnte nur so und nicht anders kommen.« »Mein Freund«, fragte der Redner weiter, »glaubt ihr, daß der Papst der Antichrist sei?« »Ich habe noch nichts davon gehört«, antwortete Candide. »Doch mag er es sein oder nicht? Ich habe kein Brot.« »Du verdienst keins zu essen«, fuhr jener ihn an. »Fortschurke! Pack dich, elender Wicht! Komm mir nie wieder unter die Augen!« Die Frau Die Frau Redners sah eben zum Fenster hinaus, und da sie einen Menschen gewahrte, der noch zweifelte, ob der Papst der Antichrist sei, begoss sie ihn von oben bis unten mit einem vollen »Gerechter Himmel!« Wie weit geht doch der Religionseifer bei den Damen!« Ein Mensch, der nicht getauft war, ein ehrlicher Widertäufer namens Jakob, war Augenzeuge der grausamen und schimpflichen Behandlung, die man einem seiner Brüder, einem zweifüßigen Wesen ohne Federn, das eine Seele hatte, angedeihen ließ. Er nahm ihn mit in sein Haus, reinigte ihn, gab ihm Brot und Bier, schenkte ihm überdies zwei Gulden, und wollte ihn sogar in seinen Manufakturen persischer Seidenstoffe, die in Holland fabriziert werden, als Lehrling annehmen. Kandid warf sich ihm beinahe zu Füßen, indem er ausrief, »Meister Pangloss hatte doch Recht, wenn er sagte, daß alles in dieser Welt aufs Beste bestellt ist, denn ihre außerordentliche Großmut rührt mich unendlich mehr, als die Härte jenes Herrn im schwarzen Mantel und seiner Frau Gemahlin. Den anderen Tag begegnete er auf dem Spaziergange einem Bettler, voller Eiterbeulen, mit toten Augen, zerfressener Nasenspitze, schiefgezogenem Munde und schwarzen Zähnen, der durch die Kehle sprach, von einem heftigen Husten geplagt war, und, so oft ihn derselbe Befiel, einen Zähnen. Kapitel 4 von Kandid oder Die Beste der Welten Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Kandid oder Die Beste Welt von Voltaire Übersetzt von Adolf Ellison Viertes Kapitel Wie Kandid seinem alten Lehrer in der Philosophie, dem Doktor Pangloss, begegnete und was weiter geschah. Kandid, bei dem das Mitleid über den Abscheu die Oberhand gewann, gab dem scheußlichen Bettler die beiden Gulden, die er von dem braven Wiedertäufer erhalten hatte. Das Gespenst faßte ihn scharf ins Auge, brach in Tränen aus und fiel ihm um den Hals. Kandid fährt entsetzt zurück. Ach, spricht der eine Elende zum anderen Elenden, ach, so kennst du deinen lieben Pangloss nicht mehr? Was höre ich? Sie, mein teurer Lehrer, Sie, in diesem schauderhaften Zustande? Welches Unglück hat sie denn betroffen? Warum sind sie nicht mehr im schönsten der Schlösser? Was ist aus Fräulein Kunigunden geworden, aus ihr, der Perle der Mädchen, dem Meisterwerke der Natur? Ich kann nicht mehr, sprach Pangloss. Ohne Verzug führte Kandid ihn in den Stall des Wiedertäufers, wo er ihn etwas Brot zu sich nehmen ließ. Als Pangloss sich ein wenig gesammelt hatte, wiederholte er seine Frage. »Nun, Kunigunde?« »Sie ist tot«, erwiderte zum Bewusstsein. Kandid schlägt die Augen auf. »Kunigunde!« »Tot!« »Oh, beste Welt!« »Wo bleibst du?« »Aber an welcher Krankheit ist sie gestorben?« »Aus Schmerz vielleicht, weil sie sehen mußte, wie mich ihr Herr Vater mit furchtbaren Fußtritten aus seinem schönen Schlosse fortjagte?« »Das nicht«, erwiderte Pangloss. »Bulgarische Soldaten schlitzten ihr den Leib auf, nachdem ihr auf die brutalste Weise alle nur denkbare Gewalt angetan war. Dem Freiherrn schlugen sie den Schädel ein, als er sie verteidigen wollte. Die gnädige Frau wurde in Stücken gehauen, mein armer Zögling genauso behandelt wie seine Schwester, und was das Schloss betrifft, so blieb kein Stein davon auf dem Andern, keine Scheune, kein Schaf, keine Ente, kein Baum blieb übrig. Doch wir wurden tüchtig gerecht, denn die Awaren machten es mit einer benachbarten Herrschaft, die einem bulgarischen Edelmanne gehörte, ganz ebenso. Während dieser Erzählung verlor Kandid abermals die Besinnung. Nachdem er aber wieder zu sich gekommen war und alles gesagt hatte, was unter den Umständen zu sagen war, erkundigte er sich nach der Ursache und der Wirkung und dem zureichenden Grunde, wodurch Pangloss in einen so kläglichen Zustand versetzt sei. »Ach!« sprach dieser, »es ist die Liebe!« »Die Liebe!« »Die Trösterin des Menschengeschlechts!« »Die Erhalterin des Weltalls!« »Die Seele aller empfindenden Wesen!« »Die zarte Liebe!« »Ach!« sprach Kandid, »ich kenne sie, die Liebe, die Beherrscherin der Herzen, die Seele unserer Seele. Mir hat sie weiter nichts eingebracht als einen Kuss und zwanzig Fußtritte. Wie konnte aber diese schöne Ursache bei ihnen eine so abscheuliche Wirkung hervorbringen?« »O mein teurer Kandid!« antwortete Pangloss. »Sie kannten Pakette, die niedliche Zofe unseres verehrungswürdigen Gnädigen?« »In ihren Armen schmeckte ich die Wonne des Paradieses, die ich jetzt mit diesen Qualen der Hölle bezahle, wovon sie mich verzehrt sehen.« Pakette war von dem Übel ergriffen, sie ist vielleicht daran gestorben. Sie verdankte dies Geschenk einem sehr gelehrten Franziskaner, der es an der Quelle aufgesucht hatte, denn er war von einer alten Gräfin damit begabt worden, diese hatte es von einem Rittmeister empfangen, der es einer Marquisin verdankte, welcher es ein Page mitgeteilt, der es von einem Jesuiten bekommen, auf den es noch zur Zeit seines Noviziats in gerader Linie von einem der Gefährten des Christoph Kolumbus verpflanzt worden war. Ich werde es niemanden weiter mitteilen, denn mit mir geht es zu Ende. »O Pangloss«, rief Kandid aus, »wär ich eine merkwürdige Genealogie, sollte nicht der Teufel der wahre Stammvater davon sein?« »Keineswegs«, entgegnete der große Mann, »es war ein unerlässliches Ding in der besten Welt, ein notwendiges Ingredienz, denn hätte Kolumbus nicht auf einer amerikanischen Insel diese Krankheit erwischt, wodurch die Quelle der Zeugung vergiftet und oft die Zeugung selbst verhindert wird und die offenbar dem großen Zwecke der Natur widerstrebt, so würden wir weder Schokolade noch Koschenie haben. Es ist noch bemerkenswert, dass auf unserer Hemisphäre wir Europäer uns bis jetzt dieser Seuche ausschließlich rühmen, wie der theologischen Kontroverse. Die Türken, die Inder, die Perser, die Chinesen, die Siamesen und die Japaner kennen sie noch nicht. Allein es gibt eine Ratio Suffizienz, daß im Verlauf der Jahrhunderte an alle diese Völker die Reihe kommen wird, sie gleichfalls kennenzulernen. Mittlerweile hat sie bei uns bewundernswürdige Fortschritte gemacht, und zwar vor allem in jenen großen Heeren Ehrenwerter wohlgezogener Söldlinge, in deren Händen das Geschick der Staaten ruht. Es ist ausgemacht, daß, wenn dreißigtausend Mann in Schlachtordnung einer gleichen Zahl von Truppen gegenüberstehen, auf jeder Seite etwa zwanzigtausend mit jener Seuche behaftet sind. Das ist freilich höchst bewundernswürdig, sprach Kandid. Allein sie müssen sich heilen lassen. Ach, wie kann ich das, versetzte Pangloss. Ich habe keinen Heller, und in der ganzen weiten Welt ist weder ein Adalas noch ein Klistier zu haben, wenn man nicht dafür bezahlt, oder einen anderen findet, der sich dazu versteht. Diese letzten Worte bestimmten Kandids Entschluß. Er warf sich seinem barmherzigen Wiedertäufer Jakob zu Füßen und schilderte ihm den Zustand seines Freundes mit so rührenden Worten, dass der gute Mann kein Bedenken trug, auch den Doktor Pangloss bei sich aufzunehmen. Er ließ ihn auf seine Kosten heilen. Pangloss verlor bei der Kur nur ein Auge und ein Ohr. Er schrieb gut und verstand die Rechenkunst aus dem Fundament. Der Wiedertäufer machte ihn zu seinem Buchhalter. Nach zwei Monaten musste er in Handelsgeschäften nach Lissabon reisen. Er nahm die beiden Philosophen in seinem Schiffe mit sich. Pangloss setzte ihm auseinander, wie alles in der Welt so vortrefflich eingerichtet sei, daß man es sich nicht besser denken noch wünschen könne. Jakob wollte dieser Ansicht nicht beipflichten. Die Menschen, sprach er, müssen doch wohl die Natur ein wenig verdorben haben, denn sie sind nicht als Wölfe geboren und sind zu Wölfen geworden. Gott gab ihnen weder vierundzwanzig Pfünder noch Bayonette, und sie machten sich Bayonette und Kanonen, um sich einander zu vertilgen. Ich könnte noch die Bank Grotte in Anschlag bringen, so wie die Justiz, die sich des Vermögens der Bank Rotierer bemächtigt, um die Gläubiger darum zu betrügen. Dies alles war ganz unerlässlich, entgegnete der einäugige Doktor. Das Unglück im Einzelnen eben begründet das allgemeine Wohl, so dass es um das Ganze desto besser steht, je mehr Übel im Einzelnen sich häufen. Während er noch philosophierte, verfinsterte sich die Luft, die Winde brausten aus allen vier Weltgegenden und das Schiff wurde im Angesicht des Lissabonner Hafens vom furchtbarsten Sturm Kapitel 5 von Kandit oder die beste Welt Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Kandit oder die beste Welt von Voltaire Übersetzt von Adolf Elissen Fünftes Kapitel Sturm, Schiffbruch, Erdbeben und was aus dem Doktor Pangloss, Kandit und dem Wiedertäufer Jakob wurde. Die Passagiere waren zur Hälfte abgemattet und halbtot durch jene unbeschreiblichen Beängstigungen, denen beim Schwanken eines Schiffes die Nerven und die durcheinandergeschüttelten Säfte des Körpers unterliegen und hatten nicht einmal so viel Kraft, über die Gefahr in Unruhe zu geraten. Die übrigen schrien und beteten. Die Segel waren zerrissen, die Masten zersplittert, das Schiff hatte ein Leck. Mochte arbeiten, wer da konnte, niemand verstand den anderen, niemand kommandierte. Der Widertäufer half ein wenig bei dem Schiffsmanöver, er befand sich auf dem Verdeck. Ein wütender Matrose versetzte ihm einen Stoß, der ihn auf die Planken niederstreckte, wovon er aber zugleich selbst eine so heftige Erschütterung empfing, dass er rücklings über Bord stürzte. Er blieb indessen hängen und klammerte sich an einen Teil des zertrümmerten Mastbaums fest. Der gute Jakob eilt zu seinem Beistande herzu, hilft ihm wieder an Bord, wird durch seine Anstrengung dabei ins Meer geschleudert und ertrinkt vor den Augen des Matrosen, ohne dass der es nur der Mühe wert hält, sich nach ihm umzusehen. Kandid kommt ebenzeitig genug, um zu sehen, wie sein Wohltäter einen Augenblick wieder zum Vorschein kommt und dann auf ewig von den Wogen verschlungen wird. Er will sich ihm nach ins Meer stürzen. Der Philosoph Pangloss verhindert ihn daran, indem er ihm beweist, die Rede von Lissabon sei ausdrücklich dazu geschaffen, dass dieser Widertäufer darin ertrinke. Während er es a priori demonstriert, kracht das Schiff auseinander und alles ersäuft, bis auf Pangloss, Kandid und den nichtswürdigen Matrosen, der Schuld am Tode des braven Widertäufers war. Der Schurke schwamm glücklich ans Ufer, wohin Pangloss und Kandid sich auf einer Planke retteten. Als sie ihre Lebensgeister ein wenig gesammelt hatten, richteten sie ihren Weg nach Lissabon. Sie hatten noch etwas Geld, womit sie sich vor dem Hungertode zu schützen hofften, nachdem sie dem Sturm glücklich entronnen waren. Kaum haben sie, die Augen noch voll Tränen über den Tod ihres Wohltäters, den Fuß in die Stadt gesetzt, da fühlen sie wie die Erde unter ihnen erzittert. Siedend und schäumend wallt das Meer im Hafen empor und zerschmettert die vor Anker liegenden Schiffe. Ströme von Feuer und Asche bedecken, vom Wirbelwind umhergetrieben, die Straßen und öffentlichen Plätze. Die Häuser wanken und fallen ein, die Dächer stürzen über den Grundmauern zusammen und diese weichen aus ihren Fugen. Dreißigtausend Einwohner jeglichen Alters und Geschlechts werden unter den Ruinen zerschmettert. Hier gibt's was zu gewinnen, sprach pfeifend und mit einem Kernfluch der Matrose. Was kann wohl der zureichende Grund dieser Naturerscheinung sein, philosophierte Pangloss. Der jüngste Tag ist gekommen, schrie kandit. Der Matrose stürzt sich ohne weiteres mitten unter die Trümmer, bietet dem Tode trotz, um Geld zu finden, er späht, was er sucht, steckt es zu sich, betrinkt sich und erkauft, nachdem er kaum seinen Rausch ausgeschlafen, die Gunst des ersten besten gutwilligen Mädchens, die ihm auf den Trümmern zerstörter Häuser, mitten unter Toten und Sterbenden in den Wurf kommt. Pangloss zupfte ihn inzwischen am Ärmel. »Mein Freund«, sprach er, »das ist nicht wohlgetan, ihr fehlt gegen die allgemeine Vernunft, ihr wählt eure Zeit schlecht.« »Mordelement«, erwiderte jener, »ich bin Matrose und in Batavia geboren. Auf vier Reisen nach Japan habe ich viermal unseren Herrn Christus am Kreuze mit Füßen getreten. Du kommst just an den rechten Mann mit deiner allgemeinen Vernunft.« Einige herunterfallende Steine hatten Kandid verwundet, fast ganz von Trümmern bedeckt lag er am Boden. »Verschaff mir etwas Wein und Öl«, bat er ächzend den Doktor, »ich sterbe.« »Dies Erdbeben ist nichts Neues«, antwortete Pangloss. Die Stadt Lima in Amerika erfuhr im letztverflossenen Jahre ganz dieselben Erschütterungen. Gleiche Ursachen, gleiche Wirkungen. Sicher erstreckt sich eine Schwefelader unter der Erde, von Lima bis nach Lissabon.« »Nichts ist wahrscheinlicher«, stöhnte Kandit. »Aber um Gottes Willen einen Tropfen Wein und Öl.« »Wieso nur wahrscheinlich?« entgegnete der Philosoph. »Ich behaupte, die Sache ist erwiesen.« Kandit verlor die Besinnung, und Pangloss brachte ihm ein wenig Wasser aus einer nahen Quelle. Da sie den anderen Tag allerlei Mundvorrat gefunden hatten, indem sie sich durch den Schutt hindurch arbeiteten, schöpften sie wieder einige Kraft. Sie taten darauf, wie die anderen, ihr Möglichstes, den Einwohnern, die dem Tode entronnen waren, ihr Los zu erleichtern. Einige Bürger, denen sie hilfreiche Hand geleistet hatten, bewirteten sie mit einem so guten Mittagessen, als es bei solchem Geschick möglich war. Freilich herrschte kein Frohsinn bei diesem Male. Die Gäste benetzten das Brot mit ihren Tränen. Allein Pangloss tröstete sie. Er versicherte, dass die Sachen nicht anders sein könnten. Denn, sprach er, dies alles ist so gut, dass kein besserer Zustand denkbar ist. Denn, wenn es zu Lissabon einen Vulkan gibt, so kann nicht anderswo sein, denn es ist unmöglich, daß die Dinge nicht da wären, wo sie sind, denn alles ist gut. Ein kleiner schwarzer Mann, seines Zeichens ein Familiar der Heiligen Inquisition, der neben ihm saß, nahm sehr höflich das Wort und sprach, augenscheinlich glaubt der Herr nicht an die Erbsünde, denn, wenn alles aufs Beste angeordnet ist, so gibt es demnach weder Sündenfall noch Strafe. Ich bitte eure Exzellenz ganz gehorsamst um Verzeihung, antwortete Pangloss noch höflicher, denn der Sündenfall des Menschen und die Verfluchung gehörten notwendig in die Beste aller möglichen Welten. Der Herr glaubt also nicht an die Freiheit, sprach der Familiar. Eure Exzellenz werden gütigst entschuldigen, erwiderte Pangloss. Die Freiheit verträgt sich mit der absoluten Notwendigkeit sehr wohl, denn es war notwendig, daß wir frei seien, denn der determinierte Willen endlich ... Pangloss steckte noch mitten in seiner Phrase. Als der Familiar seinem Bedienten, der ihm Portwein servierte, einen bedeutenden ... 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 Im Erdbeben, wodurch drei Viertel von Lissabon zugrunde gegangen waren, hatten die Waisen des Landes kein wirksameres Mittel, um der gänzlichen Zerstörung vorzubeugen, ausfindig gemacht, als daß man dem Volke ein schönes Autodafé gebe. Die Universität Coimbra hatte den Ausspruch getan, daß das Schauspiel einiger Menschen, die mit gehöriger Feierlichkeit bei langsamem Feuer gebraten würden, ein untrügliches Mittel zur Verhütung der Erdbeben sei. Man hatte demgemäß einen Biscaya festgenommen, der überführt war, seine Mitgefatterin geheiratet zu haben, und zwei Portugiesen, die ein gebratenes Hühnchen verspeist und den Speck herausgenommen hatten. Nach jenem Mittagsmahl aber ergriff man noch den Doktor Pangloss und seinen Schüler Kandid, jenen, weil er geredet, diesen, weil er mit beifälliger Miene zugehört hatte. Beide wurden, voneinander getrennt, in äußerst frische Gemächer gebracht, wo man nie von der Sonne belästigt ward. Acht Tage darauf wurden beide mit einem San Benito bekleidet und ihre Häupter mit einer spitzen papierenen Mütze, Coroza, geschmückt. Die Mitra und der San Benito Kandiz war mit umgekehrten Flammen und mit Teufeln ohne Schweife und Klauen bemalt, Panglossens Teufel dagegen hatten Schweife und Klauen, und seine Flammen standen aufrecht. In diesem Anzuge folgten sie der Prozession und hörten eine sehr salbungsreiche Predigt an, worauf eine herrliche Symphonie auf dem Brumbass folgte. Kandid wurde während des Gesangs nach dem Takte gepeitscht, der Biscaya und die beiden Leute, die keinen Speck hatten essen wollen, wurden verbrannt und Pangloss gehängt, obgleich dies sonst nicht üblich ist. Denselben Tag erfolgte ein neues Erdbeben mit furchtbarem Getöse und den verheerendsten Wirkungen. Vor Betäubung und Entsetzen ganz außer sich, blutend und an allen Gliedern bebend, sprach Kandid zu sich selbst, »Wenn das die Beste aller möglichen Welten ist, wie mögen dann erst die anderen aussehen?« »Es möchte drum sein, wenn ich nur gepeitscht wäre, das bin ich schon bei den Bulgaren gewohnt geworden.« »Aber, o mein teurer Pangloss, du Krone der Philosophen, dich mußt ich hängen sehen, ohne zu wissen, warum...« »O mein guter Jakob, bester der Menschen, du mußtest vor meinen Augen eine Beute der Wogen werden.« »O Kunigunde, Perle der Mädchen, dir mußten sie den Leib aufschlitzen.« Mit Predigt, Peitschenhieben, Absolution und Segen begnadigt und sich nur mit Mühe auf den Beinen haltend, wollte er sich forttrollen, als eine Alte mit den Worten zu ihm trat, »Fast mute!« Kapitel 7 von Kandid oder »Die beste Welt« Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Kandid oder »Die beste Welt« von Voltaire Übersetzt von Adolf Ellissen Siebentes Kapitel Wie eine Alte sich Kandids annahm und wie er wiederfand, was er liebte. Kandid faßte keinen Mut, doch folgte er der Alten in ein halb verfallenes Gebäude. Sie gab ihm einen Topf mit einer Salbe zum Einreiben seines wundgepeitschten Rückens, setzte ihm zu essen und zu trinken vor und wies ihm ein kleines, reinliches Bett an, neben welchem ein vollständiger Anzug lag. »Eßt, trinkt, schlaft«, ermahnte sie ihn, »und möge unsere liebe Frau von Atocha, der heilige Antonius von Padua und der heilige Jakob von Compostela euch unter ihre gnädige Fürsorge und Obhut nehmen. Morgen komme ich wieder.« Noch voller Erstaunen über alles, was er gesehen, über alles, was er gelitten, jetzt aber noch mehr über die Barmherzigkeit der Alten, wollte Kandid ihr die Hand küssen. »Nicht meine Hand dürft ihr küssen«, sprach die Alte, »morgen komme ich wieder. Jetzt reibt euch mit der Salbe ein, eßt und schlaft.« Trotz allen Drangsalz aß und schlief Kandid. Den anderen Tag bringt die Alte ihm ein Frühstück, besichtigt seinen Rücken und reibt ihn selbst mit einer anderen Salbe ein. Ebenso versorgt sie ihn am Mittag und am Abend mit gehörigen Mahlzeiten. Den dritten Tag wiederholt sie dieselben Zeremonien. »Wer seid ihr?«, fragte Kandid zu wiederholten Malen. »Womit habe ich so große Güte verdient? Wie kann ich euch danken?« Die gute Frau antwortete kein Wort. Am Abend aber kam sie wieder und brachte diesmal nichts zu essen mit. »Kommt mit mir«, sagte sie, »und sprecht kein Wort.« Sie nimmt ihn unter den Arm und geht mit ihm etwa eine Viertelmeile weit ins Feld hinaus. Sie kommen an ein Einzelstehendes, von Gärten und Kanälen umgebenes Haus. Die Alte klopft an eine kleine Tür. Man öffnet. Sie führt Kandid über eine Hintertreppe in ein reich geschmücktes, von Golde glänzendes Kabinett, nötigt ihn, auf einem brokatnen Sofa Platz zu nehmen, verschließt die Tür wieder und geht fort. Kandid glaubte zu träumen. Sein ganzes Leben erschien ihm als ein furchtbares und der gegenwärtige Augenblick als ein heiteres Traumgesicht. Die Alte stellte sich bald wieder ein. Sie unterstützte mit Mühe eine von Edelsteinen strahlende, verschleierte Dame von majestätischem Wuchs, die in heftiger Aufregung zu sein schien. »Hebt diesen Schleier auf«, sprach die Alte zu Kandid. Der junge Mann tritt hinzu, mit schüchterner Hand hebt er den Schleier. Welch ein Augenblick! Welche Überraschung! Er glaubt, Kunigunden zu sehen. Er sieht sie in der Tat. Sie ist es selbst. Die Kräfte verlassen ihn. Er kann kein Wort hervorbringen. Zu ihren Füßen sinkt er hin. Kunigunde fällt auf das Sofa zurück. Die Alte besprengt sie mit geistigen Tropfen. Sie kommen wieder zur Besinnung. Sie reden miteinander. Anfangs vermögen sie nur abgebrochene Worte hervorzubringen, nur Fragen und Antworten, die sich kreuzen, nur Seufzer, Tränen und Ausrufungen. Die Alte empfiehlt ihnen, weniger Geräusch zu machen, und lässt sie allein. Wie, sie sind es, spricht Kandid, sie leben. Hier in Portugal finde ich sie wieder. Man hat ihnen also keine Gewalt angetan? Ihnen nicht den Leib aufgeschlitzt, wie der Philosoph Pangloss versicherte? Allerdings, erwiderte die schöne Kunigunde, allein man stirbt von dergleichen Begegnissen nicht immer gleich. Aber ihre beiden Eltern wurden erschlagen? Ach, das ist nur zu wahr, sprach Kunigunde weinend. Und ihr Bruder? Auch mein Bruder wurde getötet. Und wie wurden sie nach Portugal verschlagen? Wie erfuhren sie, dass ich hier war? Und durch welche seltsame Verkettung der Begebenheiten kam es dahin, dass sie mich in dies Haus führen ließen? Sie sollen alles wissen, aber erst müssen sie mir ausführlich erzählen, was ihnen seit dem unschuldigen Kusse, den sie mir gaben, und den Fußtritten, die sie empfingen, widerfahren ist. Kandid gehorchte mit tiefer Ehrfurcht und erzählte, trotz seiner Verwirrung, trotz seiner schwachen und unsichern Stimme und der noch nicht völlig beseitigten Rückenschmerzen, aufs Treuherzigste alles, was ihm seit dem Augenblick ihrer Trennung begegnet war. Kunigunde blickte zum Himmel empor, sie beweinte den Tod des braven Widertäufers und des Doktors Pangloss und begann so dann ihre Erzählung, wovon Kandid, der sie mit den Augen verschlang, nicht Kapitel 8 von Kandid oder die beste Welt Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Kandid oder die beste Welt Von Voltaire Übersetzt von Adolf Edessen Achtes Kapitel Kunigundens Geschichte Ich lag ruhig schlummernd in meinem Bette, als es dem Himmel gefiel, unser schönes Schloss, Tundertrentronc, mit der Ankunft der Bulgaren heimzusuchen. Sie erwürgten meinen Vater und meinen Bruder und hieben meine Mutter in Stücken. Ein großer, sechs Fuß langer Bulgar, welcher sah, daß ich bei diesem Anblick das Bewusstsein verloren hatte, fiel mit frecher Gier über mich her. Dies brachte mich wieder zu mir selbst. Ich raffte mich auf, ich schrie, ich wehrte mich, ich biß, ich kratzte, ich wollte dem großen Bulgaren die Augen ausreißen. Da ich nicht wußte, daß alles, was im Schlosse meines Vaters geschah, etwas ganz Gewöhnliches sei. Der rohe Mensch versetzte mir einen Messerstich in die linke Seite, wovon ich noch die Narbe trage. »Ach, ich möchte Sie wohl sehen,« sprach Kandid in seiner Unschuld. »Sie sollen Sie sehen,« sprach Kunigunde, »doch hören Sie weiter.« »Ich bin ganz ohr,« sprach Kandid. Sie fuhr in ihrer Erzählung fort. Ein bulgarischer Hauptmann trat ein. Er sah mich im Blute schwimmen und den Soldaten, der sich durch seine Dazwischenkunft durchaus nicht stören ließ. Er geriet in heftigen Zorn über diesen Mangel an Respekt und hieb den rohen auf der Stelle nieder. Darauf ließ er mich verbinden und führte mich als Kriegsgefangene in sein Quartier. Ich wusch seine wenigen Hemden und besorgte seine Küche. Er fand mich, wie ich gestehen muß, sehr hübsch, und ich leugne auch nicht, daß er sehr wohlgebildet war und eine weiße, feine Haut hatte. Übrigens wenig Geist, wenig Philosophie. Man sah wohl, daß der Doktor Pangloss ihn nicht unterrichtet hatte. Da er nach drei Monaten all sein Geld verloren hatte und meiner überdrüssig geworden war, verhandelte er mich an einen Juden, der sich Don Isascha nannte, in Holland und Portugal Handel trieb und leidenschaftlich auf die Weiber versessen war. Dieser Jude gab sich außerordentliche Mühe um mich, vermochte aber, seine Absichten nicht durchzusetzen. Ich widerstand ihm besser als dem bulgarischen Soldaten. Ein Frauenzimmer von Ehre kann einmal der Gewalt unterliegen, doch dadurch schlägt ihre Tugend nur um so festere Wurzeln. Um mich zahm zu machen, brachte der Jude mich in dies Landhaus. Bisher hatte ich geglaubt, es gebe auf Erden nichts Schöneres als das Schloß Tundertentronk. Diese Täuschung hörte hier auf. Eines Tages bemerkte mich der Großinquisitor in der Messe. Er faßte mich scharf ins Auge und ließ mir nachher sagen, er müsse mich in geheimen Angelegenheiten sprechen. Ich wurde in seinen Palast geführt, ich unterrichtete ihn von meiner Herkunft, er stellte mir vor, wie sehr es unter der Würde meines Standes sei, einem Israeliten anzugehören. Man machte in seinem Namen Don Isaschar den Vorschlag, mich seiner hochwürden Gnaden abzutreten. Don Isaschar, der als Hofbankier ein Mann von Einfluß ist, wollte sich auf nichts einlassen. Der Großinquisitor drohte ihm mit einem Autodafé. Dadurch eingeschüchtert, verstand sich der Jude endlich zu einer Übereinkunft, wonach ich samt diesem Hause beiden gemeinschaftlich angehören sollte. Der Jude sollte die Montage, Mittwochen und den Sabbattag für sich behalten, während die übrigen Wochentage dem Inquisitor zufielen. Seit sechs Wochen besteht dieser Vertrag. Doch ist es nicht ohne Streitigkeiten abgegangen, da man sich oft nicht darüber vereinigen konnte, ob die Nacht von Sonnabend auf den Sonntag dem alten oder dem neuen Bunde gehöre. Was mich betrifft, so widerstand ich bis jetzt beiden, und das ist, glaube ich, der Grund, weshalb ihre Liebe noch immer nicht erkaltete. Um die Landplage der Erdbeben abzuwenden und auch wohl um Don Isaschar einzuschüchtern, beliebte es endlich, dem Herrn Großinquisitor ein Autodafé anzustellen. Er erzeigte mir die Ehre, mich dazu einzuladen. Ich bekam einen vortrefflichen Platz. Während der Pause zwischen der Messe und der Exekution wurden den Damen Erfrischungen präsentiert. Ich wurde zwar schon von Schauder ergriffen, als ich die beiden Juden und den ehrlichen Biskaya, der seine Gefatterin geheiratet hatte, verbrennen sah. Allein wie groß war erst meine Überraschung, mein Entsetzen, meine Verwirrung, als ich in einem San Benito und unter einer Mitra eine Gestalt, ein Gesicht sah, worin ich Pangloss erkannte. Ich rieb mir die Augen, ich betrachtete ihn genau, ich sah ihn hängen, ich wurde ohnmächtig. Kaum wieder zu mir selbst gekommen, sah ich, wie man sie, kandid, nackt auszog. Höher konnte meine Bestürzung, mein Entsetzen, mein Schmerz, meine Verzweiflung nicht steigen. Ich gebe nur der Wahrheit die Ehre, wenn ich ihnen sage, daß ihre Haut an weiße und rosiger Frische, die meines bulgarischen Hauptmanns, noch übertrifft. Dieser Anblick verdoppelte die Macht der Gefühle, die auf mich einstürmten, die mein Inneres verzehrten. Ich schrie laut auf, ich wollte rufen, »Haltet ein, Barbaren!« Allein die Stimme versagte mir, und mein Geschrei wäre auch vergeblich gewesen. Nachdem sie tüchtig durchgepeitscht waren, sprach ich bei mir selbst, »wie geht es nur zu, daß der liebenswürdige Kandid und der weise Pangloss hier in Lissabon sind, der eine, um hundert Peitschenhiebe zu bekommen, der andere, um gehängt zu werden, alles auf Befehl des gnädigen Herrn Großinquisitors, der mich zu seinem Liebchen ausersehen. Pangloss hat mich also grausam getäuscht, wenn er sagte, daß alles in der Welt aufs Beste eingerichtet ist. Ganz aufgelöst in Jammer und Unruhe war ich bald außer mir, bald meinte ich, vor Schwäche sterben zu müssen. Alles ging mir im Kopf herum, die Ermordung meiner Eltern und meines Bruders, die Frechheit des schändlichen bulgarischen Soldaten, der Messerstich, den er mir versetzte, die Zeit meiner Sklaverei, meine Erniedrigung zur Küchenmarkt, mein bulgarischer Hauptmann, mein häßlicher Don Isachar, mein abscheulicher Inquisitor, die Hängeszene des Dr. Pangloss, das große Miserere auf dem Brumbass, währenddessen sie, teurer Kandid, gepeitscht wurden. Und vor allem der Kuss, den ich ihnen hinter der spanischen Wand an jenem Tage gab, da ich sie zum letzten Male sah. Ich pries Gott, der sie nach so vielen Prüfungen mir wieder zuführte. Ich empfahl meiner Alten, für sie Sorge zu tragen und sie, sobald es tunlich sei, hierher zu bringen. Sie ist meinem Auftrag zu meiner vollen Zufriedenheit nachgekommen. Ich habe das unaussprechliche Vergnügen genossen, sie zu sehen, sie zu hören, mit ihnen zu reden. Doch sie müssen mächtigen Hunger haben, auch ich habe guten Appetit. Wir wollen uns also vorläufig an die Mahlzeit machen. Gesagt, getan, beide setzten sich zu Tisch und nach aufgehobener Tafel wieder auf das schöne Sofa, wovon schon die Rede gewesen ist. Hier saßen sie noch, als auf einmal Don Isaschar, der eine der beiden Hausherren, erscheint. Es war Sonnabend, und er kam, um seine Rechte zu genießen, auszulassen. Kapitel 9 von Kandit oder die Beste Welt Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Kandit oder die Beste Welt von Voltaire Übersetzt von Adolf Ellison Neuntes Kapitel Was aus Kunigunde, Kandit, dem Großinquisitor und einem Juden wurde Dieser Isaschar war der zornmütigste Hebräer, den man je seit der babylonischen Gefangenschaft in Israel gesehen. »Wie«, spricht er, »galiläische Hündin! War es nicht genug an dem Herrn Inquisitor? Soll auch dieser Schurke noch mit mir teilen?« Mit diesen Worten zieht er einen langen Dolch, den er beständig bei sich trug, und fällt, ohne daran zu denken, daß auch sein Widerpart bewaffnet sein könnte, über Kandit her. Unser guter Westfaler aber hatte mit dem vollständigen Anzuge von der alten auch einen schönen Degen bekommen. Trotz seiner sanften Gemütsart zieht er ihn jetzt, und in der nächsten Sekunde liegt der Israelit starr und tot zu den Füßen der schönen Kunigunde auf dem Boden hingestreckt. »Heilige Jungfrau«, schrie sie, »was soll aus uns werden? Ein Mensch bei mir im Hause erschlagen! Wenn die Polizei kommt, sind wir verloren!« »Wenn Pangloss nicht gehängt wäre«, sprach Kandit, »so würde er uns in dieser Not einen guten Rat geben, denn er war ein großer Philosoph. In Ermangelung seiner wollen wir die Alte um Rat fragen.« Sie war sehr klug und im Begriff, ihre Meinung zu sagen, als plötzlich eine andere kleine Tür aufging. Es war ein Uhr nach Mitternacht und somit der Sonntag angebrochen. Dieser Tag gehörte seiner Hochwürden Gnaden dem Großinquisitor. Er tritt ein und sieht den gepeitschten Kandit mit dem Degen in der Faust, einen Toten aufs Parkett hingestreckt, Kunigunde außer sich und die Alte im Begriff einen guten Rat zu geben. Sehen wir jetzt, was in diesem Augenblicke in Kandits Seele vorging und wie er philosophierte. »Wenn dieser heilige Mann Hilfe herbeiruft, so wird er mich unfehlbar verbrennen lassen. Kunigunden würde es vielleicht nicht besser gehen. Er hat mich unbarmherzig peitschen lassen. Er ist mein Nebenbuhler. Ich bin jetzt mit dem Totschlagen einmal in Zug gekommen und darf mich also nicht weiter bedenken.« Die Schlussfolgerung war klar, kurz und bündig, und ohne dem Inquisitor Zeit zu lassen, sich von seinem Erstaunen zu erholen, bohrt er ihn durch und durch und streckt ihn neben dem Juden zu Boden. »Nun, das wird immer besser,« sprach Kunigunde, »uns bleibt keine Hoffnung, an keine Gnade ist mehr zu denken, wir werden exkommuniziert, unsere letzte Stunde ist gekommen. Wie konnten Sie, Kandit, es nur über ihr von Natur so sanftes Herz bringen, in zwei Minuten einen Juden und einen Prelaten umzubringen?« »Mein schönes Fräulein,« antwortete Kandit, »wenn man verliebt, eifersüchtig und von der Inquisition gepeitscht ist, kennt man sich selbst nicht mehr.« Die Alte nahm jetzt das Wort und sprach, »im Stalle stehen drei andalusische Pferde mit vollständigem Sattelzeug. Möge der brave Kandit sie aufzäumen und bereithalten. Das Fräulein hat Mojadore und Diamanten. Wir wollen schnell aufsitzen, wiewohl ich nur auf einer Seite sitzen kann, und eilen, daß wir nach Kadix kommen. Es ist wunderschönes Wetter, und ich kenne nichts Angenehmeres als eine Reise in der frischen Nachtluft.« In größter Eile sattelt Kandit die drei Pferde. Kunigunde, die Alte und er machen dreißig Meilen, ohne anzuhalten. Während sie sich aus dem Staube machen, kommt der heilige Ermandat ins Haus. Man begräbt seine hochwürden Gnaden in einer schönen Kirche und wirft Don Isaschar auf den Schindanger. Kandit, Kunigunde und die Alte waren bereits in der kleinen Stadt Avacena, mitten in den Bergen der Sierra Morena, wo in einer Schenkel Kapitel 10 von Kandit oder die Beste Welt Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Kandit oder die Beste Welt Von Voltaire Übersetzt von Adolf Ellison Zehntes Kapitel In welcher Bedrängnis Kandit, Kunigunde und die Alte nach Kadix kommen und wie sie sich einschiffen. »Wer konnte nur meine Pistolen und Diamanten stehlen?« sprach Kunigunde schluchzend. »Wovon sollen wir leben? Was sollen wir anfangen? Wo werde ich Inquisitoren und Juden finden, die mir andere geben?« »Ach«, sprach die Alte, »ich habe einen ehrwürdigen Pater Franziskaner in starkem Verdacht, der gestern in Badajoz in demselben Wirtshause mit uns übernachtete. »Gott soll mich bewahren, ein übereiltes Urteil zu fällen, aber er kam zweimal in unser Zimmer und brach lange vor uns auf.« »Ach«, sprach Kandit, »der gute Pangloss hat mir oft bewiesen, daß die irdischen Güter allen Menschen gemeinschaftlich gehören, daß jeder ein gleiches Recht daran hat. Nach diesen Grundsätzen hätte der Franziskaner uns wenigstens so viel lassen sollen, daß wir unsere Reise fortsetzen könnten.« »Sie haben also gar nichts mehr, schöne Kunigunde?« »Nicht einen Maravedi«, lautete die Antwort. »Was sollen wir denn anfangen?« sprach Kandit. »Wir wollen eins von den Pferden verkaufen«, sprach die Alte. »Ich sitze hinter dem Fräulein auf. Obgleich ich nur auf einer Seite sitzen kann. So kommen wir wenigstens bis Cadix.« In demselben Wirtshause befand sich zufällig ein Benediktiner Prior, der das Pferd um geringen Preis kaufte. Kandit, Kunigunde und die Alte kamen über Sanlucar, Chias und Lebrixa endlich nach Cadix. Man rüstete hier gerade eine Flotte aus und warb Truppen, um die ehrwürdigen Väter Jesuiten in Paraguay zur Vernunft zu bringen, die man beschuldigte, ihre Horden in der Gegend der Stadt San Sacramento gegen die Könige von Spanien und Portugal aufgewiegelt zu haben. Kandit, der bei den Bulgaren gedient hatte, führte vor dem General der kleinen Armee das bulgarische Exerzitium aus, und zwar mit solcher Anmut, Raschheit, Leichtigkeit, Gewandtheit und guten Haltung, dass man ihn zum Befehlshaber einer Kompanie Fußvolk ernannte. Er war also nun Hauptmann und schiffte sich mit Fräulein Kunigunden, der Alten, zwei Dienern und den beiden Pferden aus der Verlassenschaft des Herrn Großinquisitors von Portugal nach Amerika ein. Während der Überfahrt stellten sie mannigfache Betrachtungen über die Philosophie des armen Pangloss an. »Wir kommen nun in eine neue Welt«, sprach Kandit, »das wird denn ohne Zweifel die sein, wo alles gut ist. Denn ich muß gestehen, daß man in unserer Alten sowohl die physischen als die moralischen Zustände mit einigem Recht besäufzen dürfte.« »Ich liebe sie von ganzem Herzen«, sprach Kunigunde, »allein noch ist meine Seele nicht frei von den Nachwehen des Entsetzens und der Betäubung über alles, was ich gesehen, über alles, was ich geduldet habe.« »Alles wird sich jetzt zum Guten wenden«, entgegnete Kandit, »das Meer dieser neuen Welt ist schon besser als unsere europäischen Meere. Es ist ruhiger, die Winde sind beständiger. Sicher ist die neue Welt die beste aller möglichen Welten.« »Das wolle Gott«, sprach Kunigunde, »allein ich bin in der Alten so entsetzlich unglücklich gewesen, daß mein Herz der Hoffnung kaum noch Raum zu geben wagt.« »Sie beklagen sich«, warf die Alte dazwischen, »ach, und doch kennen sie kein solches Mißgeschick, wie ich es erduldete.« Kunigunde hätte fast laut gelacht und fand es höchst ergötzlich, daß die gute Frau unglücklicher sein wollte als sie. »Ei, meine Gute«, sprach sie, »wenn sie nicht etwa von zwei Bulgaren schnöde Gewalt erduldeten, nicht zwei Messerstiche in den Leib empfingen, nicht zwei Väter und zwei Mütter vor ihren Augen erwürgen, nicht zwei Liebhaber auf einem Autodafé durchpeitschen sahen, so begreife ich nicht, wie sie ihre Behauptung gegen mich durchführen wollen. Dazu bringen sie noch in Anschlag, daß mein Vater ein Freiherr mit zweiundsiebzig Ahnen war und daß ich als Köchin gedient habe.« »Mein Fräulein«, erwiderte die Alte, »Sie kennen ja meine Herkunft nicht, und wenn ich Ihnen meinen Liebwertesten zeigte, würden Sie anders sprechen und Ihr Urteil zurückhalten.« Diese Worte reizten Kunigundens und Kandits Neugier in hohem Grade. Kapitel 11 von Kandit oder Die Beste Welt Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Kandit oder Die Beste Welt von Voltaire Übersetzt von Adolf Ellison Elftes Kapitel Geschichte der Alten Ich hatte nicht immer rotstreifige Augen mit Scharlachrändern, meine Nasenspitze stieß nicht von jeher mit dem Kinn zusammen, und daß ich als Magd meine Tage beschließen sollte, wurde mir auch nicht bei der Wiege gesungen. Ich bin die Tochter des Papstes Urban des Zehnten und der Fürstin von Palestrina. Man erzog mich bis zu meinem vierzehnten Jahre in einem Palast, für den die meisten eurer deutschen Freiherrenschlösser als Stall zu schlecht gewesen wären, und ein einziges meiner Kleider war mehr wert als alle Herrlichkeiten Westfalens. Ich nahm zu an Schönheit, Anmut und Talenten. In einem Taumel von Vergnügungen wuchs ich auf, selbst ein Gegenstand ehrfurchtsvoller Huldigung und voll der schönsten Hoffnungen für die Zukunft. Ich flößte schon Liebe ein, mein Busen entwickelte sich, und welch ein Busen! Weiß, fest, Formen, wie die der mediceischen Venus! Und welche Augen, welche Wimpern, welche schwarze Brauen, welche Flammen glänzten in meinen beiden Augensternen und verdunkelten den Schimmer der Sterne, wie die Poeten des Stadtviertels versicherten! Die Frauen, die mich an- und auskleideten, gerieten in Entzücken, wenn sie mich vorn und hinten besahen, und die Männer hätten alles in der Welt darum gegeben, ihre Stelle vertreten zu dürfen. Ich verlobte mich mit einem souveränen Fürsten von Massa Carrara. Welch ein Fürst! So schön wie ich! Ganz Lieblichkeit und Anmut, glänzend ein Geist und glühend vor Liebe! Ich liebte ihn mit dem ganzen Feuer der ersten Liebe. Er war mein Abgott, ich lebte nur in ihm. Die Vorbereitungen zur Vermählung wurden bereits getroffen. Man macht sich keinen Begriff von der dabei verschwendeten Pracht und Herrlichkeit. Glänzende Karussells und Festlichkeiten aller Art nahmen kein Ende. Eine Opera Buffa jagte die andere, und ganz Italien erschöpfte sich in Sonetten auf mich, worunter freilich nicht ein Erträgliches war. Ich näherte mich dem Augenblicke meines Glücks, als eine alte Marquesana, eine abgedankte Geliebte meines Prinzen, ihn zu einer Tasse Schokolade einlud. Keine volle zwei Stunden darauf verschied er unter den schrecklichsten Zuckungen. Doch das ist nur eine Kleinigkeit. Meine Mutter war außer sich vor Schmerz, wenn schon ihre Verzweiflung von der meinigen unendlich übertroffen wurde. Wir wollten uns auf einige Zeit von einem Orte, der so traurige Erinnerungen erweckte, losreißen. Sie besaß ein herrliches Landgut in der Nähe von Gaeta. Auf einer päpstlichen Galere, die wie der Hochaltar Sankt Peters in Rom von Golde strotzte, schifften wir uns dahin ein. Unterwegs überfällt und entert uns ein Korsar von Saleh. Unsere Soldaten verteidigten sich wie echte päpstliche Krieger. Sie fielen auf die Knie, warfen ihre Waffen weg und baten den Korsaren um Absolution in Articulo Mortis. Sogleich zog man sie nackt aus wie die Affen, meine Mutter gleichfalls, unsere Ehrendamen ebenfalls und mich nicht minder. Es ist merkwürdig, mit welcher Hurtigkeit diese Herren die Leute entkleiden. Noch mehr aber überraschte mich die Art und Weise, wie sie bei der Gelegenheit nach verborgenen Diamanten suchten. Doch so wundert man sich über alles, wenn man nicht aus einem Neste kommt. Ich erfuhr später, daß dies ein uraltes Herkommen bei allen zivilisierten Nationen ist, welche Schifffahrt treiben, und daß auch die geistlichen Herren Ritter von Malta nie ermangeln, diese Nachforschungen anzustellen, wenn sie Türken und Türkinnen in ihre Gewalt bekommen. Es ist ein Gesetz des Völkerrechts, wovon kein Jota abgeht. Ich sage euch nichts davon, wie hart es für eine junge Prinzessin ist, mit ihrer Mutter als Sklavin nach Marokko geschleppt zu werden. Ihr könnt euch wohl einen Begriff davon machen, was wir in dem Korsarenschiffe zu dulden hatten. Meine Mutter war noch sehr schön, unsere Ehrendamen, unsere Kammerjungfern selbst, hatten mehr Reize, als in ganz Afrika aufzutreiben sind. Und ich nun gar, ich war bezaubernd, ich war die Schönheit, die Anmut selbst, und noch Jungfrau. Ich blieb es nicht lange. Die Blüte, die für den schönen Fürsten von Massa Carrara bestimmt war, wurde mir von dem Korsarenkapitän geraubt, einem scheußlichen Neger, der mir noch eine große Ehre damit zu erzeigen glaubte. Jedenfalls mußte die Frau Fürstin von Palestrina, so wie ich selbst, eine kräftige Natur haben, um durch alles das, was wir bis zu unserer Ankunft in Marokko auszustehen hatten, nicht gänzlich aufgerieben zu werden. Doch wir wollen das übergehen, sind es doch so gewöhnliche Dinge, daß es nicht der Mühe wert ist, sich dabei aufzuhalten. Marokko schwamm in Blut, als wir dort ankamen. Fünfzig der fünfhundert Söhne des Kaisers Muley Ismail hatten jeder seine Partei, das machte also fünfzig Bürgerkriege. Schwarze kämpften gegen Schwarze, Braune gegen Braune, Mulatten gegen Mulatten. In dem ganzen weiten Reiche nahm das Blutvergießen kein Ende. Kaum waren wir ausgeschifft, so zeigte sich ein Trupp Schwarzer von einer meinem Korsaren feindlichen Partei, um ihm seine Beute abzunehmen. Wir Frauen waren nächst den Diamanten und dem Golde das Kostbarste, was er hatte. Ich war Augenzeugin eines Kampfes, desgleichen ihr in euren europäischen Klimaten nicht zu sehen bekommt. Die nordischen Völker haben kein so kochendes Blut, sie kennen nicht jene Wut auf die Weiber, die allen Afrikanern eigen ist. Ihr Europäer scheint nur Milch statt Blut zu haben, während Vitriol und verzehrendes Feuer die Adern der Bewohner des Atlas und der benachbarten Länder durchströmt. Man kämpfte mit der Wut der Löwen, der Tiger und der Schlangen des Landes um unseren Besitz. Ein Maure packte meine Mutter beim rechten Arm, der Leutnant meines Kapitäns hielt sie am linken Arme fest. Ein maurischer Soldat faßte sie beim einen Bein, während einer unserer Piraten sie am anderen zurückhielt. Unsere Begleiterinnen wurden fast alle in einem Augenblick auf gleiche Weise von vier Soldaten hin und her gezerrt. Mein Kapitän hielt mich hinter seinem Rücken verborgen. Er hatte den Degen in der Faust und hieb alles nieder, was sich seiner Wut widersetzte. Bald sah ich meine Mutter und unsere sämtlichen Italienerinnen zerrissen, in Stücken gehauen, niedergemetzelt von den Ungeheuren, die sie sich einander abjagen wollten. Die Gefangenen, meine Gefährten, die, welche sie gefangen genommen hatten, Soldaten, Matrosen, Schwarze, Braune, Mulatten, mein Kapitän endlich, alles wurde niedergehauen, und ich blieb halbtot auf einem Haufen von Toten liegen. Solche Auftritte ereigneten sich bekanntlich auf einer Strecke von mehr als zweihundert Meilen, ohne daß man jemals eins der fünf Gebete versäumt hätte, die Mohammed für jeden Tag befohlen. Ich machte mich mit großer Mühe von der Masse übereinander gehäufter, blutiger Leichname los und schleppte mich unter einen großen Pomeranzenbaum am Ufer eines benachbarten Baches. Hier sank ich von Schrecken, Mattigkeit, Entsetzen, Verzweiflung und Hunger überwältigt zu Boden. Bald bemächtigte sich meiner abgespannten Sinne ein Schlummer, welcher der Ohnmacht näher verwandt war als einer natürlichen Ruhe. Geraume Zeit befand ich mich in diesem Zustande von Schwäche und Fühllosigkeit zwischen Leben und Tod, bis endlich ein Geräusch und eine Berührung mich weckte. Ich schlug die Augen auf und erblickte einen weißen, gut aussehenden Mann, der seufzend zwischen den Zähnen murmelte. »Oh, que chagura!« Kapitel 12 von Kandit oder Die Beste Welt Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Kandit oder Die Beste Welt von Voltaire Übersetzt von Adolf Ellissen Zwölftes Kapitel Fortsetzung der Leidensgeschichte der Alten Erstaunt und entzückt, die Sprache meines Vaterlandes zu hören, und nicht minder überrascht durch den seltsamen Inhalt jener Worte, antwortete ich dem Manne, daß es wohl ärgeres Unglück gäbe, als das, worüber er sich beklagte. Ich erzählte ihm in wenigen Worten, welche gräulich er duldet, und fiel in meine vorige Schwäche zurück. Er trug mich in ein nahes Haus, ließ mich zu Bete bringen, verschaffte mir Speise und Trank, bediente mich, tröstete mich, schmeichelte mir, und versicherte einmal übers andere, daß er nie so etwas Reizendes gesehen wie mich, und nie so sehr den Verlust dessen beklagt habe, was ihm niemand wiedergeben könne. »Ich bin in Neapel geboren«, sprach er, »wo man alle Jahr zwei bis dreitausend Knaben kapaunt. Viele sterben an der Operation, andere bekommen dadurch eine schönere Stimme als die Weiber, und noch andere brachten es zur höchsten Macht in mehr als einem Staate. Bei mir hatte die Operation den glänzendsten Erfolg, und ich wurde Kammermusikus der Frau Fürstin von Palästrina. »Meiner Mutter«, rief ich. »Ihrer Mutter?« wiederholte er mit Tränen. »Wie? Wie? So wären Sie die junge Prinzessin, die ich bis zu ihrem sechsten Jahre erzog, und die damals bereits so schön zu werden versprach, wie Sie es sind? Ich bin es, und meine Mutter liegt vierhundert Schritte von hier in Stücken gehauen unter einem Haufen von Toten.« Ich erzählte ihm alles, was mir begegnet war. Er berichtete mir gleichfalls seine Abenteuer, und erwähnte zuletzt noch, dass er von einer christlichen Macht zum Kaiser von Marokko gesandt sei, um mit diesem Monarchen einen Vertrag abzuschließen, Kraft dessen man ihm Munition, Kanonen und Schiffe zu liefern versprach, damit er jene in der Vernichtung des Handels der übrigen Christen kräftig unterstützen könne. »Meine Sendung ist vollendet«, sprach der ehrliche Eunuch, »ich schiffe mich in Ceuta ein und bringe sie nach Italien zurück.« Ich dankte ihm mit Tränen der Rührung. Statt mich aber nach Italien zu führen, brachte er mich nach Algier und verkaufte mich an den Dei dieses Landes. Kaum war ich verkauft, als plötzlich jene Pest, welche die Reise durch Afrika, Asien und Europa gemacht hat, mit furchtbarer Wut in Algier ausbrach. »Sie haben ein Erdbeben erlebt, mein Fräulein, aber hatten Sie jemals die Pest?« »Niemals«, versetzte Kunigunde. »Nun wohl«, fuhr die Alte fort, »wenn Sie die Pest kennten, so würden Sie gestehen, dass ein Erdbeben Kinderspiel dagegen ist. Sie ist in Afrika sehr gewöhnlich, ich wurde davon befallen. Stellen Sie sich vor, welche Lage für die fünfzehnjährige Tochter eines Papstes, die innerhalb dreier Monate Armut und Sklaverei erfahren, fast täglich fiesche Gewalt erduldet und die Schrecken des Hungers und des Krieges ausgestanden hatte, und die jetzt in Algier dem Tode an der Pest entgegensah.« »Ich starb indessen nicht daran, wohl aber wurde mein Eunuch, so wie der Dei, und fast das ganze Seragio von Algier von ihr hinweg gerafft.« »Als die ersten Verheerungen der furchtbaren Seuche vorüber waren, verkaufte man die Sklaven des Dei. Ein Sklavenhändler erstand mich und führte mich nach Tunis. Er verkaufte mich dort einem anderen, der mich nach Tripolis verhandelte. Von Tripolis wurde ich wieder nach Smyrna und von da nach Konstantinopel verkauft.« Endlich geriet ich in den Besitz eines Janitscharen Agas, der bald darauf Befehl erhielt, Asow gegen die es belagernden Russen zu verteidigen. Der Aga, ein höchst galanter Mann, nahm seinen ganzen Harem mit sich, und wir wurden in einer kleinen Zitadelle am meotischen See einquartiert, welcher zwei schwarze Eunuchen und zwanzig Soldaten als Besatzung dienten. Man tötete eine ungeheure Menge Russen, aber sie blieben uns nichts schuldig. Asow wurde mit Feuer und Schwert verwüstet und weder Geschlecht noch Alter verschont. Nur unsere kleine Zitadelle hielt sich noch. Die Feinde wollten uns durch Hunger zwingen. Die zwanzig Janitscharen hatten geschworen, sich nie zu ergeben. Die schreckliche Hungersnot, der sie preisgegeben waren, zwang sie, unsere beiden Eunuchen zu verzehren. Um nicht ihren Eid zu brechen. Einige Tage später beschlossen sie, die Frauen zu essen. Wir hatten einen alten, sehr frommen und mitleidigen Imam, dem es gelang, sie durch eine schöne Predigt zu bereden, dass sie uns nicht ganz auf einmal töteten. »Schneidet fürs Erste«, sprach er, »jeder dieser Damen nur auf einer Seite das Fleisch des Dickbeins weg. Dies gibt eine treffliche Mahlzeit, und müsst ihr noch einmal eure Zuflucht dazu nehmen, so bleibt euch nach einigen Tagen noch ebenso viel übrig. Der Himmel wird euch für eine so barmherzige Handlung Dankwissen und euch jedenfalls Hilfe senden.« Der Mann besaß, wie gesagt, große Beretsamkeit. Sein Rat wurde befolgt. Man nahm die furchtbare Operation mit uns vor. Der Imam legte uns so dann denselben Balsam auf, den man bei Kindern nach der Beschneidung anwendet. Wir waren sämtlich dem Tode nahe. Kaum hatten die Janitscharen das Mahl, das wir ihnen liefern mussten, verzehrt, so kamen die Russen auf platten Fahrzeugen an, und sämtliche Janitscharen mussten über die Klinge springen. Die Russen nahmen nicht die geringste Rücksicht auf unseren Zustand. Doch gibt es überall französische Wundärzte. Ein solcher, der sich durch große Geschicklichkeit auszeichnete, nahm sich unserer an. Er heilte uns, und ich werde zeitlebens daran denken, dass er mir Anträge machte, sobald meine Wunden geschlossen waren. Übrigens sprach er uns allen Trost zu, indem er versicherte, dass dergleichen schon bei verschiedenen Belagerungen vorgekommen, und dass es nun einmal Kriegsgesetz sei. Sobald meine Gefährtinnen gehen konnten, mussten sie nach Moskau. Ich fiel bei der Teilung einem Bojaren zu, der mich zu seiner Gärtnerin machte und mir täglich zwanzig Peitschenhiebe gab. Als aber nach zwei Jahren dieser Edelmann nebst dreißig anderen Bojaren infolge einer Hofstenkerei gerädert wurde, ersah ich meinen Vorteil und entfloh. Nachdem ich ganz Russland durchstrichen hatte, diente ich lange Zeit als Schenkmarkt in Riga, so dann in Rostock, in Wismar, in Leipzig, in Kassel, in Bremen, in Utrecht, in Leiden, im Haag, in Rotterdam. In Elend und Schande wurde ich alt, hatte dabei nur ein halbes Gesäß, und vergaß nie, dass ich die Tochter eines Papstes war. Hundertmal wollte ich mich umbringen, und dennoch trug die Liebe zum Leben, über diesen Entschluß beständig den Sieg davon. Diese lächerliche Schwäche ist vielleicht einer unserer traurigsten Triebe. Denn was gibt es Dümmeres, als sich fortwährend freiwillig mit einer Last zu schleppen, die man beständig zu Boden werfen möchte? Sein Dasein zu verabscheuen und sich doch daran festzuklammern? Die Schlange zu liebkosen, die uns verzehrt, bis sie uns das Herz abgefressen hat? In den Ländern, durch die mein Los mich trieb, und in den Schenken, wo ich diente, sah ich eine Unzahl von Menschen, die ihr Dasein verfluchten, Aber nur zwölf, die ihrem Elende freiwillig ein Ende machten, drei Neger, vier Engländer, vier Genfer und ein deutscher Professor namens Robeck. Zuletzt trat ich in Dienste bei dem Juden Don Isaschar. Er gesellte mich Ihnen als Duenia bei, mein schönes Fräulein. Ich knüpfte mein Geschick an das Ihre und beschäftigte mich seither mehr mit Ihren Abenteuern als mit meinen eigenen. Ich würde Ihnen selbst von meiner unglücklichen Vergangenheit schwerlich jemals ein Wort gesagt haben, Wenn Sie mich nicht ein wenig gereizt hätten, und wenn es nicht auf einem Schiffe üblich wäre, Einander Geschichten zu erzählen, um sich die Langeweile zu vertreiben. Schließlich nur so viel, mein liebes Fräulein. Ich habe Erfahrung. Ich kenne die Welt. Machen Sie sich einmal das Vergnügen. Ersuchen Sie jeden Passagier, Ihnen seine Geschichte zu erzählen. Und wenn ein einziger darunter ist, der nicht oft sein Leben verwünscht, Der nicht oft bei sich selbst gedacht hat, dass er der unglücklichste aller Menschen sei, So werfen Sie ihn. Kapitel 13 von Kandit oder die beste Welt Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Kandit oder die beste Welt von Voltaire Übersetzt von Adolf Ellissen 13. Kapitel Wie Kandit sich von der schönen Kunigunde und der Alten trennen mußte Nachdem die schöne Kunigunde die Geschichte der Alten gehört hatte, Er zeigte sie ihr alle Höflichkeit, Worauf ein Frauenzimmer von ihrem Range und ihren Verdiensten Anspruch machen konnte. Sie nahm ihren Vorschlag an und veranlaßte alle Passagiere nacheinander, Ihre Abenteuer zu erzählen. Kandit und sie bekannten, daß die Alte recht habe. Es ist recht schade, sprach Kandit, Daß der weise Pangloss gegen die Gewohnheit bei einem Autodafé gehängt wurde. Er würde uns über das physische sowie über das moralische Übel, Wovon Land und Meer erfüllt sind, herrliche Dinge sagen, Und ich fühlte mich jetzt vielleicht stark genug, In aller Ehrfurcht einige Einwürfe gegen sein System zu wagen. Während jeder seine Geschichte erzählte, Setzte das Schiff allgemach seinen Lauf fort, Und man trat endlich in Buenos Aires ans Land. Kunigunde, der Hauptmann Kandit, und die Alte Begaben sich zum Stadthalter, Don Fernando de Barra y Figueroa y Mascareñas y Lampurdos y Susa. Dieser Herr besaß einen Hochmut, Wie er von einem Herrn, der so viele Namen führte, zu erwarten war. Wenn er mit den Leuten sprach, So atmeten seine Worte die nobelste Geringschätzung, Und dabei trug er die Nase so hoch, Er hob die Stimme so unbarmherzig, Nahm einen so imposanten Ton an Und affektierte einen so stolzen Gang, Daß, wer ihn grüßte, In Versuchung geriet, Ihn durchzuprügeln. Er war mit einer wahren Wut Auf die Frauen versessen, Und Kunigunde schien ihm Das schönste Weib zu sein, Das er je gesehen. Das erste, was er tat, War die Frage, Ob sie mit dem Hauptmann vermählt sei. Das Gesicht, Welches er bei dieser Frage machte, Beunruhigte Kandid. Er wagte nicht, Das Fräulein für seine Frau auszugeben, Da sie es in der Tat nicht war. Ebenso wenig wagte er zu sagen, Daß sie seine Schwester sei, Da sie es auch nicht war, Und obgleich diese Notlüge Einst bei den Alten Sehr beliebt war Und den Neuen Nicht minder ersprießlich Hätte sein mögen, So war doch seine Seele zu rein, Um die Wahrheit zu verraten. »Fräulein Kunigunde«, Sprach er, »will mir die Ehre erzeigen, Mich zu heiraten, Und wir bitten, Eure Exzellenz untertänigst, Unsere Hochzeit ausrichten zu wollen.« Don Fernando di Barraa Y Figueroa Y Mascareñas Y Lampurdos Y Sousa Drehte seinen Schnurrbart in die Höhe, Lächelte höhnisch Und befahl dem Hauptmann Kandid, Hinzugehen Und seine Kompanie zu mustern. Kandid gehorchte. Der Stadthalter Blieb mit Fräulein Kunigunden allein. Er erklärte ihr seine Leidenschaft Und versicherte, Sie den anderen Tag Heiraten zu wollen, Angesichts der Kirche Oder anderweitig, Je nachdem es ihren Reizen Gefallen werde. Kunigunde erbart sich Eine Viertelstunde Bedenkzeit, Um sich mit der Alten zu beraten Und einen Entschluß zu fassen. »Liebes Fräulein«, Sprach die Alte zu Kunigunden, »Sie haben zweiundsiebzig Ahnen Und nicht einen Obolus. Es hängt nur von Ihnen ab, Die Gemahlin des größten Herrn In ganz Südamerika zu werden, Der noch dazu Einen herrlichen Schnurrbart hat. Und können Sie sich etwa Mit einer völlig probefesten Tugend brüsten? Sie haben der Gewalt der Bulgaren Nicht widerstehen können. Ein Jude und ein Großinquisitor Haben ihre Gunst genossen. Das Unglück gibt gewisse Rechte. Ich gestehe, Wäre ich an ihrer Stelle, So würde ich kein Bedenken tragen, Den Herrn Stadthalter zu heiraten Und den Herrn Hauptmann Kandid Glücklich zu machen.« Während die Alte In diesen Ratschlägen Die ganze Klugheit ihres Alters Und ihrer Erfahrung betätigte, Sah man ein kleines Schiff Im Hafen einlaufen. Es befand sich darauf Ein Alkade Nebst einigen Alguazils, Und man höre jetzt, Was geschehen war. Die Alte hatte ganz richtig erraten, Daß es ein Franziskaner Mit weiten Ärmeln war, Der während Kunigundens Eiliger Flucht mit Kandid In der Stadt Badajoz Ihr Geld Und ihre Kleinodien stahl. Der Mönch Wollte einige von den Edelsteinen An einen Juwelier verkaufen. Dieser erkannte sie Als das Eigentum Des Großinquisitors. Der Franziskaner Bekannte, Ehe er gehängt wurde, Wo er sie gestohlen hatte, Und bezeichnete die Personen, So wie den Weg, Den sie eingeschlagen. Kunigundens Und Kandids Flucht War bereits bekannt geworden. Man verfolgte ihre Spur Bis Kadix Und sandte von dort Ungesäumt ein Fahrzeug ab, Um ihnen nachzusetzen. Dies Schiff War jetzt im Hafen Von Buenos Aires Eingelaufen. Schnell verbreitete sich Das Gerücht, Ein Alkade stehe im Begriff, Ans Land zu kommen, Und man verfolge die Mörder Des Herrn Großinquisitors. Die kluge Alte Sah augenblicklich, Was zu tun war. »Sie können nicht fliehen,« Sprach sie zu Kunigunden. »Auch haben Sie nichts zu fürchten, Sie haben ja den Inquisitor Nicht tot gemacht, Und überdies wird der Stadthalter, Der sie liebt, Nicht zugeben, Daß man ihnen ein Haar krümmt. Bleiben Sie also!« Auf der Stelle eilte sie hierauf Zu Kandit. »Fliehen Sie!« Sprach sie. »Oder in einer Stunde Werden Sie verbrannt!« Es war kein Augenblick zu verlieren, Aber wie konnte er sich Von Kunigunden trennen, Und wie konnte er sich Von Kunigunden trennen, Kapitel 14 von Kandit oder die beste Welt Diese LibriVox-Aufnahme Ist in öffentlichem Besitz. Kandit oder die beste Welt Von Voltaire Übersetzt von Adolf Ellison Vierzehntes Kapitel Wie Kandit und Kakambo Von den Jesuiten in Paraguay Empfangen wurden Kandit hatte aus Kadix Einen Bedienten mitgenommen, Wie man an der spanischen Küste Und in den Kolonien Ihrer viele findet. Er war ein Viertel Spanier Von mestizischer Abkunft Aus Tucuman Und nacheinander Chorknabe, Küster, Matrose, Mönch, Eckensteher, Soldat Und Lakai gewesen. Er hieß Kakambo Und liebte seinen Herrn sehr, Da dieser ein sogar Herzensguter Mensch war. In größter Eile Sattelte er jetzt Die beiden andalusischen Pferde. »Sputen wir uns, lieber Herr, Folgen wir schnell Dem Rate der Alten, Auf und fort von hier, Ohne uns umzusehen.« Kandit Vergoß bittre Tränen. »O geliebte Konigunde, So muß ich dich gerade In dem Augenblick verlassen, Da der Herr Stadthalter Unsere Hochzeit ausrichten will. O Konigunde, Die mir vom anderen Ende Der Welt hierher folgte, Was wird aus dir werden?« »Werde aus ihr, Was draus werden kann,« Sprach Kakambo. »Die Weiber sind ihrer Selbst wegen nie in Verlegenheit. Gott sorgt für sie. Machen wir, Daß wir fortkommen.« »Wohin führst du mich? Was sollen wir ohne Konigunde anfangen?« Fragte Kandit. »Beim heiligen Jakob von Kompostela,« Versetzte Kakambo. »Sie wollten Gegen die Jesuiten In den Krieg ziehen? Jetzt wollen wir Für sie ins Feld rücken. Ich kenne die Wege So ziemlich. Ich will sie In ihr Reich führen. Die ehrwürdigen Väter Werden entzückt sein, Einen Offizier Bei sich zu sehen, Der sich auf das Bulgarische Manöver Versteht. Sie werden Ungeheures Glück machen. Wenn es einem In der einen Welt Nicht nach Wunsch geht, So findet man Seine Rechnung In der anderen. Kein größeres Vergnügen, Als was Neues zu sehen Und selbst zu beginnen. »Du warst also schon In Paraguay?« Fragte Kandit. »Ei, freilich!« Erwiderte Kakambo. »Ich war Küster Im Collegium von Asunción Und kenne die Regierung De los Padres Wie die Straßen von Cadix. Es ist etwas einziges, Diese Regierung. Das Reich hat schon Über zweihundert Meilen Im Durchmesser. Es ist in dreißig Provinzen geteilt. Los Padres Haben dort alles Und die Völker Nichts. Es ist das Meisterwerk Der Vernunft Und Gerechtigkeit. Ich wenigstens Kenne nichts Göttlicheres Als los Padres, Die hier die Könige Von Spanien Und Portugal bekriegen Und in Europa Ihre Beichtväter Abgeben Die hier Die Spanier Totschlagen Und ihnen In Madrid Die Himmelspforte öffnen. Das entzückt mich. Vorwärts! Sie werden Der glücklichste Mensch Auf Erden. Wie werden Sich nicht Los Padres Freuen, Wenn ein Hauptmann Zu ihnen kommt, Der bulgarisch Exerzieren kann? Sobald sie Den ersten Schlagbaum Erreicht hatten, Zeigte Kakambo Dem Vorposten an, Daß ein Hauptmann Den Herrn Kommandanten Zu sprechen verlange. Man meldete es Auf der Hauptwache. Kandid Und Kakambo Wurden hierauf Entwaffnet Und man Versicherte sich Ihrer beiden Andalusischen Pferde. Die Fremden Wurden durch eine In zwei Gliedern Aufgestellte Abteilung Fußvolk Hindurchgeführt. Am anderen Ende Der Gasse Stand Der Kommandant, Die dreieckige Mütze Auf dem Kopfe, Den Priesterrock Militärisch Zurückgeschlagen, Den Degen An der Seite Und Den Sponton In der Hand. Auf seinen Wink Umringen Vierundzwanzig Soldaten Die neuen Ankümmlinge. Der Unteroffizier Deutet ihnen an, Daß sie warten Müssen, Daß der Kommandant Sie nicht sprechen Kann, Da der ehrwürdige Pater Provinzial Nicht erlaubt, Daß ein Spanier Anders Als in seiner Gegenwart Den Mund öffne. Und Wo ist der ehrwürdige Pater Provinzial? Fragte Kakambo. Er hat sich Gleich, Nachdem er Messe gelesen, Auf die Parade Begeben, Erwiderte der Unteroffizier, Und ihr werdet Ihm erst In drei Stunden Die Sporen Küssen können. Aber, Sprach Kakambo, Der Herr Hauptmann, Der, So wie ich, Bald verschmachtet, Ist kein Spanier, Sondern ein Deutscher. Könnten wir Nicht einstweilen Ein Frühstück Einnehmen, Bis seine Hochwürden Erscheinen? Der Unteroffizier Statete sofort Dem Kommandanten Von dieser Anfrage Rapport ab. Gott sei Gelobt, Sprach dieser, Da er Ein Deutscher Ist, Kann ich ihn sprechen, Man führe ihn in Meine Laube. Sogleich Führt man Kandid In ein Gartenkabinett, Das mit Einer Sehr Geschmackvollen Kolonnade Von Grünem Marmor Und Gold Geschmückt Und Mit Einem Gitterwerk Umgeben War, Hinter Welchem Man Papageien, Kolibris, Fliegenvögel, Indianische Perlhühner Und Andere Seltene Vögel Erblickte. Ein Treffliches Frühstück Wurde In Goldenen Gefäßen Für sie Aufgetragen Und Während Die Eingeborenen Von Paraguay Auf Freiem Felde In Brennender Sonnenhitze Ihren Mais Aus Hölzernen Nepfen Aßen Trat Der Hochwürdige Paterkommandant In Die Laube. Es War Ein Sehr Schöner Junger Mann Mit Vollem Gesicht Ziemlich Weißem Teint Hoch Roten Wangen Lippen Und Ohren Hohen Augenbrauen Lebhaften Augen Und Stolzer Miene Worin Sich Jedoch Weder Der Stolz Eines Spaniers Noch Der Eines Jesuiten Aussprach Man Gab Candid Und Kakambo Ihre Waffen Zurück Die Man Ihnen Abgenommen Hatte So Wie Auch Ihre Beiden Andalusischen Pferde Kakambo Versorg Versorgte Sie Sie Nah Bei Der Laube Mit Hafer Und Verwandte Vorsichtshalber Kein Auge Von Ihnen Candid Küßte Erst Den Rock Zipfel Des Kommandanten Dann Setzten Sie Sich Zu Tisch Sie Sind Also Ein Deutscher Fragte Der Jesuit In Deutscher Sprache Ja Mein Hochwürdiger Vater Antwortete Candid Indem Beide Diese Worte Aussprachen Blieben Ihre Blicke Mit Dem Ausdruck Der Größten Überraschung Aufeinander Haften Und Sie Gerieten In Eine Bewegung Die Sie Nicht Zu Bemeistern Vermochten Und Aus Welcher Gegend Deutschlands Stammen Sie Fragte Der Jesuit Weiter Aus Dem Schmutzigen Westfalen Erwiderte Candid Ich wurde im Schlosse Tundertentronc Geboren Hilf Himmel Ist's Möglich Schrie Der Kommandant Welches Wunder Rief Candid Ihr Wert Es Sprach Der Kommandant Nein Es ist Nicht Möglich Sprach Candid Beide Sinken Auf Ihre Sessel Zurück Sie Umarmen Sich Sie Vergießen Ströme Von Tränen Wie Sie Wären Es Hochwürdiger Vater Sie Der Bruder Der Reizenden Kunigunde Sie Der Junker Der Von Den Bulgaren Umgebracht Wurde Sie Der Sohn Des Hochseligen Freiherrn Sie Jesuit In Paraguay Nein Man Man Muss Doch Gestehen Dass Diese Welt Ein Kurioses Ding Ist O Pangloss Pangloss Wie Würdest Du Dich Freuen Wenn Du Nicht Gehängt Wärst Auf Raten Sprach Kandid Wenn Ich Ihnen Sage Dass Fräulein Kunigunde Ihre Schwester Von Der Sie Glauben Man Habe Ihr Den Leib Aufgeschlitzt Sich Der Besten Gesundheit Erfreut Wo Ist Sie Wo In Ihrer Nähe Bei Dem Herrn Stadthalter In Buenos Aires Wohin Ich Kam Um Gegen Euch Jesuiten Ins Feld Zu Ziehen Jedes Wort Dieser Langen Unterhaltung Häufte Wunder Auf Wunder Ihre Ganze Seele Flog Auf Ihre Lippen Lauschte In Ihren Ohren Funkelte In Ihren Augen In Erwartung Der Rückkehr Des Hochwürdigen Pater Provinzial Saßen Sie Als Echte Deutsche Lange Bei Tafel Wobei Der Kommandant Seinem Lieben Kandid Folgender Mal Kapitel Kapitel 15 von Kandid oder Die Beste Welt Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Kandid oder Die Beste Welt von Voltaire Übersetzt von Adolf Ellissen Fünfzehntes Kapitel Wie Kandid den Bruder seiner geliebten Kunigunde umbrachte Zeitlebens wird mir der furchtbare Tag vor Augen stehen an dem ich meine Eltern in ihrem Blute schwimmen und meine Schwester der rohesten Gewalt unterliegen sah Als die Bulgaren fort waren fand man diese anbetungswürdige Schwester nicht Meine Mutter aber meinen Vater und mich nebst zwei Mägden und drei kleinen Jungen die sämtlich erwürgt waren warf man auf einen Karren um uns in einer Jesuiten Kapelle eine Meile vom Schlosse meiner Väter zu begraben Ein Jesuit besprengte uns mit Weihwasser Es war entsetzlich gesalzen Ein paar Tropfen davon kamen mir in die Augen Der Pater bemerkte daß mein Augenlid zuckte Er legte mir die Hand aufs Herz und fühlte es klopfen Man leistete mir Beistand und nach drei Wochen war mir nichts mehr anzusehen Ihr wißt lieber Kandid daß ich ein hübscher Junge war Ich wurde es noch mehr Auch fasste der hochwürdige Pater Krust der Superior des Hauses die zärtlichste Freundschaft für mich Er gab mir ein Novizen Kleid und einige Zeit darauf wurde ich nach Rom geschickt Der Pater General bedurfte einer Rekrutierung von jungen deutschen Jesuiten Die Herren in Paraguay ergänzen sich so wenig als möglich durch spanische Jesuiten sie geben dem Fremden den Vorzug da sie diese in strengere Abhängigkeit halten zu können glauben Ich wurde von dem hochwürdigen Pater General für tüchtig erachtet in diesem Weinberge des Herrn zu arbeiten Wir machten uns unserer drei auf den Weg ein Pole ein Tiroler und ich Bei meiner Ankunft wurde ich mit einem Subdiakonat und einer Leutnantsstelle begnadigt Jetzt bin ich Oberst und Priester Wir werden die Truppen des Königs von Spanien herzhaft empfangen und ich stehe euch dafür ein sie werden exkommuniziert und geschlagen werden Die Vorsehung sendet euch zu unserem Beistande hierher Aber ist es denn wahr daß meine geliebte Schwester Kunigunde in der Nachbarschaft bei dem Stadthalter von Buenos Eires verweilt Kandid schwur hoch und teuer daß nichts ausgemachter sei Ihre Tränen flossen von Neuem Der Freiherr wurde nicht müde Kandid in seine Arme zu schließen er nannte ihn seinen Bruder seinen Retter Ach teurer Kandid sprach er vielleicht ist es uns vorbehalten als Sieger in jene Stadt einzurücken und meine Schwester zu erlösen Das ist mein einziger Wunsch entgegnete Kandid denn ich rechnete darauf sie zu heiraten und ich hoffe dies noch wie übermütiger antwortete der Freiherr ihr ihr hättet die Unverschämtheit meine Schwester heiraten zu wollen die zwei und siebenzig Ahnen hat ich bewundere die freche Stirn womit ihr ein so verwegenes Vorhaben gegen mich auszusprechen wagt ganz versteinert durch diese Worte versetzte Kandid mein hochwürdiger Pater alle Ahnen in der Welt bleiben hier gänzlich aus dem Spiele ich habe ihre Schwester aus den Klauen eines Juden und eines Großinquisitors befreit sie ist mir ziemlich viele Verbindlichkeiten schuldig und sie will mich heiraten zudem sagte Magister Pangloss immer daß alle Menschen gleich sind und kurz und gut ich werde Konigunden jedenfalls heiraten das werden wir doch sehen schurke sprach der freie herr von tundertentronk in der jesuiten kappe und versetzte ihm zugleich mit der flachen klinge einen heftigen schlag ins gesicht im nämlichen Augenblick zieht Kandid seinen Degen und bohrt ihn bis ans Stichblatt dem freiherrlichen jesuiten durch den Leib sowie er ihn aber dampfend wieder herauszieht bricht er in Tränen aus ach barmherziger himmel schluchzt er ich habe meinen alten gebieter umgebracht meinen freund meinen schwager ich bin der beste mensch von der welt und habe nun doch schon drei menschen erschlagen und darunter noch obendrein zwei priester kakambo der am eingange der laube wache hielt eilte herbei es bleibt uns nichts weiter übrig als unser leben so teuer wie möglich zu verkaufen sprach sein herr zu ihm ohne zweifel wird man in die laube eindringen mit den waffen in der hand wollen wir sterben kakambo und wir werden die grenze im rücken haben ehe man uns nach setzen kann so sprechend flog er bereits blitzschnell davon indem er auf spanisch laut rief platz kapitel sechzehn von kandid oder die beste welt diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz kandid oder die beste welt von voltaire übersetzt von adolf elissen sechzehntes kapitel begebnisse der beiden reisenden mit zwei mädchen zwei affen und den wilden orechons kandid und sein diener hatten die grenzposten schon hinter sich und kein mensch im lager wußte noch etwas von dem tode des deutschen jesuiten der wachsame kakambo hatte sorge getragen seinen schnappsack mit brot schokolade schinken früchten und einigen maßen wein zu füllen sie vertieften sich mit ihren andalusischen pferden in ein unbekanntes land wo sie keinen gebahnten weg entdeckten endlich breitet sich eine schöne von bächen durchschnittene wiese vor ihnen aus unsere beiden wanderer lassen ihre gäule grasen und verschmausen kakambo fordert seinen herrn auf zuzulangen und geht ihm mit gutem beispiele voran ach sprach kandid wie kannst du mich nötigen schinken zu essen da ich den sohn des freiherrn erschlagen habe und mich verurteilt sehe die reizende kunigunde nie in meinem leben wieder zu erblicken wozu nützt es mir meine elenden tage noch zu verlängern da ich sie fern von ihr in gewissens qualen und verzweiflung hinschleppen muß und was wird das journal von trevaux dazu sagen während er so sprach ließ er sich's vortrefflich schmecken die sonne ging unter da hörten plötzlich die beiden verirrten zu wiederholten malen einen schwachen schrei der von weibern her zu rühren schien sie konnten nicht unterscheiden ob es ein geschrei des schmerzes oder der freude sei doch fuhren sie mit jener unruhe und ängstlichen spannung empor die in einem unbekannten lande auch der unbedeutendste umstand einflößt das geschrei rührte 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 zwei ganz nackten mädchen her die leichten fußes am rande der wiese hinliefen während zwei affen ihnen folgten und sie in die lenden bissen kandit 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 Er wollte fortfahren, aber die Worte versagten ihm, als er Er sah, wie die beiden Mädchen den toten Affen zärtlich um den Hals fielen, auf deren toten Körpern in Tränen zerflossen und die Luft mit dem schmerzlichsten Geschrei erfüllten. »So viel Herzensgüte hätte ich nicht erwartet,« sprach er endlich zu seinem Begleiter. »Wahrhaftig, Herr!« versetzte Kakambo. »Sie haben da ein schönes Meisterstück gemacht. Sie haben die Liebhaber der beiden Damen umgebracht.« »Ihre Liebhaber? Wäre es möglich? Du hast mich zum Besten, Kakambo. Das mach einem anderen weiß.« »Mein lieber Herr!« erwiderte Kakambo. »Sie wundern sich immer über alles. Wie können Sie es nur so seltsam finden, wenn es in einem oder dem anderen Lande Affen gibt, die sich der Gunst der Damen erfreuen? Es sind Viertels Menschen, so wie ich ein Viertel Spanier bin.« »Ach!« nahm Kandit wieder das Wort. »Ich erinnere mich wohl, vom Magister Pangloss gehört zu haben, daß vor Zeiten ähnliche Dinge vorkamen, daß solchen Mischungen die Ägypane, Faune und Satire ihr Dasein verdankten, und daß mehrere bedeutende Männer des Altertums dergleichen mit eigenen Augen gesehen. »Aber ich hielt das alles für eitel Fabeln.« »Sie müssen sich jetzt überzeugt haben,« sprach Kakambo, »dass es die reine Wahrheit ist, und Sie sehen, was für Streiche Leute machen, die nicht eine gewisse Erziehung erhalten haben. Ich fürchte nur, daß diese Damen uns garstige Händel über den Hals ziehen.« Diese ernsthaften Betrachtungen veranlassten Kandit, die Wiese zu verlassen und tiefer ins Dickicht einzudringen. Hier speiste er mit Kakambo zu Abend, und nach herzlichen Verwünschungen des Großinquisitors von Portugal, des Stadthalters von Buenos Aires und des Freiherrn, schliefen beide auf dem Mose ein. Bei ihrem Erwachen fühlten sie, daß sie sich nicht rühren konnten. Der Grund davon war, daß während der Nacht die Landeseingeborenen, die sogenannten Orechons, bei denen jene beiden Damen sie angezeigt, ihnen Arme und Beine mit Stricken von Baumrinde zusammengeknebelt hatten. Etwa fünfzig Orechons standen ganz nackt, mit Pfeilen, Keulen und steinernen Äxten bewaffnet, ringsumher. Einige kochten Wasser in einem ungeheuren Kessel, andere hielten Bratspieße in Bereitschaft, und alle schrien, »Ein Jesuit, ein Jesuit, wir wollen uns rächen, wir wollen gut leben, wollen Jesuitenfleisch fressen, juhe, Jesuitenfleisch!« »Hatte ich es Ihnen nicht gesagt, lieber Herr«, sprach Kakambo, »daß die beiden Mädchen uns einen schlimmen Streich spielen würden?« »Hilf Himmel«, schrie Kandid beim Anblick des Kessels und der Spieße, »sicher wird man uns kochen oder braten. Ach, was würde Magister Pangloss sagen, wenn er sähe, wie die reine Natur beschaffen ist? Alles ist gut, mag sein, aber ich gestehe, daß es sehr grausam ist, erst Fräulein Kunigunden zu verlieren und dann von den Orechons an den Bratspieß gesteckt zu werden.« Kakambo verlor nie den Kopf. »Verzweifeln Sie nicht«, ermutigte er den trostlosen Kandid, »ich verstehe mich einigermaßen auf das Kauderwelsch dieser Leute, ich will mit Ihnen reden.« »Vergiss nicht«, sprach Kandid, »Ihnen vorzustellen, welche abscheuliche Unmenschlichkeit es ist, Menschen in den Siedekessel zu stecken und welche unchristliche Gesinnung dies beurkundet.« »Meine Herren«, sprach Kakambo, »ihr rechnet also darauf, heute einen Jesuiten zu essen. Das ist sehr wohlgetan, nichts ist gerechter, als seine Feinde so zu behandeln. In der Tat lehrt uns das Naturrecht, unseren Nächsten zu töten, und so macht man es auch in der ganzen Welt. Wenn wir von dem Rechte, ihn zu verzehren, keinen Gebrauch machen, so unterlassen wir es nur, weil es uns sonst nicht an gutem Essen fehlt. Ihr aber habt nicht dieselben Hilfsquellen wie wir, und sicher tut man besser daran, seine Feinde selbst zu verspeisen, als die Frucht seines Sieges den Raben und Krähen zu überlassen. Aber, meine Herren, ihr werdet doch eure Freunden nicht essen wollen. Ihr glaubt, einen Jesuiten an den Spieß zu stecken, und es ist euer Verteidiger, der Feind eurer Feinde, den ihr braten wollt. Was mich betrifft, so bin ich in eurem Lande geboren. Der Herr hier ist mein Gebieter, und weit entfernt ein Jesuit zu sein. Hat er vielmehr eben einen Jesuiten erschlagen und sich mit seiner Beute geschmückt? Das ist die Ursache eures Missgriffs. Um euch zu überzeugen, dass ich euch die Wahrheit sage, nehmt seinen Rock, geht damit zum nächsten Grenzposten des Reichs de los Padres, und erkundigt euch, ob mein Herr nicht einen Jesuitenoffizier getötet hat. Das ist schnell getan. Ihr könnt uns dann immer noch essen. Wenn ihr findet, dass ich euch was vorgelogen habe. Habe ich euch aber die Wahrheit gesagt, so kennt ihr die Grundsätze des öffentlichen Rechts, die Sitten und die Gesetze, zu gut, um uns nicht Gnade angedeihen zu lassen. Die Orechons fanden diese Rede äußerst vernünftig. Sie sandten zwei angesehene Männer aus ihrer Mitte ab, um sich von der Wahrheit der Sache zu vergewissern. Die beiden Abgeordneten entledigten sich als verständige Leute ihres Auftrags und kamen bald mit guten Nachrichten wieder. Die Orechons banden hierauf ihre beiden Gefangenen los, erwiesen ihnen alle mögliche Höflichkeit, boten ihnen Mädchen an, gaben ihnen Erfrischungen und geleiteten sie bis an die Grenzen ihres Gebiets, wobei sie lustig schrien, er ist kein Jesuit, er ist kein Jesuit. Kandit wurde nicht müde, sich über die Ursache seiner Befreiung zu verwundern. »Welch ein Volk!« sprach er. »Welche Menschen! Welche Sitten! Hätte ich nicht das Glück gehabt, Fräulein Kunigundens Bruder durch und durch zu bohren, so wär ich ohne Gnade gefressen. Bei alledem ist aber doch die reine Natur nicht so übel, da diese Leute, statt mich zu fressen, mir tausenderlei Liebes und Gutes erwiesen, sobald sie ihrer Sache gewissern.« Kapitel 17 von Kandit oder die Beste Welt Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Kandit oder die Beste Welt von Voltaire Übersetzt von Adolf Ellissen Siebenzehntes Kapitel Ankunft Kandits und seines Dieners im Lande Eldorado und was sie dort sahen Als sie die Grenzen des Landes der Orechons erreicht hatten, sprach Kakambo zu Kandit, »Sie sehen, dass diese Hemisphäre nicht mehr taugt als die andere. Folgen Sie meinem Rat und lassen Sie uns auf dem kürzesten Wege nach Europa zurückkehren.« »Wir wollen uns nach Cayenne wenden«, sprach Kakambo. »Wir finden dort Franzosen, denen man ja in allen Weltteilen begegnet. Sie können uns weiterhelfen, und vielleicht wird der liebe Gott sich unser erbarmen.« Es war aber nicht so leicht, nach Cayenne zu kommen. Sie wußten wohl ungefähr, nach welcher Seite sie sich wenden mußten, allein überall legten Gebirge, Flüsse, Abgründe, Räuber und Wilde ihnen furchtbare Hindernisse in den Weg. Ihre Pferde starben vor Ermattung, ihr Mundvorrat war aufgezehrt. Einen ganzen Monat lebten sie von wilden Früchten und befanden sich endlich an dem, mit Kokosnussbäumen, die ihr Leben und ihre Hoffnungen hinhielten, bewachsenen Ufer eines kleinen Flusses. Kakambo, der immer mit so guten Ratschlägen wie die alte bei der Hand war, sprach zu Kandit, »Wir können nicht weiter, wir sind weit genug gegangen. Ich bemerke ein leeres Kanot am Ufer. Wir wollen es mit Kokosnüssen füllen, uns in diese kleine Barke werfen und uns dem Strom überlassen. Ein Fluß führt immer an bewohnte Örter. Wenn auch gerade nichts Erfreuliches unserer Hart, so werden wir doch auf etwas Neues stoßen.« »Wolan«, sprach Kandit, »wir wollen uns der Vorsehung empfehlen.« So schifften sie einige Stunden weit fort, zwischen Ufern, die bald blühend, bald dürr, bald flach, bald steil sich ihren Blicken darstellten. Der Fluß wurde immer breiter, bis er sich zuletzt unter einem Gewölbe fürchterlicher, himmelanstrebender Felsen verlor. Die Wanderer hatten die Verwegenheit, sich auch unter diesem Gewölbe der Strömung zu überlassen. Der hier in engem Raum eingezwängte Fluß trug sie mit reißender Schnelligkeit und furchtbarem Geräusch fort. Nach vierundzwanzig Stunden sahen sie das Tageslicht wieder, aber ihr Kanot zerschmetterte an den Klippen. Eine ganze Stunde weit mußten sie sich mühselig von Fels zu Felsen schleppen. Endlich eröffnete sich vor ihren Augen ein unermesslicher, von unübersteiglichen Bergen begrenzter Horizont. Das war sowohl für das Vergnügen als fürs Bedürfnis angebaut. Überall war das Nützliche mit dem Angenehmen vereint. Die Heerstraße bedeckten oder zierten vielmehr Wagen von herrlichem Bau und glänzendem Stoff, worin Männer und Weiber von vollendeter Schönheit saßen. Gezogen wurden sie von großen, roten Lamas, die an reißender Schnelligkeit die schönsten Rosse von Andalusien, Tetuan und Mekines übertrafen. »Nun«, sprach Kandid, »das ist denn doch ein Land noch schöner als Westfalen.« Bei dem ersten Dorfe, das sie erreichten, stieg er mit Kakambo ans Land. Einige mit Lumpen von Goldbrokat bedeckte Dorfkinder spielten am Eingange des Orts Abschlagen. Unsere beiden Leute aus der anderen Welt machten sich das Vergnügen, ihnen zuzusehen. Ihre Wurfsteine waren ziemlich breite, rundliche Stücke von gelber, roter und grüner Farbe und von eigentümlichem Glanz. Die Wanderer nahmen einige davon auf, und, siehe da, es war Gold, es waren Smaragden und Rubinen, deren Geringster den kostbarsten Zierat am Throne des großen Mogul würde abgegeben haben. »Ohne Zweifel«, sprach Kakambo, »sind das die Söhne des Königs dieses Landes, die da Abschlagen spielen?« In diesem Augenblick erschien der Dorfschulmeister, um die Kinder wieder in die Schule zu treiben. »Aha«, sprach Kandid, »das wird der Hofmeister der königlichen Familie sein.« Die kleinen Betteljungen machten sogleich ihrer Ergützlichkeit ein Ende und ließen ihre Wurfsteine, nebst allem, was sie sonst bei ihrem Spiel gebraucht hatten, auf der Erde liegen. Kandid hob sie auf, lief dem vermeinten Hofmeister nach und präsentierte sie ihm mit demütiger Gebärde, wobei er ihm durch Zeichen zu verstehen gab, daß ihre königlichen Hoheiten Dero-Gold und Edelsteine vergessen hätten. Der Schulmeister warf sie lächelnd zur Erde, betrachtete Kandid einen Augenblick mit großer Verwunderung von Kopf bis zu den Füßen und ging dann seines Weges. Die Reisenden ermangelten nicht, das Gold, die Rubinen und Smaragden zu sich zu nehmen. »Wo sind wir?« rief Kandid, »die Kinder des Königs müssen hierzulande gut erzogen werden, da man sie Gold und Edelsteine verachten lehrt.« Kakambo war diesmal nicht minder verwundert. Sie näherten sich endlich dem ersten Hause des Dorfs. Es glich in seiner Bauart einem europäischen Palaste. Eine Menge Leute drängten sich an der Tür und noch mehr im Hause selbst. Eine liebliche Musik erschallte und ein köstlicher Geruch duftete aus der Küche. Kakambo näherte sich der Türe und hörte, daß man Peruanisch sprach. Das war seine Muttersprache, denn jedermann weiß, daß er in einem Dorfe in Tucuman, wo man nur diese Sprache redete, geboren war. »Ich werde Ihnen als Dolmetscher dienen,« sprach er zu Kandid. »Lassen Sie uns hineingehen, hier ist ein Wirtshaus.« Sogleich ersuchten zwei Aufwärter und zwei Mädchen aus dem Gasthofe, die in Goldstoff gekleidet und deren Haare mit Bändern aufgeknüpft waren, die beiden an der Wirtstafel Platz zu nehmen. Man trug vier Suppenschalen, deren jede mit zwei Papageien angerichtet war, ferner einen gesottenen Kondor, der zweihundert Pfund wog, zwei gebratene Affen von vortrefflichem Geschmack, dreihundert Kolibris in einer Schüssel, sechshundert Fliegenvögel in einer anderen, sowie endlich verschiedene auserlesene Raguts und köstliches Pastetenwerk auf, alles in Schüsseln von einer Art Bergkristall. Die Aufwärter und Aufwärterinnen bedienten zugleich die Gäste mit verschiedenen aus Zuckerrohr bereiteten gebrannten Wassern. Die meisten Gäste waren Kaufleute und Kerner, die sich aber sämtlich durch die größte Höflichkeit auszeichneten. Mit der rücksichtsvollsten Bescheidenheit richteten sie einige Fragen an Kakambo und beantworteten die Seinen auf befriedigende Weise. Als das Mahl beendet war, glaubten Kandit und Kakambo, ihre Zeche reichlich zu bezahlen, indem sie zwei von den vorhin eingesteckten Goldstücken auf die Wirtstafel warfen. Der Wirt und die Wirtin brachen in ein Gelächter aus, daß sie sich die Seiten halten mußten. Endlich schöpften sie wieder Atem. »Liebe Herren«, sprach der Wirt, »wir sehen wohl, daß ihr Fremde seid, und wir sind an deren Anblick nicht gewöhnt. Verzeiht uns, daß wir das Lachen nicht lassen konnten, da ihr uns als Bezahlung die Steine von unserer Heerstraße anbotet. Ihr habt ohne Zweifel keine Landesmünze, aber das ist auch gar nicht nötig, um hier zu speisen. Sämtliche zur Erleichterung des Verkehrs angelegte Wirtshäuser werden auf Staatskosten unterhalten. Ihr seid hier schlecht bewirtet, denn unser Dorf ist arm und unbedeutend. An allen anderen Orten aber wird man euch empfangen, wie ihr es verdient.« Kakambo verdolmetschte seinem Herrn jedes Wort des Wirts, und Kandid hörte die Rede mit eben dem an Betäubung grenzenden Erstaunen an, womit sein Freund Kakambo sie ihm wiederholte. »Welch ein Land«, sprachen sie untereinander, »wovon man in der ganzen übrigen Welt nichts weiß, und wo die ganze Natur sich von der Unsern so himmelweit unterscheidet.« »Es ist vermutlich das Land«, setzte Kandid hinzu, »wo alles gut ist, denn notwendig muß es doch ein solches geben, und, was auch Magister Pangloss sagen mag, so merkt ich doch oft genug, daß Kapitel 18 von Kandid oder Die Beste Welt Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Kandid oder Die Beste Welt von Voltaire Übersetzt von Adolf Ellissen Achtzehntes Kapitel Was sie ferner im Lande Eldorado sahen Kakambo gab seinem Wirte seine volle Neugier zu erkennen, der aber sprach, »Ich bin nur ein unwissender Mann und befinde mich wohl dabei. Allein wir haben hier einen alten Herrn, der sich vom Hofe zurückgezogen hat, und der für den bestunterrichteten und zugleich für den mitteilsamsten Mann im ganzen Reiche gilt.« Sogleich führte er Kakambo zu diesem Greise. Kandid spielte hier nur die zweite Rolle und begleitete seinen Diener. Sie traten in ein sehr einfaches Haus, denn die Tür war nur von Silber und das Täfelwerk in den Zimmern nur von Gold, dabei aber von so geschmackvoller Arbeit, daß auch das reichste Getäfel es nicht verdunkelt hätte. Die Wände des Vorzimmers waren zwar nur mit Rubinen und Smaragden bekleidet, aber alles war so trefflich geordnet und eingerichtet, daß man darüber die fast übertriebene Einfachheit des Stoffs völlig vergaß. Der alte Herr empfing die beiden Fremden auf einem mit Kolibri-Federn gepolsterten Sofa und ließ ihnen Liköre in diamantenen Gefäßen vorsetzen. Hierauf befriedigte er ihre Neugier folgendermaßen. Ich bin hundertzweiundsiebzig Jahre alt und erfuhr von meinem seligen Vater, der Stallmeister des Königs war, die merkwürdigen Revolutionen Perus, wovon er Augenzeuge gewesen. Das Reich, worin wir uns befinden, ist der Stammsitz der Inkas, die es in höchst unkluger Weise verließen, um einen Teil der Welt zu unterjochen und die zuletzt von den Spaniern vernichtet wurden. Die Fürsten von ihrer Familie, die in ihrem Geburtslande blieben, waren weiser. Sie befahlen im Einverständnis mit dem ganzen Volke, daß kein Eingeborener jemals unser kleines Reich verlassen sollte. Und diesem Gesetze verdanken wir die Fortdauer unserer Unschuld und unserer Glückseligkeit. Den Spaniern war eine dunkle Kunde von unserm Lande zu Ohren gekommen. Sie nannten es El Dorado. Ja, ein Engländer, der Ritter Raleigh, kam sogar vor etwa hundert Jahren ziemlich in unsere Nähe. Allein in den uns umgebenden unübersteiglichen Felsen und Abgründen fanden wir bis jetzt einen sichern Schutz gegen die Raubgier der europäischen Nationen, die mit unbegreiflicher Wut auf die Kieselsteine und den Kot unseres Landes versessen sind, und die uns, um zum Besitz desselben zu gelangen, bis auf den letzten Mann niedermachen würden. Die Unterredung dauerte lange. Sie drehte sich um Regierungsformen, Sitten, Weiber, öffentliche Schauspiele und Künste. Endlich ließ Kandid, dessen Steckenpferd noch immer die Metaphysik war, durch Kakambo den Alten fragen, ob es in dem Lande eine Religion gäbe. Der Greis errötete. Wie, sprach er, könnt ihr daran zweifeln? Haltet ihr uns für Undankbare? Kakambo fragte hierauf bescheiden, zu welcher Religion man sich in El Dorado bekenne. Der Alte errötete abermals. Kann es denn zwei Religionen geben? sprach er. Wir bekennen uns, denke ich, zu der Religion der ganzen Welt. Wir beten Gott von Abend bis zum Morgen an. Betet ihr nur einen Gott an? fragte Kakambo, dessen Amt es war, Kandids Zweifel zu verdolmetschen. Offenbar, sprach der Greis, kann es weder zwei, noch drei, noch vier Götter geben. Ich gestehe, daß ihr Leute aus der andern Welt mitunter sehr seltsame Fragen tut. Kandid wurde nicht müde, den guten Alten ausfragen zu lassen. Er wollte wissen, wie man in El Dorado zu Gott bete. Wir beten gar nicht, wenn das Bitten heißt, erwiderte der Gute ehrwürdige Weise. Gott gab uns alles, was wir bedürfen. Wir danken ihm ohne Unterlass. Kandid war neugierig, El Doradosche Priester zu sehen, und ließ fragen, wo sie wären. Der gute Alte lächelte. Meine Freunde, sprach er, wir alle sind Priester. Der König und alle Hausväter singen jeden Morgen feierliche Dankgesänge, und fünf oder sechstausend Musiker begleiten sie. Wie, ihr habt hier keine Mönche, welche dozieren, disputieren, regieren, Ränke schmieden und die Leute, die nicht ihrer Meinung sind, verbrennen lassen? »Da müssten wir wahnsinnig sein«, sprach der Greis, »wir sind hier alle derselben Meinung und verstehen nicht, was ihr mit euren Mönchen sagen wollt.« Kandid hörte dies alles mit offenem Munde an und sprach bei sich selbst, »hier geht es doch ganz anders zu als in Westfalen und in dem Schlosse des Freiherrn.« Hätte unser Freund Pangloss, El Dorado gesehen, so würde er nicht länger behauptet haben, etwas Besseres, als das Schloss Tundertentronk, gebe es auf Erden nicht. Man muß reisen, das ist ausgemacht. Nach dieser langen Unterhaltung ließ der gute Alte eine Kutsche mit sechs Lamas bespannen und gab den beiden Reisenden zwölf seiner Diener mit, um sie nach Hofe zu geleiten. »Entschuldigt mich«, sprach er, »wenn mein Alter mich der Ehre beraubt, euch zu begleiten. Der König wird euch so aufnehmen, daß ihr mit seinem Empfange nicht unzufrieden sein werdet, und gewiß habt ihr Nachsicht mit den Gebräuchen des Landes, wenn einer oder der andere euch mißfallen sollte.« Kandid und Kakambo stiegen in die Kutsche, die sechs Lamas flogen davon, und in weniger als vier Stunden hielten sie vor dem Palast des Königs, am äußersten Ende der Hauptstadt. Das Portal desselben war zweihundert Fuß hoch und hundert Fuß breit. Für den Stoff, woraus es bestand, haben wir in unserer Sprache keine Benennung. Man kann daraus abnehmen, wie unendlich weit er den Sand und die Kiesel, die wir Gold und Edelsteine nennen, an Wert übertraf. Zwanzig schöne Mädchen von der Leibwache nahmen Kandid und Kakambo, als sie aus der Kutsche stiegen, in Empfang, führten sie ins Bad und bekleideten sie sodann mit Gewändern, deren Stoff ein Gewebe von Kolibridaunen war. Die hohen Kronbeamten und Beamtinnen führten sie hierauf nach dem gewöhnlichen Herkommen durch zwei Reihen von je tausend Musikern ins Zimmer seiner Majestät. Als sie sich dem Thronsaale näherten, fragte Kakambo einen Großbeamten, auf welche Weise man seine Majestät zu begrüßen habe, ob man sich auf die Knie oder der Länge nach auf den Bauch zu Boden werfe, ob man die Hände auf den Kopf oder auf den Hintern lege, ob man den Staub des Saales lecke, kurz, welche Zeremonie damit vorgeschrieben sei. »Es ist Sitte«, sprach der Großbeamte, »den König zu umarmen und auf beide Wangen zu küssen.« Kandid und Kakambo fielen demnach seiner Majestät um den Hals, der sie mit aller denkbaren Anmut empfing und höflich zum Abendessen einlud. Mittlerweile zeigte man ihnen die Stadt, die bis an die Wolken ragenden öffentlichen Gebäude, die mit tausend Säulen prangenden Märkte, die verschiedenen Springbrunnen, teils von reinem Quellwasser, teils von Rosenwasser, teils von Zuckerrohrextrakt, die beständig auf den großen Plätzen sprudelten, das Pflaster der Letztern endlich, welches aus einer Art von Edelsteinen bestand, die einen Geruch ähnlich dem der Gewürznelken und des Zimts verbreiteten. Kandid wünschte den Obergerichtshof, das Parlament zu sehen, man sagte ihm, dergleichen gebe es nicht, und Prozesse seien völlig unbekannt. Er erkundigte sich, ob keine Gefängnisse da wären, und es wurde verneint. Was ihn noch mehr überraschte und ihm die meiste Freude machte, war der Palast der Wissenschaften, worin er eine zweitausend Schritt lange Galerie sah, die ganz mit physikalischen Instrumenten angefüllt war. Nachdem sie in Verlauf des ganzen Nachmittags ungefähr den tausendsten Teil der Stadt sich flüchtig besehen hatten, führte man sie wieder zum König. Kandid setzte sich mit seiner Majestät, seinem Diener Kakambo und einigen Damen zu Tische. Von allem, was Kandid in Erstaunen setzte, war dies nicht das Geringste. Einen Monat verweilten sie in diesem gastfreundlichen Lande, doch dachte Kandid unaufhörlich an die Abreise. »Noch einmal, Freund«, sprach Erzuka Kambo, »das Schloss, wo ich geboren wurde, wiegt freilich das Land, wo wir jetzt sind, nicht auf. Aber alles erwogen ist doch Fräulein Kunigunde nicht hier, und du hast auch ohne Zweifel in Europa irgendwo ein Liebchen. Bleiben wir hier, so gelten wir hier nicht mehr wie die anderen. Kehren wir dagegen in unsere Welt zurück und bringen nur zwölf mit eldoradoschen Kieseln beladenen Lamas mit, so werden wir reicher sein als alle Könige zusammengenommen. Wir brauchen uns dann vor keinen Inquisitoren mehr zu fürchten, und können Fräulein Kunigundens leicht wieder habhaft werden.« Diese Rede gefiel Kakambo wohl. Man liebt so sehr die Veränderung, mag sich so gern bei den Seinigen geltend machen und mit dem, was man auf seinen Reisen gesehen, groß tun, dass die beiden Glücklichen beschlossen, es nicht mehr zu sein und sich von seiner Majestät verabschieden zu dürfen, baten. »Ihr begeht eine Torheit«, sprach der König, »ich weiß wohl, dass mein Land wenig zu bedeuten hat, aber wenn man sich irgendwo nur erträglich befindet, so sollte man da bleiben. Ich habe natürlich kein Recht, die Fremden zurückzuhalten. Das wäre eine Tyrannei, die weder in unseren Sitten noch in unseren Gesetzen liegt. Alle Menschen sind frei. Reist, wann ihr wollt. Allein unser Land zu verlassen, hat seine großen Schwierigkeiten. Unmöglich könnt ihr den reißenden Strom wieder hinaufschwimmen, auf dem ihr wie durch ein Wunder angekommen seid und der unter den Felsgewölben dahin fließt. Die Berge, die mein ganzes Reich einschließen, sind zehntausend Fuß hoch und steil wie die Mauern. Jeder nimmt in der Breite einen Raum von mehr als zehn Stunden ein, und nur über Abgründe kann man auf der anderen Seite hinuntersteigen. Da ihr indessen durchaus darauf besteht, abzureisen, will ich den Oberaufsehern des Maschinenwesens befehlen, eine Maschine anfertigen zu lassen, die euch bequem hinüberheben könne. Wenn man euch auf der anderen Seite der Berge wird abgesetzt haben, kann niemand euch weiter begleiten, denn meine Untertanen haben ein Gelübde getan, nie ihren Bereich zu überschreiten, und sie sind zu klug, um diesen Eid zu brechen. Verlangt übrigens von mir, was euer Herz begehrt. »Wir ersuchen eure Majestät«, sprach Kakambo, »nur um einige Lamas, die wir mit Lebensmitteln sowie mit Kieseln und dem Kote des Landes zu beladen bitten.« Der König lachte. »Ich begreife nicht«, sprach er, »welchen Geschmack ihr Leute aus Europa an unserem Gelben Kote findet. Nehmt indessen davon mit, so viel ihr wollt, und möge es euch wohl bekommen.« Auf der Stelle erteilte er seinen Mechanikern Befehl, eine Maschine zu verfertigen, um die beiden außerordentlichen Menschen aus dem Lande zu winden. Drei tausend tüchtige Physiker arbeiteten daran. Nach vierzehn Tagen war sie fertig und kosteten nur zwanzig Millionen Pfund Sterling Landesmünze. Man setzte Kandid und Kakambo auf die Maschine und außer ihnen zwei gesattelte und gezäumte große rote Lamas, um ihnen als Reitpferde zu dienen, sobald sie die Berge hinter sich hätten. Ferner zwanzig Saumlamas, die mit Lebensmitteln beladen waren, dreißig, welche Geschenke, bestehend in den seltensten und merkwürdigsten Gegenständen des Landes, trugen, und fünfzig endlich mit Gold, Edelsteinen und Diamanten. Der König umarmte die beiden Vagabunden zärtlich. Ihre Abreise und die sinnreiche Art, wie sie und ihre Lamas über die Berge gehisst wurden, gewährte ein anziehendes Schauspiel. Die Physiker nahmen von ihnen Abschied, sobald sie in Sicherheit waren, und Kandid hatte jetzt keinen anderen Wunsch und keinen anderen Zweck mehr, als Fräulein Kunigunden seine Lamas zu Füßen zu legen. »Wir haben genug«, sprach er, »um den Stadthalter von Buenos Aires zu bezahlen, wenn es überhaupt für Kunigunden einen Preis geben kann. Wir wollen jetzt machen, daß wir nach Cayenne kommen, uns dort einschiffen, und dann werden wir ja sehen.« Kapitel 19 von Kandid oder Die Beste Welt Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Kandid oder Die Beste Welt von Voltaire Übersetzt von Adolf Ellison Neunzehntes Kapitel Was ihnen in Surinam widerfuhr und wie Kandid mit Martin bekannt wurde Die erste Tagereise unserer beiden Wanderer war ganz angenehm. Ihren Mut befeuerte der Gedanke, daß sie sich im Besitz von größern Schätzen befanden, als Asien, Europa und Afrika zusammen aufbringen könnten. Kandid schrieb in seinem Entzücken Kunigundens Namen in die Bäume. Am zweiten Tage blieben zwei ihrer Lamas im Moraste stecken und gingen samt ihrer Ladung unter. Zwei andere starben einige Tage später vor Ermattung. Sieben oder acht kamen demnächst vor Hunger in einer Wüste um. Andere stürzten nach einigen Tagen in Abgründe. Endlich, nachdem sie etwa hundert Tage gereist waren, blieben ihnen nur noch zwei Lamas. Du siehst, mein Freund, sprach Kandid zu Kakambo, wie vergänglich die Schätze dieser Welt sind. Nichts ist dauernd als die Tugend und das Glück, Fräulein Kunigunde wiederzusehen. Ich gestehe es, sprach Kakambo, doch bleiben uns noch zwei Lamas mit mehr Schätzen, als der König von Spanien je besitzen wird. Und in der Ferne sehe ich eine Stadt, die ich nur für Surinam, eine Kolonie der Holländer, halten kann. Wir stehen am Ende unserer Mühseligkeiten und auf der Schwelle unseres Glücks. Indem sie sich der Stadt näherten, trafen sie auf einen Neger, der auf den Boden hingestreckt lag und nur noch die Hälfte seiner Kleidung, eines blauleinenden Schurzes, hatte. Dem armen Mann fehlte das linke Bein und die rechte Hand. »Ei, barmherziger Gott! Freund!« redete Kandid ihn in holländischer Sprache an. »Was machst du da in einem so schauderhaften Zustande?« »Ich warte auf meinen Herrn, den großen Kaufmann Miner van der den Dürr,« antwortete der Neger. »Und hat Miner van der den Dürr dich so behandelt?« fragte Kandid weiter. »Ja, Herr,« sprach der Neger, »das ist so gebräuchlich. Man gibt uns zur Bekleidung zweimal im Jahre einen leinenden Schurz. Wenn wir in den Zuckersiedereien arbeiten und das Mühlrad faßt unseren Finger, so haut man uns den Arm ab. Wenn wir entlaufen wollen, so haut man uns ein Bein ab. Ich habe mich in beiden Fällen befunden. Um diesen Preis esst ihr den Zucker in Europa.« »Und doch«, sagte mir meine Mutter, als sie mich an der Küste von Guinea um zehn patagonische Thaler verkaufte, »liebes Kind, segne unsere Fetische, bete sie jederzeit an, sie werden dich glücklich machen. Du hast jetzt die Ehre, unseren gnädigen Herrn, den Weißen, zu gehören, und machst dadurch das Glück deines Vaters und deiner Mutter.« »Ich weiß nicht, ob ich ihr Glück gemacht habe, aber so viel ist gewiß, daß sie nicht das meine machten.« Die Hunde, Affen und Papageien sind nicht den tausendsten Teil so schlecht daran wie ich. Die holländischen Fetische, die mich bekehrten, sagen alle Sonntage, daß wir alle, weiße und schwarze, Kinder Adams sind. Ich verstehe mich nicht auf Geschlechtsregister, aber wenn diese Prediger die Wahrheit sagen, sind wir samt und sonders Geschwisterkinder. Nun werdet ihr mir aber zugeben, daß man seine Verwandten nicht schrecklicher behandeln kann.« »O Pangloss«, rief Kandit, »von solcher Abscheulichkeit hattest du keine Ahnung.« »Es ist genug, ich muß endlich deinem Optimismus entsagen.« »Was ist das, Optimismus?« fragte Kakambo. »Ach«, sprach er, »es ist die Raserei, zu behaupten, daß alles gut ist, wenn es einem so schlecht als möglich geht.« Und er vergoß Tränen beim Anblick seines Negers, und weinend betrat er die Straßen von Surinam. Das erste, wonach sie sich erkundigten, war, ob kein Schiff im Hafen liege, welches man nach Buenos Aires senden könne. Der Mann, an den sie sich wandten, war eben ein spanischer Schiffspatron, der sich erbot, einen billigen Handel mit ihnen zu schließen. Es wurde eine Zusammenkunft in einem Wirtshause verabredet. Kandit und Kakambo erwarteten ihn dort mit ihren beiden Lamas. Kandit, dem das Herz immer auf der Zunge saß, erzählte dem Spanier alle seine Abenteuer und machte auch kein Hehl aus seinem Vorsatz, Fräulein Kunigunde zu entführen. »Da werde ich mich wohl hüten, euch nach Buenos Aires zu bringen,« sprach der Patron. »Die Söhne Kunigunde ist die erste Geliebte seiner Exzellenz.« Das war ein Donnerschlag für Kandit. Er weinte lange. Endlich nahm er Kakambo beiseite. »Höre, lieber Freund,« sprach er, »was du tun sollst. Wir haben jeder für fünf bis sechs Millionen Diamanten in der Tasche. Du bist gewandter als ich. Geh du hin und hole Fräulein Kunigunde von Buenos Aires. Wenn der Stadthalter Schwierigkeiten macht, gib ihm eine Million, und, wenn er auch dann noch nicht daran will, zwei Millionen. Du hast keinen Großinquisitor getötet. In dich wird man kein Misstrauen setzen. Ich will derweil ein anderes Schiff mieten und dich in Venedig erwarten. Das ist ein freies Land, und man braucht sich dort weder vor Bulgaren noch vor Avaren, weder vor Inquisitoren noch Juden zu fürchten.« Kakambo billigte diesen weisen Entschluß. Er war zwar in Verzweiflung, sich von einem so guten Herrn, der sein vertrauter Freund geworden war, trennen zu sollen, allein das Vergnügen, ihm nützlich zu sein, überwog doch den Schmerz, ihn zu verlassen. Sie umarmten sich unter Tränen. Kandid empfahl ihm dringend, die gute Alte nicht zu vergessen. Kakambo ging noch denselben Tag unter Segel. Es war doch ein kreuzbraver Mensch, dieser Kakambo. Kandid blieb noch eine Zeit lang in Surinam und wartete auf einen anderen Schiffspatron, um ihn und die beiden ihm noch übrig gebliebenen Lamas nach Italien zu bringen. Er nahm mehrere Bedienten an und versah sich mit allem, dessen er zu einer so weiten Reise bedurfte. Endlich meldete sich Miner van der Dendur, der Besitzer eines großen Schiffes. »Wie viel verlangen Sie dafür?« fragte er diesen, »wenn Sie mich, meine Leute, mein Gepäck und diese beiden Lamas auf dem kürzesten Wege nach Venedig bringen?« Der Patron forderte zehntausend Piaster. Kandid schlug auf der Stelle ein. »Hoho!« sprach der kluge van den Dürr bei sich selbst. »Der Fremde gibt zehntausend Piaster, ohne sich nur zu besinnen. Der muß ja entsetzlich reich sein.« Und gleich ging er wieder hin und bedeutete Kandid, daß er die Reise nicht unter zwanzigtausend Piaster machen könne. »Schon gut, ich will sie Ihnen geben,« sprach Kandid. »Ei, der tausend!«, denkt der Kaufmann. »Dieser Mensch verzieht bei zwanzigtausend Piastern so wenig das Gesicht wie bei zehn.« Und er kam noch einmal zurück und erklärte, unter dreißigtausend Piaster sei es ihm nicht möglich, die verlangte Fahrt nach Venedig zu machen. »So sollen Sie denn dreißigtausend haben?«, antwortete Kandid. »Hoho!«, denkt jetzt der holländische Kaufmann, »dreißigtausend Piaster sind dem Menschen Pomade. Ganz bestimmt tragen die beiden Hammel unermessliche Schätze. Wir wollen's jetzt gut sein lassen. Wollen erst die dreißigtausend Piaster einsacken? Und dann werden wir ja sehen.« Kandid verkaufte zwei kleine Diamanten, deren Kleinster mehr wert war, als die ganze Forderung des Schiffspatrons betrug. Er bezahlte diesen im Voraus. Die beiden Lamas wurden vorläufig eingeschifft. Kandid folgte in einem kleinen Fahrzeuge, um das Schiff auf der Rede zu besteigen. Da nimmt der Patron den rechten Zeitpunkt wahr, spannt alle Segel auf, lichtet die Anker, der Wind begünstigt ihn, und bald hat der bestürzt und verblüfft nachblickende Kandid ihn aus den Augen verloren. »Ach!« rief er, »das ist ein Streich würdig der alten Welt!« In tiefen Schmerz versenkt kehrte er ans Ufer zurück, hatte er doch verloren, was zwanzig Monarchen hätte beglücken können. Er begab sich zu einem holländischen Richter und klopfte in seiner Aufregung heftig an die Tür. Er trat ein, trug sein Abenteuer vor und sprach dabei etwas lauter, als gerade nötig war. Der Richter diktierte ihm darauf vor allem eine Buße von zehntausend Piastern. Sodann hörte er ihn geduldig an, versprach ihm, die Sache zu untersuchen, sobald der Kaufmann wieder da sein werde, und ließ sich dafür anderweitige zehntausend Piaster Gerichtskosten bezahlen. Dies Verfahren setzte Kandid vollends in Verzweiflung. Er hatte zwar tausendmal härtere Leiden erduldet, allein die Kaltblütigkeit des Richters und des Schiffpatrons, der ihn bestohlen hatte, entzündete seine Galle und versenkte ihn in schwarze Melancholie. Die Bosheit der Menschen stellte sich seinem Geiste in ihrer ganzen Häßlichkeit dar, ernährte sich nur mit traurigen Vorstellungen. Endlich mietete er, da er keine mit Diamanten beladene Lamas mehr einzuschiffen hatte, auf einem französischen Fahrzeuge, das gerade im Begriff stand, nach Bordeaux abzusegeln, eine Kajüte zu billigem Preise und ließ in der Stadt bekannt machen, daß er für einen Hornettenmann, der die Reise machen wolle, Kost und Überfahrt bezahlen und ihm überdies zweitausend Piaster geben wolle, vorausbedungen, daß derselbe der unglücklichste und seiner Lage überdrüssigste Mensch in der ganzen Provinz sei. Es meldete sich eine solche Menge von Bewerbern, daß eine Flotte sie nicht hätte fassen können. Kandid traf unter den Leuten, deren Unglück am augenfälligsten war, eine Auswahl von etwa zwanzig Personen, die ihm die umgänglichsten zu sein schienen und die sämtlich den Vorzug zu verdienen behaupteten. Er versammelte sie in seinem Wirtshause und behielt sie zum Abendessen, unter der Bedingung, daß jeder sich eidlich verpflichtete, treu seine Geschichte zu erzählen, wobei er versprach, denjenigen auszuwählen, der ihm als der Unglücklichste und dessen Unzufriedenheit mit seiner Lage ihm als die Bestbegründete erscheinen werde. Die übrigen wolle er durch ein freiwilliges Geschenk entschädigen. Die Sitzung dauerte bis vier Uhr morgens. Bei der Anhörung der Abenteuer dieser Leute erinnerte Kandid sich lebhaft der Worte der Alten auf dem Wege nach Buenos Aires und ihre Wette, daß sich niemand auf dem Schiffe befände, der nicht die bittersten Leiden erlebt habe. Bei jeder Begebenheit, die man ihm erzählte, dachte er zugleich an Pangloss. »Der Pangloss,« sprach er, »würde doch sehr in Verlegenheit geraten, sein System hier durchzuführen. Ich möchte wohl, daß er da wäre. Gewiß, wenn alles gut geht, so ist das nur von Eldorado zu verstehen und nicht von der übrigen Welt.« Endlich entschied er sich zugunsten eines armen Gelehrten, der zehn Jahre lang für die Buchhändler in Amsterdam gearbeitet hatte. Er war der Ansicht, daß man unmöglich irgendeines Gewerbes in der Welt überdrüssiger sein könne. Dieser Gelehrte, der überdies ein recht guter Mensch war, hatte eine Frau gehabt, die ihn bestohlen, einen Sohn, der ihn geschlagen, und eine Tochter, die ihn verlassen hatte, indem sie sich von einem Portugiesen entführen ließ. Er war jetzt gerade eines kleinen Amtes, wovon er kümmerlich lebte, entsetzt worden, und die Prediger in Surinam verfolgten ihn, weil sie ihn für einen Sozinianer hielten. Freilich waren die übrigen wenigstens ebenso unglücklich wie er, allein Kandid hoffte, der Gelehrte werde ihm unterwegs am besten die Zeit vertreiben. Alle seine Nebenbuhler beschuldigten Kandid der größten Ungerechtigkeit, doch er stellte sie zufrieden, indem er jedem hohen Kapitel 20 von Kandid oder die beste Welt Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Kandid oder die beste Welt von Voltaire Übersetzt von Adolf Ellissen Zwanzigstes Kapitel Was Kandid und Martin auf dem Meere begegnete Kandid schiffte sich also mit dem alten Gelehrten, der sich Martin nannte, nach Bordeaux ein Beide hatten viel gesehen und viel gelitten Und hätte das Schiff von Surinam ums Vorgebirge der guten Hoffnung bis nach Japan segeln sollen, so würde ihnen auf der ganzen Reise für ihre Unterhaltung über das Böse in der physischen und in der moralischen Welt der Stoff nicht ausgegangen sein. Indessen hatte Kandid vor Martin noch immer einen großen Vorteil Er hoffte, Fräulein Kunigunde wiederzusehen Und Martin hatte nichts in der Welt mehr zu hoffen Er besaß überdies eine Menge Gold und Diamanten Und obgleich er hundert große rote Lamas, die mit den größten Schätzen der Erde beladen waren, verloren hatte Obgleich ihm die Spitzbüberei des holländischen Schiffspatrons fortwährend am Herzen nagte So gab es doch, wenn er an das, was ihm geblieben war, dachte und von Kunigunden sprach, besonders gegen das Ende der Mahlzeit, noch Augenblicke, wo er sich zu Panglossens System hinneigte »Wie steht es denn mit Ihnen, Herr Martin?«, fragte er den Gelehrten »Was halten Sie von dem allen? Was ist Ihre Ansicht über das Böse in der physischen und in der moralischen Welt?« »Herr«, erwiderte Martin, »unsere Pfaffen beschuldigten mich des Sozinianismus Das wahre an der Sache aber ist, dass ich ein Manichäer bin« »Sie wollen mich zum Besten haben«, sprach Kandit »Es gibt ja längst keine Manichäer mehr in der Welt« »Doch, mich selbst, wie Sie sehen«, war Martins Antwort »Ich weiß nicht, was ich tun soll, aber ich kann mich zu keiner anderen Lehre bekennen« »Sie müssen den Teufel im Leibe haben«, sprach Kandit »Er mischt sich so stark in die Angelegenheiten dieser Welt«, versetzte Martin »Dass er vielleicht so gut in meinem Leibe hausen könnte, als an allen anderen Orten« »Aber ich gestehe Ihnen«, werfe ich einen Blick auf diesen Erdball oder vielmehr auf dies Bällchen »So kann ich mich der Annahme nicht erwehren, dass Gott ihn irgendeinem bösartigen Wesen preisgegeben hat« »Wobei ich übrigens Eldorado jederzeit ausnehme« »Ich kenne keine Stadt, die nicht den Ruin der Nachbarstadt wünschte, keine Familie, die nicht diese oder jene andere Familie ausrotten möchte« »Überall fluchen die Schwachen den Mächtigen, vor denen sie im Staube kriechen, und werden von ihnen behandelt wie Herden, deren Wolle und Fleisch man verkauft« »Millionen Mörder durchziehen regimenterweise Europa von einem Ende bis zum anderen, um überall durch Raub und Totschlag, aber alles nach geregelter Disziplin, ihr Brot zu verdienen, weil es kein ehrenhaftes Gewerbe gibt« »Und in den Städten, die sich des Friedens zu erfreuen scheinen und wo die Künste blühen, werden die Menschen mehr von Neid, Sorge und Unruhe gequält, als eine belagerte Stadt Kriegsplagen auszustehen hat« »Der geheime Kummer ist noch grausamer als das öffentliche Elend« »Mit einem Wort, ich habe so viel gesehen und erduldet, dass ich zum Manichäer geworden bin« »Es gibt aber doch auch Gutes in der Welt«, sprach Kandid »Kann sein«, versetzte Martin »Aber ich kenne es nicht« Während sie noch disputierten, hörte man Kanonendonner in der Ferne. Mit jedem Augenblick verdoppelte sich das Getöse. Jeder griff zu seinem Fernrohr. Man entdeckte in einer Entfernung von etwa drei Meilen zwei in hitzigem Gefecht begriffene Schiffe. Der Wind brachte beide dem französischen Schiffe so nahe, dass man das Vergnügen hatte, dem Kampfe in aller Bequemlichkeit zuzuschauen. Endlich ließ das eine Schiff dem anderen eine so tief und wohlgezielte Ladung zukommen, dass dasselbe dadurch in den Grund gebohrt wurde. Kandid und Martin sahen deutlich etwa hundert Menschen auf dem Verdeck des untergehenden Schiffes. Sie erhoben sämtlich die Hände zum Himmel und stießen dabei ein furchtbares Jammergeschrei aus. Einen Augenblick darauf war alles von den Wogen verschlungen. »Da sehen Sie nun«, sprach Martin, »wie die Menschen sich einander behandeln.« »Es ist wahr«, erwiderte Kandid, »hier scheint allerdings teuflischer Einfluss im Spiele zu sein.« Indem er so sprach, bemerkte er einen glänzend roten, sonst aber nicht genau zu erkennenden Gegenstand, der sich in der Nähe des Schiffes auf den Wellen trieb. Man setzte die Schaluppe aus, um zu sehen, was es wohl sein möchte, und siehe da, es war eins seiner Lamas. Kandids Freude über das Wiederfinden dieses Tieres war größer als seine Betrübnis über den Verlust jener Hundert, die mit großen Diamanten aus Eldorado beladen gewesen waren. Der französische Kapitän erkannte bald in dem Kapitän des siegreichen Schiffes einen Spanier und erfuhr, daß der des Versunkenen ein holländischer Seeräuber gewesen, und zwar derselbe, der unseren Kandid bestohlen hatte. Die unermesslichen Schätze, deren der Bösewicht sich bemächtigt hatte, lagen mit ihm im Schoße des Meeres begraben, und nur das eine Lama war glücklich davongekommen. »Sie sehen,« sprach Kandid zu Martin, »daß doch das Verbrechen nicht immer ungestraft bleibt. Diesen Schurken von holländischen Schiffspatron hat sein verdientes Los ereilt. »Allerdings,« versetzt Martin, »aber mußten auch die unschuldigen Passagiere auf seinem Schiffe mit ihm umkommen? Gott hat diesen Schelm gestraft, und der Teufel die übrigen ersäuft.« Inzwischen setzten das französische und spanische Schiff ihren Lauf fort, sowie Kandid seine Unterhaltungen mit Martin. Sie disputierten vierzehn Tage lang in einem Fort und waren am vierzehnten Tage so weit als am ersten. Aber sie sprachen doch, sie teilten sich ihre Gedanken mit, sie trösteten sich. Kandid liebkoste sein Lama. »Da ich dich wiedergefunden habe,« sprach er. Kapitel 21 von Kandid oder die Beste Welt Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Kandid oder die Beste Welt von Voltaire Übersetzt von Adolf Ellissen Einundzwanzigstes Kapitel Kandid und Martin nähern sich der Küste von Frankreich und philosophieren darüber. Man entdeckte endlich die französische Küste. »Waren Sie schon in Frankreich, Herr Martin?« fragte Kandid. »Ja«, erwiderte Martin, »ich habe mehrere Provinzen durchstreift. In einigen ist die Hälfte der Einwohner blödsinnig, in anderen ist man nur zu schlau, wieder in anderen insgemein ziemlich sanftmütig und ziemlich dumm. In noch andern endlich spielt man den Schöngeist, und in allen hält man die Liebe für die erste und wichtigste Beschäftigung, die Verleumdung für die zweite und leeres, einfältiges Geschwätz für die dritte. Aber, Herr Martin, haben Sie auch Paris gesehen? »Ja, ich habe Paris gesehen. Es hat von allem etwas. Es ist ein Chaos, eine Presse, wo jedermann die Freude sucht und fast keiner sie findet, wie es mir wenigstens vorkam. Ich habe mich dort nur kurze Zeit aufgehalten. Gleich bei meiner Ankunft stahlen mir Taschendiebe auf der Messe zu Saint-Germain alles, was ich hatte. Man sah mich darauf selbst für einen Dieb an und setzte mich auf acht Tage ins Gefängnis. Als ich wieder frei war, wurde ich Korrektor in einer Druckerei, um nur so viel zu verdienen, dass ich zu Fuß nach Holland zurückkehren konnte. Ich habe den schriftstellerischen, den ränkeschmiedenden und den konvulsionären Pöbel kennenlernen. »Es soll auch sehr höfliche Leute in der Stadt geben. Hm, ich will es glauben.« »Was mich betrifft,« sprach Kandid, »so verspüre ich keine sonderliche Neugier, Frankreich zu sehen. Sie können sich leicht denken, dass einem, der einen Monat in Eldorado verlebt hat, wenig daran gelegen sein kann, außer Fräulein Kunigunden noch irgendetwas auf Erden zu sehen.« »Sie will ich in Venedig erwarten. Wir wollen Frankreich durcheilen, um schnell nach Italien zu kommen. Sie begleiten mich doch?« »Sehr gern«, antwortete Martin. »Man sagt zwar, Venedig sei nur gut für die venezianischen Nobili. Indessen sollen doch die Fremden dort eine sehr gute Aufnahme finden, wenn sie viel Geld haben. Ich habe keins, aber Sie haben dafür desto mehr. Ich will Ihnen folgen, wohin Sie auch gehen. Auf dem Lande ist's mir überall schlecht genug ergangen. Warum sollte ich nicht zu guter Letzt noch den Versuch machen, ob es in einer Stadt mitten im Meere nicht besser geht?« »Da fällt mir ein«, sprach Kandid, »glauben Sie wohl, dass die Erde ursprünglich ein Meer gewesen ist, wie in dem dicken Buche unseres Kapitäns behauptet wird?« »Kein Wort, glaube ich, davon«, erwiderte Martin, »so wenig wie alle jene Träumereien, die uns seit einiger Zeit aufgetischt werden.« »Aber wozu ist sie denn nur erschaffen?«, fragte Kandid. »Uns Rasen zu machen«, versetzte Martin. »Wundern Sie sich nicht«, fuhr Kandid fort, »über die Liebe der beiden Mädchen im Lande der Orechons zu den beiden Affen, wovon ich Ihnen erzählte?« »Nicht dem Geringsten«, antwortete Martin. »Ich sehe gar nicht, wo das Sonderbare bei dieser Leidenschaft stecken soll. Ich habe so viel Wunderbares gesehen, dass es nichts Wunderbares mehr für mich gibt.« »Glauben Sie«, fragte Kandid, »daß die Menschen sich von jeher niedergemetzelt haben wie jetzt? »Daß von jeher Lug und Trug, Treubruch und Undankbarkeit, Räuberei, Schwäche, Wankelmut, Feigheit, Missgunst, Schwelgerei, Trunksucht, Habgier, Ehrgeiz, Blutdurst, Verleumdung, Unzucht, Fanatismus, Heuchelei und Dummheit sie beherrschten?« »Glauben Sie«, entgegnete Martin, »daß die Sperber von jeher die Tauben fraßen, wenn sie ihrer Habhaft werden konnten?« »Ohne allen Zweifel«, war Kandids Antwort. »Nun dann«, sprach Martin, »wenn die Sperber immer denselben Charakter zeigten, warum sollen denn die Menschen den ihrigen geändert haben?« »Oh«, wandte Kandid ein, »das ist denn doch ein beträchtlicher Unterschied, denn der freie Wille«, »während sie noch disputierten,« Kapitel 22 von Kandid oder die Beste Welt Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Kandid oder die Beste Welt von Voltaire Übersetzt von Adolf Ellissen Zweiundzwanzigstes Kapitel Was Kandid und Martin in Frankreich erlebten Kandid hielt sich in Bordeaux nicht länger auf, als nötig war, einige eldoradosche Kieselsteine zu verkaufen und sich einen guten zweisitzigen Reisewagen anzuschaffen, denn sein Philosoph Martin war ihm unentbehrlich geworden. Es tat ihm nur sehr leid, sich von seinem Lama trennen zu müssen. Er überließ es der Akademie der Wissenschaften in Bordeaux, welche die Untersuchung, warum die Wolle dieses Lamas rot sei, zur dermaligen Preisaufgabe machte. Der Preis wurde einem nordischen Gelehrten zuerkannt, der durch A plus B minus C durch Z bewies, daß das Lama rot sein und an den Pocken sterben müsse. Inzwischen hörte Kandid von allen Reisenden, mit denen er in den Wirtshäusern zusammentraf, Paris als das Ziel ihrer Reise nennen. Dieser allgemeine Drang nach demselben Punkte machte ihn endlich auch lüstern, die Hauptstadt zu sehen. Sie lag ihm auf dem Wege nach Venedig, nicht eben allzu weit aus der Kehr. Er hielt durch die Vorstadt Saint-Marceau seinen Einzug und glaubte, in dem schmutzigsten Dorfe Westfalens zu sein. Kaum im Gasthofe angekommen, wurde er infolge seiner Strapazen von einer leichten Unpässlichkeit befallen. Da er nun einen Diamanten von seltener Größe am Finger trug und man unter seinem Gepäck eine entsetzlich schwere Schatulle ausgewittert hatte, so fanden sich alsbald ungebeten zwei Ärzte bei ihm ein, sowie auch einige vertraute Freunde und zwei Bettschwestern, die ihm seine Suppen wärmten. »Hm, ich erinnere mich auch, krank gewesen zu sein, als ich zum ersten Mal in Paris war«, sprach Martin, »ich hatte aber kein Geld, und deshalb auch weder Freunde, noch Ärzte, noch Bettschwestern um mich, und ich genas.« Infolge der Arzneien und Aderlässe wurde indessen Kandids Krankheit in der Tat bedenklich. Der Pfarrgehülfe des Viertels stellte sich ein und wollte Kandid mit großer Sanftmut nötigen, einen auf Rückzahlung in jener Welt ausgestellten Einlasszettel für dieselbe zu kaufen. Kandid wollte sich auf nichts einlassen. Die Bettschwestern versicherten, es sei die neueste Mode. Kandid erklärte dagegen, er sei kein Mann nach der Mode. Martin wollte den Pfaffen zum Fenster hinauswerfen. Dieser schwur, man werde Kandid nicht begraben. Martin schwur, er werde ihn, den Geistlichen, begraben, wenn er sie noch länger belästigte. Der Streit wurde hitzig. Martin packte den Zudringlichen bei der Schulter und schleuderte ihn zur Tür hinaus. Das gab ein gewaltiges Skandal, worüber eine fiskalische Untersuchung angestellt wurde. Kandid genas und hatte, solange er noch das Haus hüten musste, stets vortreffliche Gesellschaft zum Essen bei sich. Es wurde sehr hoch gespielt, und Kandid wunderte sich, daß er nie ein Ass bekam. Martin fand es sehr natürlich. Unter den Leuten, die ihm die Honneurs der Stadt machten, befand sich ein kleiner Abbé aus Perigord, einer von den feinen Leuten, die immer geschäftigt und aufgeweckt, immer dienstfertig und zudringlich, schmiegsam und bartstreichlerisch den Fremden aufpassen, ihnen von den Stadtklatschereien Bericht abstatten und ihnen Vergnügungen jeder Art und zu jedem Preise anbieten. Unser Abbé führte Kandid und Martin zuerst ins Theater. Es wurde gerade ein neues Trauerspiel aufgeführt. Kandid saß in der Nähe mehrerer Schöngeister. Er ließ sich dadurch nicht abhalten, bei einigen besonders rührenden und trefflich ausgeführten Szenen zu weinen. »Sie sollten Ihre Tränen sparen«, sprach einer der großmäuligen Kunstrichter neben ihm während eines Zwischenakts. »Diese Schauspielerin ist unter aller Kritik, und Ihr Mitspieler ein noch elenderer Kulissenreißer. Das Stück selbst aber taugt noch weniger als die Schauspieler. Der Verfasser versteht kein Wort Arabisch und verlegt nichtsdestoweniger die Handlung nach Arabien, und was noch schlimmer ist, er glaubt nicht an die angeborenen Ideen. Ich will Ihnen morgen zwanzig Broschüren gegen ihn bringen.« »Herr Abbé«, fragte Kandid den Mann aus Perigord, »wie viele Theaterstücke haben Sie wohl in Frankreich?« »Fünf bis sechstausend«, lautete die Antwort. »Das ist viel«, sprach Kandid. »Und wie viele Gute sind wohl darunter?« »Funfzehn oder sechzehn«, erwiderte jener. »Das wäre sehr viel«, sprach Martin. Kandid fühlte sich besonders von einer Schauspielerin angesprochen, die in einer ziemlich seichten, sich aber gleichwohl auf den Brettern behauptenden Tragödie in der Rolle der Königin Elisabeth auftrat. »Diese Schauspielerin«, sprach er zu Martin, »gefällt mir sehr. Sie hat eine entfernte Ähnlichkeit mit Fräulein Kunigunden. Ich möchte ihr gern meine Aufwartung machen.« Der Abbé erbot sich, ihn bei ihr einzuführen. Kandid, der in Deutschland geboren und erzogen war, erkundigte sich genau, welche Etikette er bei einer solchen Visite zu beobachten habe und wie man die Königinnen von England in Frankreich zu behandeln pflege. »Das ist verschieden«, versetzte der Abbé, »in der Provinz führt man sie ins Wirts aus. In Paris bezeigt man ihnen alle mögliche Ehrerbietung, wenn sie schön sind, und sterben sie, so wirft man sie auf den Schindanger.« »Königinnen auf den Schindanger?«, sprach Kandid. »Allerdings«, bekräftigte Martin, »der Herr Abbé hat recht. Ich war in Paris als Mamselmonim, wie man zu sagen pflegt, das Zeitliche mit dem Ewigen vertauschte. Man verweigerte ihr, was die Leute hierzulande ein ehrliches Begräbnis nennen, das heißt, die Ehre, mit allen Bettlern des Stadtviertels auf demselben elenden Kirchhofe zu verfaulen. Ihre Truppe beerdigte sie ganz allein an einer Ecke der Rüde-Borgogne, was ihr ohne Zweifel großen Kummer macht, denn sie dachte sehr edel. »Das ist doch höchst unhöflich«, sprach Kandid. »Was soll man machen?«, entgegnete Martin. »Die Leute hier sind nun einmal so. Denken Sie sich alle möglichen Widersprüche und Ungereimtheiten bunt durcheinandergeworfen, so haben Sie die Regierungsform, die Gerichtshöfe, die Kirchen, die Schauspieler dieser närrischen Nation.« »Ist es wahr, daß man in Paris beständig lacht?«, fragte Kandid. »Das tut man«, entgegnete der Abbé. »Allein, es ist ein Lachen der Wut und der Verzweiflung. Unter schallendem Gelächter stimmt man die bittersten Klagen an. Ja, mit lachendem Munde begeht man die abscheulichsten Handlungen.« »Wer war denn das dicke Schwein?«, fragte Kandid, »das so wütend auf das Stück loszog, wobei ich Tränen vergoß, und auf die Schauspieler, die mir so sehr gefielen.« »Es ist ein Elend erwischt«, erwiderte jener, »der, um sein kärglisches Brot zu verdienen, auf alle Theaterstücke und überhaupt auf alle Bücher schimpft. Er aßt jeden Schriftsteller, der Beifall findet, wie der Kastrat den Liebenden am Ziel seiner Wünsche. Er gehört zu jenen literarischen Reptilen, die sich von Kot und Gift nähren, ist so ein von Galle und Geifer übersprudelnder Pflückblattschmierer.« So unterhielten sich Kandid, Martin und der Abbé, als das Stück aus war, auf der Treppe des Schauspielhauses, und ließen die Zuschauer an sich vorüberziehen. »Trotz meiner jedes andere Gefühl beherrschenden Sehnsucht, Fräulein Kunigunden wiederzusehen«, sprach Kandid, »hätte ich doch große Lust, diesen Abend bei Fräulein Cléron zu speisen. So sehr hat sie meine Bewunderung und Neugier rege gemacht.« Der Abbé war nicht der Mann danach, daß er sich oder andere bei Cléron, die nur die beste Gesellschaft bei sich sah, hätte einführen können. »Auf heute Abend ist sie versagt«, sprach er, »ich werde aber die Ehre haben, sie einer Dame vonstande vorzustellen, in deren Cirkel sie Paris sollen kennenlernen, als wären sie vier Jahr ihr gewesen.« Neugierig, wie er einmal war, ließ Kandid sich zu der Dame führen, die am äußersten Ende der Vorstadt St. Honoré wohnte. Man saß beim Pharo. Zwölf grießgrämige Pointeurs hatten jeder sein Spielkarten in der Hand, das geöhrte Verzeichnis ihres Missgeschicks. Tiefes Stillschweigen herrschte im Saal. Totenblässe saß auf der Stirn des Pointeurs, Unruhe und Besorgnis auf der des Bankiers, und die Dame von Hause, die neben diesem unbarmherzigen Bankier saß, achtete mit Luxaugen auf alle Parolis, auf alle Septlevas de Campagne, die jeder Spieler in seine Karten knickte. Streng aufpassend, doch mit sich nie verleugnender Höflichkeit, ließ sie die Ohren wieder ausmachen, und, bange, ihre Kunden zu verlieren, hütete sie sich wohl, ungehalten zu scheinen. Die Dame ließ sich Marquise de Parolignac nennen. Ihre fünfzehnjährige Tochter befand sich unter den Pointeurs und verriet durch einen Augenwink die Spitzbübereien, wodurch die armen Teufel je zuweilen Fortunens Grausamkeit gut zu machen versuchten. Der Abbe aus Perigord trat mit Kandid und Martin ein. Niemand stand auf, niemand erwiderte ihren Groß oder sah sie nur an. Alle waren gänzlich in ihre Karten vertieft. »Unsere gnädige Frau Baronin von Tundatentronk war weit höflicher«, sagte Kandid. Indessen näherte sich der Abbe dem Ohr der Marquise. Sie erhob sich ein wenig, beehrte Kandid mit einem graziösen Lächeln, Martin mit einem hochadligen Kopfnicken und ließ Erstham einen Stuhl und ein Spiel Karten reichen. Er verlor in zwei Taillen fünfzigtausend Franken, worauf man sich in der heitersten Stimmung zu Tische setzte. Jeder Mann war höchlich verwundert, daß Kandid sich aus seinem Verlust gar nichts zu machen schien, und die Bedienten sprachen untereinander in ihrer Bedientensprache, »Das muß jedenfalls ein englischer Milor sein.« Das Souper unterschied sich in nichts von den meisten Pariser Souperes. Erst war alles stumm, bis die Stille allmählich einem allgemeinen, lauten Geschwätz wich, wobei keiner sein eigen Wort verstand. So dann erschöpfte man sich in Späßen, die nicht frostiger und abgeschmackter sein konnten. Man brachte falsche Neuigkeiten und schiefe Räsonements aufs Tapet, weihte der Politik einen kleinen und der Verleumdung einen ansehnlichen Teil der Unterhaltung, und sprach endlich sogar von neuen Büchern. »Aben Sie schon den neuen Roman des Doktor Theologie Gauchat gelesen?« fragte der Abbe. »Ja, aber nicht zu Ende,« erwiderte einer der Gäste. »Es kommt viel jämmerliches Zeug heraus, aber nichts, was ich mit den Produktionen des Doktors Gauchat an Jämmerlichkeit nur entfernt messen könnte. »Ich bin der Unmasse nichtswürdiger Bücher, womit wir überschwemmt werden, so satt und müde, daß ich mich aufs Pointieren gelegt habe.« »Und was sagen Sie zu den Micellen des Archidiakonus T?« fragte der Abbe weiter. »Ach, der langweilige Mensch«, sprach Frau von Paroliniak, »mit welcher Wichtichtuerei er die abgedroschensten Dinge vorbringt! Wie schwerfällig er Gegenstände ins Breite tritt, die noch nicht einmal einer beiläufigen Bemerkung bedürfen! Wie unverschämt er sich, ohne selbst nur ein Fünschenwitz zu besitzen, den Witz anderer Leute zueignet und dabei das gestohlene Gut durch seine Zutaten ungenießbar macht! Wie entsetzlich der Mann mich anekelt! Doch er soll mir keine Langeweile mehr verursachen. An ein paar Seiten von dem Herrn Archidiakonus hat man über genug.« Ein Mann von Gelehrsamkeit und gediegenem Geschmack, der sich bei Tische befand, bekräftigte das Urteil der Markise. Man kam jetzt, auf Trauerspiele zu sprechen. Die Dame warf die Frage auf, woher es wohl käme, daß manche Trauerspiele sich auf der Bühne hielten und dabei doch gänzlich unlesbar wären. Der Mann von Geschmack setzte in sehr einleuchtender Weise auseinander, wie ein Stück etwas Anziehendes haben und dabei doch wenig oder nichts taugen könne. Er bewies mit wenigen Worten, daß es nicht genug sei, eine oder ein paar jener Situationen herbeizuführen, die man in allen Romanen findet und wodurch sich die Zuschauer so leicht bestechen lassen, sondern, daß man originell sein müsse, ohne zu fantastischen Unsinn seine Zuflucht zu nehmen. Oft erhaben, aber dabei immer natürlich, das menschliche Herz kennen und es reden lassen, großer Dichter sein, ohne daß aus irgendeiner Person des Stücks der Dichter zu sprechen scheint. Seine Sprache gründlich kennen, mit Leichtigkeit beherrschen und mit größter Reinheit reden, niemals endlich den Wohlklang vernachlässigen, ohne je den Gedanken dem Reim zu opfern. Wer nicht alle diese Regeln beobachtet, setzte er hinzu, kann allenfalls ein oder ein paar Trauerspiele verfertigen, die auf der Bühne einigen Beifall finden. Niemals aber wird man ihn zu den klassischen Schriftstellern zählen. Gute Trauerspiele haben wir nur sehr wenige. Einige Tragödien sind regelrecht geschrieben und gut versifizierte Idyllen in dialogischer Form. Andere bestehen größtenteils aus politischem Geschwätz, wobei man einschläft, oder aus hochtrabendem Bombast, wobei einem Übel und Elend wird. Wieder andere endlich sind wahres Tollhäuslerjewäsch, in barbarischem Stil, unzusammenhängende Reden, lange Deklamationen an die Jötter, da die Herren nicht menschlich zu sprechen wissen, falsche Maximen, hochgeschraubte Jemeinplätze. Kandid hörte diese Lehren aufmerksam an und faßte von dem Redner eine hohe Meinung. Da die Marquise Sorge getragen hatte, ihm neben sich einen Platz anzuweisen, nahm er sich die Freiheit, ihr die Frage ins Ohr zu flüstern, wer der Mann wäre, der so vortrefflich redete. Er ist ein Gelehrter, entgegnete die Dame, der nicht pointiert und den der Abbe bisweilen zum Abendessen mitbringt. Er versteht sich aus dem Fundament auf Trauerspiele und Bücher, wie er dennoch selbst eine Tragödie geschrieben hat, die ausgepfiffen wurde, und ein Buch, wovon kein Exemplar weiter aus seines Verlegers Laden gekommen ist, als eins, das er mir dedizierte. Der große Mann, sprach Kandid, er ist wahrscheinlich ein anderer Pangloss. Und sofort wandte er sich mit der Frage an ihn, »Vermutlich glauben Sie doch auch, mein Herr, dass in der physischen wie in der moralischen Welt alles aufs Beste eingerichtet ist, und dass nichts anders sein könnte, als es ist?« »Nichts weniger, mein Herr«, erwiderte der Gelehrte, »ich glaube von alledem kein Wort. Ich finde vielmehr, dass alles bei uns verquer jeht, dass niemand weiß, was seines Rangs und seines Amts ist, was er tut, noch was er tun soll, und dass, mit Ausnahme des Soupees, wo ziemliche Heiterkeit und dem Anschein nach auch ziemliche Eintracht herrscht, die Menschen ihr ganzes übriges Leben mit den nichtswürdigsten Zänkereien verjäuden. Die Jansenisten ziehen jejen Molinisten zu Felde, Parlamentsglieder jejen Literaten, Hofschranzen jejen Hofschranzen, Finanzpächter jejen das Volk, Weiber jejen ihre Männer, Verwandte jejen Verwandte, kurz, es ist ein ewiger Kriech.« »Ich habe wohl schlimmere Dinge gesehen,« antwortete Kandid, »allein ein weiser Mann, der nachher das Unglück hatte, aufgehängt zu werden, lehrte mich, dass alles übervortrefflich und nichts anderes sei, als was die Schatten in einem schönen Gemälde sind.« »Ihr Gehängter hatte die Leute zum Besten,« sprach Martin, »diese sogenannten Schatten sind abscheuliche Flecken.« »Die Menschen machen die Flecken,« wandte Kandid ein, »das ist nun einmal ihre Bestimmung.« »Und somit nicht ihre Schuld,« sprach Martin. Die meisten der Pointeurs, denen dies griechisch war, hielten sich an die Flasche, Martin philosophierte mit dem Gelehrten, und Kandid erzählte der Dame vom Hause einen Teil seiner Abenteuer. Nach dem Souper führte die Marquise Kandid in ihr Kabinett und nötigte ihn neben sich aufs Sofa. »Nun,« fragte sie, »Ihre glühende Leidenschaft für Fräulein Kunigunde von Tünder-Tentronk ist also immer noch dieselbe?« »Noch immer, Madame,« erwiderte Kandid. »Sie antworten mir da wie ein junger Westphal,« versetzte die Marquise mit zärtlichem Lächeln. Ein Franzose würde gesagt haben, »Allerdings, Madame, liebte ich Fräulein Kunigunden, allein, seit ich sie gesehen, bin ich sehr besorgt, meiner alten Flamme untreu geworden zu sein.« »Ach, Madame,« sprach Kandid, »ich will alles sagen, was Sie befehlen.« »Ihre Leidenschaft für die Baronne begann also damit, daß Sie Ihr Taschentuch aufoben. Jetzt sollen Sie mir mein Strumpfband aufheben.« »Herzlich gern,« sprach Kandid und hob es auf. »Aber jetzt müssen Sie mir's auch wieder umbinden,« befahl die Dame, und Kandid gehorchte. »Sehen Sie,« fuhr jene fort, »Sie sind ein Fremder. Meine Pariser Anbeter lass' ich mitunter vierzehn Tage schmachten, und Ihnen ergeb' ich mich gleich in der ersten Nacht, weil es gilt, einem jungen Westphalen die Honneurs des Landes zu machen.« Die Schöne pries hierauf so treuherzig die Schönheit zweier kolossalen Brillantringe, die sie bei dem jungen Fremden wahrgenommen, daß beide alsbald von Kandids Fingern an die der Marquise wanderten. Auf dem Heimwege fühlte Kandid einige Reue über die Untreue, die er an Kunigunden begangen hatte. Der Herr Abbé nahm an seinem Kummer teil. Er hatte an den fünfzigtausend Livre, die Kandid im Spiel verloren, und dem Betrage der beiden halb geschenkten, halb abgedrungenen Brillantringe nur geringen Anteil. Er faßte den Beschluss, Kandids Bekanntschaft so gut als immer möglich auszubeuten. Er schwatzte ihm viel von Kunigunden vor, und Kandid versicherte, er wolle ihr seine Untreue fußfällig abbitten, sobald er sie in Venedig sehen werde. Der Mann aus Perigord verdoppelte seine Höflichkeit und Aufmerksamkeit und bezeigte die wärmste Teilnahme an allem, was Kandid sagte, tat und tun wollte. »Sie haben also ein Rendezvous in Venedig mit ihr verabredet?« fragte er. »Jawohl, Herr Abbé«, antwortete jener, »ich muß notwendig Fräulein Kunigunden aufsuchen.« Und das Vergnügen, von seiner Geliebten zu sprechen, riß ihn hin, dem Abbé, nach seiner löblichen Gewohnheit, einen Teil seiner Abenteuer mit der erlauchten Westfalin zu erzählen. »Ich kann nicht anders denken«, sprach der Abbé, »als dass Fräulein Kunigunde viel Geist hat und charmante Briefchen schreibt.« »Ich habe nie einen von ihr bekommen«, versetzte Kandid, »denn Sie müssen bedenken, als ich wegen meiner Liebe zu ihr aus dem Schlosse gejagt war, konnte ich ihr unmöglich schreiben. Bald darauf hörte ich, sie sei tot, später fand ich sie nur wieder, um sie mir abermals entrissen zu sehen. Und jetzt habe ich ihr anderthalbtausend Meilen von hier einen Expressen Boten gesandt, dessen Antwort ich noch erwarte.« Der Abbé hörte aufmerksam zu und schien ein wenig nachdenkend. Bald darauf nahm er mit zärtlichen Umarmungen von den beiden Fremden Abschied. Am folgenden Morgen beim Erwachen erhielt Kandid einen Brief inhalts »Teurer Geliebter, seit acht Tagen lieg ich hier krank. Jetzt eben erfahre ich erst, dass sie hier sind.« Ich flöge ungesäumt in ihre Arme, wenn ich mich nur von der Stelle rühren könnte. In Bordeaux vernahm ich, wohin sie sich gewandt hätten. Ich ließ dort die Alte und den treuen Kakambo zurück, doch bald werden beide hier eintreffen. Der Stadthalter von Buenos Aires hat alles genommen, doch mir bleibt ja ihr Herz. Kommen Sie, Teuerster, Ihr Anblick wird mich neu beleben, wenn mich nicht etwa die Freude tötet. Kandid geriet außer sich vor Wonne über diesen entzückenden, unverhofften Brief, und doch quälte ihn zugleich Sorge und Schmerz um die Krankheit seiner Geliebten. Zwischen beide Empfindungen geteilt, nahm er sein Gold und seine Diamanten und ließ sich nebst Martin in das Hotel führen, wo Kunigunde logierte. Am ganzen Leibe zitternd, vor innerer Aufregung, mit hochklopfendem Herzen und bebender Stimme, trat er in ihr Zimmer, wollte die Bettvorhänge aufziehen, wollte Licht haben. »Um Himmels Willen nicht!« schrie die Wärterin. »Das Licht tötet sie!« Und schnell zog sie die Vorhänge wieder zu. »Angebetete Kunigunde, was machen Sie?« fragte Kandid schluchzend. »Da ich Sie nicht sehen darf, lassen Sie mich wenigstens Ihre Stimme hören.« »Sie darf nicht sprechen!« sagte die Wärterin. Die Dame streckte jetzt eine fette, fleischige Hand zum Bette hinaus, die lange Kandid mit Tränen benetzte und so dann mit Diamanten füllte. Auf den Stuhl vor ihrem Bette hatte er einen goldstrotzenden Beutel gelegt. Da wird sein Entzücken plötzlich durch die Ankunft eines Polizeisergeanten unterbrochen, den der Abbe aus Perigord und einige Mann Wache begleiten. »Das sind also die beiden verdächtigen Fremden?« fragte der Polizist und befahl seinen Packanz, Kandid und Martin ohne weiteres festzunehmen und ins Gefängnis zu schleppen. »So begegnet man in Eldorado den Fremden nicht«, sprach Kandid. »Ich bin mehr Manichäer als je«, rief Martin. »Aber Herr, wohin führen Sie uns?« fragte Kandid. »Ins Underloch«, antwortete der Sergent. Martin, der seine ganze Kaltblütigkeit wiedergewonnen hatte, schloß, die vorgebliche Kunigunde sei eine Spitzbübin, der Herr Abbe aus Perigord ein anderer Spitzbube, der sich Kandid's arglose Unschuld flink zunutze gemacht, und Herr Polizeisergeant endlich ein dritter Spitzbube, den man sich leicht vom Halse schaffen könnte. Ehe Kandid es zu gerichtlichen Weitläufigkeiten kommen ließ, bot er auf Martins Rat, und gedrängt durch seine eigene Ungeduld, die wahre Kunigunde wiederzusehen, dem Sergenten drei kleine Diamanten, jeder ungefähr dreitausend Pistolen wert. »O meine Herr«, sprach der Mann mit dem elfenbeinernen Stabe, »ähten Sie auch alle denkbaren Verbrechen begangen, so sind Sie doch der rechtschaffenste Mann auf Gottes Erdboden. Drei Diamanten, jeder dreitausend Pistolen wert. Herr, ich will mich eher für Sie totschlagen lassen, als Sie ins Gefängnis führen. Man arretiert zwar alle Fremden, aber lassen Sie mich nur machen. Zu Dieppe in der Normandie habe ich einen Bruder, da ihn will ich Sie bringen, und sollten Sie etwa noch so ein kleines Diamantchen für ihn haben, so wird er sich ihrer annehmen, als wär ich selbst.« »Und warum arretiert man alle Fremden?« fragte Kandid. Der Abbe aus Perigord nahm das Wort, ihn darüber zu belehren. »Weil ein Lump aus dem Lande Atribatien sich allerlei dummes Zeug hat vorschwatzen lassen, und dadurch auf den Einfall gekommen ist, einen Mord zu begehen, zwar nicht ganz so schlimm wie der im Mai 1610 begangene, aber doch ungefähr wie jener im Dezember 1549 und wie wohl noch manche andere, die von anderen Lumpen, die sich dummeiten hatten sagen lassen, in anderen Monaten und anderen Jahren ersonnen wurden.« Der Sergeant erklärte mit deutlichen Worten, wovon die Rede sei. »Ha, die Ungeheuer!« rief Kandid aus. »Wie, solche Gräuel werden unter einem Volke verübt, das beständig tanzt und singt? Dass ich nur eher je lieber aus diesem Lande komme, wo Affen Tiger necken und hetzen. Bären sah ich in meinem Vaterlande, Menschen nur in Eldorado. »Um Gottes Willen, Herr Sergeant, schaffen Sie mich nur schnell nach Venedig, wo ich Fräulein Kunigunden erwarten will.« »Ich kann Sie nur nach der Nieder-Normandie bringen,« entgegnete der Barigiello. Sogleich ließ er ihm die Fesseln abnehmen, sagte, es wäre ein Versehen, schickte seine Leute fort, brachte Kandid und Martin nach Diepp und überließ hier die weitere Sorge für seinen Bruder. Auf der Rede lag ein kleines holländisches Schiff vor Anker. Der Norman, der mittels dreier ferner weiten Diamanten die Dienstfertigkeit selbst geworden war, mietete Kandid und seine Leute auf diesem Schiffe ein, das nach Portsmouth in England unter Segel ging. Das war zwar nicht der nächste Weg nach Venedig, aber Kandid dankte Gott, nur erst aus jener Hölle erlöst zu sein und nahm sich vor, den Weg nach Venedig bei erster Gelegenheit wieder einzuschlagen. Kapitel 23 von Kandid oder die beste Welt Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Kandid oder die beste Welt von Voltaire Übersetzt von Adolf Ellison 23. Kapitel Kandid und Martin besuchen die Küste von England, was sie dort sahen. Ach, Pangloss, Pangloss, ach, Martin, Martin, ach, angebetete Kunigunde! Was ist doch diese Welt? rief Kandid am Bord des holländischen Fahrzeuges. Ein ganz närrisches und abscheuliches Ding, sprach Martin. Sie kennen ja England. Sagen Sie mir doch, ist man dort ebenso wahnsinnig wie in Frankreich? Es herrscht dort nur eine andere Art von Wahnsinn, antwortete Martin. Sie wissen, beide Nationen leben wegen einiger Morgen Schnee an der Grenze von Kanada in Krieg miteinander, und dieser herrliche Krieg kostet sie schon mehr, als Kanada wert ist. Ihnen genau zu sagen, in welchem von den beiden Ländern mehr Leute für die Zwangsjacke reif sind als in dem anderen, dazu reicht meine schwache Einsicht nicht aus. Nur so viel weiß ich, daß die Leute, deren Bekanntschaft wir jetzt machen werden, im Allgemeinen sehr schwarzgallig sind. Unter diesem Geplauder kamen sie in Portsmouth an. Eine Menge Volks stand gaffend am Ufer, die Blicke neugierig auf einen stattlichen Mann gerichtet, der mit verbundenen Augen auf dem Verdecke eines Schiffes aus der königlichen Flotte kniete. Ihm gegenüber standen vier Soldaten und jagten ihm auf die friedfertigste Weise von der Welt jeder drei Kugeln durchs Hirn, worauf die Versammlung sehr zufrieden auseinanderging. »Was hat dies alles zu bedeuten?« fragte Kandid. »Hat denn überall der Teufel die Hand im Spiele?« Er erkundigte sich, wer der korpulente Mann sei, den man mit solchen Solenitäten von der Welt geschafft habe. »Ein Admiral«, war die Antwort. »Und warum tötet man den Admiral?« »Weil er, heißt es, nicht Leute genug ans Messer lieferte. Er hat einem französischen General eine Schlacht geliefert, und da findet man nachher, dass er ihm nicht nahe genug auf den Leib gerückt sei.« »Aber«, wandte Kandid ein, »der französische Admiral war demnach ja so weit von dem Englischen entfernt, wie dieser von jenem.« »Das ist nicht zu leugnen«, versetzte man, »doch ist es hierzulande ganz gut, von Zeit zu Zeit einen Admiral vor den Kopf zu schießen, damit den anderen der Mut wächst.« Kandid war so verblüfft und zugleich empört über alles, was er gesehen und gehört, dass er nicht einmal den Fuß ans Land setzen wollte, sondern mit dem holländischen Schiffspatron, und wäre es auf die Gefahr, von ihm geprellt zu werden, wie jenem in Surinam, handelseinig wurde, dass er ihn ungesäumt nach Venedig bringen sollte. Nach zwei Tagen war der Schiffer segelfertig. Sie fuhren längs der französischen Küste hin, segelten dicht beim Hafen von Lissabon vorüber, wo Kandid die Haut schauderte, liefen demnächst in die Straße von Gibraltar ein, durchschnitten das Mittelmeer und kamen endlich wohlbehalten nach Venedig an. »Gottlob«, sagte Kandid und umarmte Martin, »hier werd' ich die holde Konigunde wiedersehen. Auf Kakambo rechne ich, wie ich auf mich selbst. Alles geht gut, alles ganz vortrefflich. Die Welt kann gar nicht sein.« Kapitel 24 von Kandid oder die beste Welt Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Kandid oder die beste Welt von Voltaire Übersetzt von Adolf Ellissen Vierundzwanzigstes Kapitel Von Paketten und Fra Leukoyo Kaum in Venedig angekommen, ließ er in allen Wirts- und Kaffeehäusern bei allen Freudenmädchen nach Kakambo forschen, aber er war nirgends aufzutreiben. Täglich mußten seine Leute sich auf allen neu angekommenen Schiffen und Barken nach ihm erkundigen, doch vergebens kein Kakambo zu hören noch zu sehen. »Nun, das begreife, wer da kann«, sprach Kandid zu Martin. »Ich bin von Surinam nach Bordeaux gegangen, von Bordeaux nach Paris, von Paris nach Dieppe, von Dieppe nach Portsmouth, habe ganz Spanien und Portugal umsegelt, das ganze mittelländische und adriatische Meer durchstrichen, mich jetzt ein paar Monate in Venedig aufgehalten, und noch immer ist die holde Konigunde nicht da. Statt ihrer ist mir nur eine nichtsnutzige Bette und ein Abbé aus Perigord in den Wurf gekommen. Ach, die wahre Konigunde ist sicher nicht mehr unter den Lebenden. Und was bleibt auch mir da anders übrig als der Tod? Oh, wäre ich doch in dem Paradiese Eldorado geblieben, statt nach diesem verwünschten Europa zurückzukehren. »Sie haben doch recht, bester Martin, alles in der Welt ist nur Lug und Trug, nur Not und Jammer.« Er versank in so düstere Schwermut, dass er weder an der Opera à la Moda noch an den übrigen Karnevalslustbarkeiten teilnehmen mochte, und keine einzige der schönen Venezianerinnen ihn im Geringsten in Versuchung führte. »Wie können Sie nur so einfältig sein«, sprach Martin, »sich einzubilden, Ihr Mästiz von Bedienten werde mit fünf oder sechs Millionen in der Tasche bis ans andere Ende der Welt gehen, um Ihre Geliebte aufzusuchen, und Sie ihnen dann nach Venedig bringen.« »Findet er sie, so wird er sie für sich behalten. Findet er sie nicht, so nimmt er eine andere. Wollen Sie meinem Rat folgen, so schlagen Sie sich beide aus dem Sinn, Ihren Kerl, den Kakambo, und Ihre Geliebte, das westfälische Fräulein.« Martin war ein schlechter Tröster. Auch wuchs Kandits Schwermut mit jedem Tage, und der unbarmherzige Philosoph wurde nicht müde, ihm mit Beweisen zuzusetzen, daß es in der Welt nur wenig Tugend und wenig Glück gebe, ausgenommen etwa in Eldorado, wohin niemand kommen könne. Als sie einst im Streit über diese wichtige Materie begriffen und noch immer auf Kunigunden wartend über den Markusplatz gingen, bemerkte Kandit einen jungen Theatiner, der ein Mädchen unterm Arme hatte. Der Theatiner war ein frischblühender, feister, kräftiger Kerl mit funkelnden Augen, Kekamine und stolzem Gange. Die Dirne war allerliebst, hing singend und schäkernd an seinem Arm, warf ihm verliebte Blicke zu und kniff ihn von Zeit zu Zeit in seine volle Backen. »Nun, das werden sie doch zugeben«, sprach Kandit zu Martin, »daß diese beiden Leute glücklich sind. Bis jetzt habe ich auf der ganzen bewohnten Erde, mit Ausnahme Eldorados, nur Unglückliche gefunden. Daß aber diesem Theatiner und seinem Mädchen nichts zu wünschen übrig bleibt, darauf gehe ich jede Wette ein.« »Ich wette dagegen«, sprach Martin. »Gut«, versetzte Kandit, »ich brauche sie nur zu Tisch einzuladen, so werden sie bald sehen, ob ich mich irre.« Sofort ging er auf sie zu und bat sie, in seinen Gasthof zu kommen und mit Macaroni, lombardischen Repünern, Kaviar und einigen Flaschen Montepulciano, Lacrime Christi und Zyper- und Samoswein vorlieb zu nehmen. Das Dämchen errötete, der Theatiner nahm die Einladung an, und sie folgte ihm, indem sie Kandit mit dem Ausdruck der Überraschung und Verwirrung betrachtete, und Tränen ihrer Augen verdunkelten. Kaum waren sie in Kandits Zimmer getreten, so winkte sie ihn beiseite und sprach schluchzend, »Ist es denn möglich, Herr Kandid kennt Paketten nicht mehr?« Da Kandid im Geiste beständig mit Kunigunden beschäftigt war, hatte er das Mädchen vorhin nur flüchtig angesehen. Jetzt fiel es ihm wie Schuppen vor den Augen. »Also Sie wären es, armes Kind?« sprach er. »Sie, die dem Doktor Pangloss ein so herrliches Präsent gemacht haben?« »Ach ja, Herr Kandid, ich bin's,« erwiderte Pakette. »Ich sehe wohl, daß Sie bereits alles wissen. Ich erfuhr auch wohl, welcher gräuliche Jammer dem ganzen Hause meiner gnädigen Frau zugestoßen ist, und vor allem, wie schrecklich es der schönen Kunigunde ergangen. Aber mir war, weiß Gott, die Zeit her eben kein besseres Los beschieden. Als Sie mich zuerst sahen, war ich noch ganz unschuldig. Um so leichter wurde es meinem Beichtvater, einem Franziskaner, mich zu verführen. Die schrecklichen Folgen davon kennen Sie. Bald nachdem der gnädige Herr Sie mit derben Fußtritten fortgejagt hatte, mußte auch ich das Schloss verlassen. Hätte sich nicht ein berühmter Doktor meiner erbarmt, so mußte ich sterben. Aus Erkenntlichkeit wurde ich eine Zeit lang seine Mätresse. Seine Frau, ein rasend eifersüchtiges Weib, überhäufte mich täglich mit den unbarmherzigsten Schlägen. Es war eine wahre Furie. Der Doktor war der häßlichste Kerl, den ich je gesehen, und ich das unglücklichste Geschöpf auf Erden. Denn was kann es Ärgeres geben als unaufhörliche Prügel und noch dazu um eines Mannes willen, den man nicht ausstehen kann? Es ist eine bekannte Sache, Herr Kandid, wie gefährlich es für eine böse Sieben ist, einen Arzt zum Mann zu haben. Mein Doktor hatte endlich das Ding mit seiner Frau satt und gab ihr eines schönen Morgens, um sie vom Schnupfen zu kurieren, ein so wirksames Pülverchen, dass es nach zwei Stunden unter den furchtbarsten Zuckungen mit ihr zu Ende ging. Die Verwandten der Frau Doktorin fingen einen Kriminalprozess gegen den Herrn Doktor an, der machte sich aber aus dem Staube und ließ mich in der Patsche sitzen. Ich wurde ins Gefängnis gesperrt, und meine Unschuld hätte mir schwerlich viel geholfen, wäre ich nicht leidlich hübsch gewesen. Der Richter setzte mich auf freien Fuß, unter der Bedingung, selbst des Doktors Stelle einnehmen zu dürfen. Bald wurde ich von einer anderen in seiner Gunst ausgestochen, ohne Lohn jagte er mich fort, und so sah ich mich endlich genötigt, dies scheußliche Handwerk zu ergreifen, das euch Männern so angenehm düngt, und für uns nur ein Abgrund des unsäglichsten Elends ist. Ich ging nach Venedig, um hier mein Gewerbe zu treiben. Ach, lieber Herr Kandid, Sie können sich nicht vorstellen, was das heißt, alles ohne Unterschied karessieren zu müssen, bald einen alten Kaufmann, bald einen Advokaten, dann wieder einen Mönch, einen Gondoliere, einen Abate, und dabei jeder Beschimpfung, jeder Erpressung preisgegeben zu sein. Oft ist man so abgebrannt, dass man sich einen Rock borgen muss, um ihn sich von dem ekelhaftesten Schuft aufdecken zu lassen. Was man von dem einen verdient, stiehlt einem der andere, beständig wird man von den Gerichtsdienern geschunden und hat am Ende nichts weiter zu erwarten, als ein schauderhaftes Alter, das Hospital und, zu guter Letzt, einen Düngerhaufen. Denken Sie sich einmal das alles recht lebhaft, und dann sagen Sie, ob ich nicht zu den unglücklichsten Kreaturen unter der Sonne gehöre. So schüttete Pakette in einem Nebenzimmer gegen den guten Kandid ihr Herz aus. »Sie sehen, dass ich die Wette schon halb gewonnen habe,« sprach Martin, der mit zugegen war. Frau Leukoyo war mittlerweile im Speisezimmer geblieben und vertrieb sich, bis das Essen aufgetragen wurde, die Zeit mit Trinken. »Aber«, sprach Kandid zu Paketten, »sie sahen doch so fröhlich und zufrieden aus, als ich ihnen begegnete. Sie sangen und liebkosten den Theatiner mit so natürlicher Hingebung, dass sie mir ebenso glücklich zu sein schienen, als sie unglücklich zu sein behaupten. »Ach, sehen Sie, Herr Kandid,« erwiderte Pakette, »das gehört ja eben mit zum Elend unseres Handwerks. Gestern erst hat ein Offizier mich bestohlen und durchgeprügelt, und heute muss ich lustig und guter Dinge scheinen, um es mit dem Mönch nicht zu verderben.« Kandid hatte genug und mußte Martin notgedrungen Recht geben. Sie setzten sich mit Paketten und dem Theatiner zu Tische, hielten ein ganz heiteres Mahl und wurden zuletzt ziemlich vertraut miteinander. »Herr Pater«, sprach Kandid zu dem Mönch, »sie scheinen sich eines beneidenswerten Loses zu erfreuen. Ihr Gesicht strahlt von der blühendsten Gesundheit, der Ausdruck ihrer Züge verrät inniges Wohlbehagen. Sie haben ein allerliebstes Mädchen zu ihrer Erholung und scheinen mit ihrem Theatinerstande höchst zufrieden.« »Meiner treu, Herr«, versetzte Frau Leukoyo, »ich wollte alle Theatiner legen im Meere, wo es am tiefsten ist. Hundertmal war ich nahe daran, das Kloster in Brand zu stecken und hinzugehen und ein Türk zu werden. Als ich fünfzehn Jahre alt war, zwangen mich meine Eltern, diesen verwünschten Rock anzuziehen, damit mein älterer Bruder den Gott verdammen und zermalmen möge, die ganze Erbschaft schluckte. Mein Kloster ist ein wahrer Tummelplatz der Missgunst, Zwietracht und ingrimmigster Wut. Dann und wann hat mir zwar eine elende Predigt wohl ein paar Skudi eingebracht, doch die Hälfte davon stiehlt mir der Prior, und das Übrige kosten mich die Mädchen. Wenn ich so des Abends ins Kloster zurückkomme, möchte ich mir oft den Schädel an der Wand meiner Zähle zerschmettern, und all meinen geistlichen Brüdern geht's nicht besser.« »Nun, habe ich die Wette nicht ganz gewonnen«, sprach Martin, indem er sich mit seiner gewöhnlichen Kaltblütigkeit an Kandid wandte. Kandid schenkte Paketten zweitausend Piaster und dem Fra Leukoyo tausend. »Nun werden Sie glücklich sein«, sprach er, »dafür stehe ich ein.« »Das ist noch sehr die Frage«, versetzte Martin. »Wer weiß, ob Sie mit Ihren Piastern nicht noch weit unglücklicher werden.« »Mag's ausfallen, wie es will«, sprach Kandid, »eins tröstet mich doch bei der Sache. Ich sehe aufs Neue, daß man oft Leute wiederfindet, die man nun und nimmer wiederzusehen hoffte. Da mir mein rotes Lama und Pakette wieder in den Wurf gekommen sind, kann mir am Ende auch Kunigunde noch einmal begegnen.« »Ich wünschte nichts lebhafter, als daß Ihre Kunigunde Sie dereinst glücklich machen möge«, bemerkte Martin achselzuckend, »aber ich zweifle sehr daran.« »Sie sind allzu hart«, sprach Kandid. »Das macht, ich habe lange Zeit in der Welt gelebt«, versetzte Jena. »Aber betrachten Sie nur jene Gondoliere«, fing Kandid wieder an, »singen Sie nicht frohen Mutes den lieben langen Tag?« »Sie sehen Sie nicht in Ihren vier Pfählen«, entgegnete Martin, »bei Ihren Weibern und Ihren Murmeltieren von Kindern.« »Der Doge hat seine Not und Plage, und der Gondoliere nicht minder.« »Ich gebe zu, daß alles wohl erwogen, der Gondelführer um ein Herrchen glücklicher sein mag als der Doge, aber auch nur um ein Herrchen, so daß es wahrlich nicht der Mühe verlohnt, den Unterschied genau zu untersuchen.« »Man behauptet«, nahm Kandid wieder das Wort, »der Senator Pococurante, der dort in dem schönen Palaste an der Brenta wohnt und der die Fremden sehr gastfrei empfangen soll, sei ein Mann, der weder Sorge noch Kummer kenne.« »Einen so seltenen Vogel möcht' ich sehen«, sprach Martin. Sogleich ließ Kandid den Signor Pococurante um Erlaubnis bitten, ihm morgen aufwarten zu dürfen. Kapitel 25 von Kandid oder die Beste Welt Kandid und Martin fuhren in einer Gondel die Brenta hinauf und kamen im Palast des Nobile Pococurante an. Die Gärten waren sehr weiten Umfangs und mit herrlichen Marmorstatuen geziert, der Palast im edelsten Geschmack erbaut. Der Herr vom Hause, ein Sechziger und steinreich, empfing die beiden Neugierigen sehr höflich, doch ohne alle Umstände, was Kandid ein wenig stutzig machte, Martin aber gar nicht übel gefiel. Zwei niedliche, wohlgekleidete Mädchen trugen Schokolade auf, die sie trefflich schäumen ließen. Kandid konnte nicht umhin, sie wegen ihrer Schönheit an Mut und Gewandtheit zu loben. »Es sind ganz gute Tierchen«, sprach der Senator Pococurante, »die ich bisweilen zu Bette nehme. Der Stadtdamen bin ich herzlich müde. Plage sich, wer da will, mit ihrer Koketterie und ihrer Eifersucht, mit ihren Zänkereien und Launen, mit ihrem Dünkel und ihrer Kleinlichkeit, mit ihren Albereien aller Art und den Sonetten, die man für sie machen oder bestellen muß. Bei alledem aber machen auch diese beiden Dirnen mir nachgerade Langeweile.« Nach dem Frühstück ergingen sie sich in einer geräumigen Galerie, wo Kandid von der Schönheit der Gemälde überrascht wurde. Er fragte, welcher Meister zwei, die ihm zuerst in die Augen fielen, gemalt habe. »Sie sind von Raphael«, antwortete der Senator. Ich kaufte sie vor ein paar Jahren aus Eitelkeit für schweres Geld. Ganz Italien soll nichts Vollendeteres aufzuweisen haben, aber sie gefallen mir durchaus nicht. Die Farben sind zu dunkel gehalten, die Figuren haben keine Rundung, treten nicht plastisch hervor, und die Draperien gar haben mit wirklichen Gewändern nicht die entfernteste Ähnlichkeit. Kurz, wie sehr man sie auch anpreisen mag, wahre Nachahmung der Natur suche ich vergeblich darin. Mir kann ein Gemälde nur gefallen, wenn ich die Natur selbst zu sehen glaube, aber wo fände man wohl so eins? Ich habe eine Menge Gemälde, aber ich sehe sie nicht mehr an. Während das Mittagessen besorgt wurde, ließ Poco Curante durch seine Hauskapelle ein Konzert aufführen. Kandit war vor Entzücken über die herrliche Musik außer sich. »Das Gedudel kann einem eine Viertelstunde lang erträglich die Zeit vertreiben«, sprach Poco Curante. »Dauert es aber länger, so wird jedermannes überdrüssig, wenn auch keiner es zu gestehen wagt. Heutzutage besteht die Tonkunst nur in der Ausführung musikalischer Kunststücke, was aber bloß schwierig ist und weiter nichts, kann auf die Länge unmöglich ansprechen. Die Oper würde mir vielleicht besser gefallen, hätte man nicht die Kunst entdeckt, ein Ungeheuer daraus zu machen, das mich wahrhaft anwidert. Gehe hin, wer da will, um jene jämmerlichen, in Musik gesetzten Tragödien anzusehen, wo keine Szene einen anderen Zweck hat als »Mir nichts, dir nichts«, der Gesang mag nun dahin passen, wie die Faust aufs Auge, zwei oder drei abgeschmackte Arien anzubringen, wodurch die Aktrice ihre Kehle geltend machen kann. Falle vor Entzücken in Ohnmacht, wer da will oder kann, wenn er einen Kastraten die Rolle eines Cäsar oder Cato herkrähen hört und ihn mit linkischer Haltung auf den Brettern einherstolzieren sieht. Ich meinerseits habe längst auf diese Armseligkeiten verzichtet, die heutzutage den Stolz Italiens ausmachen und die mehr als ein Fürst so teuer bezahlt.« Kandit machte einige Einwendungen, die er aber mit großer Bescheidenheit vorbrachte. Martin dagegen war ganz der Meinung des Senators. Man setzte sich hierauf zu Tisch und nahm ein auserlesenes Mittagsmahl ein, nach dessen Beendigung Pococurante die Fremden in seine Bibliothek führte. Beim Anblick eines prächtig gebundenen Homer machte Kandit dem Illustrissimo ein Kompliment über seinen guten Geschmack. »Dieser Dichter«, sprach er, »war der Abgott des großen Pangloss, des ersten Philosophen in ganz Deutschland.« »Mein Abgott ist er nicht«, versetzte Pococurante trocken. »Man wollte mir in meiner Jugend weismachen, ich fände Vergnügen an dem alten Homer. Aber die ewige Wiederholung von Kämpfen, die sich alle so ähnlich sehen wie ein Ei dem anderen, diese Götter, die sich in alles mischen und doch nichts Entscheidendes zustande bringen, diese Helena, über die der ganze Krieg herkommt und die doch nur eine unbedeutende Nebenrolle darin spielt, dies Troja, das man ständig belagert und nie einnimmt, alles das langweilte mich zu sterben. Ich fragte verschiedene Gelehrte aufs Gewissen, ob der alte Tröster für sie mehr Anziehungskraft habe, und jeder, der mir reinen Wein einschenkte, gestand, daß ihm das Buch aus der Hand falle, daß es aber als ein ehrwürdiges Denkmal des Altertums in keiner Bibliothek fehlen dürfe, ähnlich jenen alten, verrosteten Münzen in den Sammlungen der Numismatiker, die man im Handel und Wandel nicht mehr brauchen kann. »Eure Exzellenz urteilen, denke ich, vom Virgil anders?« sprach Candid. »Ech, je nun,« erwiderte Pococurante, »ich räume ein, daß das zweite, vierte und sechste Buch seiner Äneide trefflich sind. Was aber seinen frommen Äneas betrifft, den starken Kloantes und Freund Achates, den kleinen Askan, den einfältigen König Latinus, die kleinstädtische Amata und die abgeschmackte Lavinia, so glaube ich schwerlich, daß es was Matteres und Läppescheres geben kann. Da sind mir doch Tasso und die Ammenmärchen Ariosts, bei denen man im Stehen einschläft, noch tausendmal lieber.« »Dürfte ich mir die Frage erlauben, Signor«, sprach Candid, »ob Sie nicht großen Gefallen an Horazins Gedichten finden?« »Tja, man findet Maximen darin,« antwortete Pococurante, »die ein Weltmann sehr gut benutzen kann, und die sich in kurze, kräftige Ferse gekleidet dem Gedächtnisse desto leichter einprägen. Dagegen kümmere ich mich den Henker um seine Reise nach Prundusium, sowie um seine Beschreibung eines schlechten Mittagessens oder gar um seinen Zankdialog im Karrenschieberton zwischen Gott weiß was für einem Rupivius, dessen Worte, wie er sagt, voll Eiter waren, und einem anderen, dessen Worte nach Essig schmeckten. Nur mit Ekel las ich seine plumpen Grobheiten gegen alte Weiber und Hexen, und kann es auch gar nicht für eine so besonders erhabene Poesie ansehen, daß er zu seinem Freunde Mäzenas sagt, »Wenn du mich den lyrischen Dichtern beizählst, werde ich mit erhabenem Scheitel bis an die Sterne reichen.« Die Einfallspinsel bewundern an einem geschätzten Autor alles, ohne Unterschied. Ich lese nur für mich und befreunde mich nur mit dem, was ich brauchen kann. Kandid, den man von Kindesgebeinen an nur zum Nachbeten angehalten hatte, war über alles, was er hörte, höchlich verwundert. Martin dagegen fand Pococodantes Denkweise ganz vernünftig. »Ha, da sehe ich einen Cicero,« rief Kandid, »den großen Mann werden Sie doch gewissen, nie müde zu lesen.« »Nein, denn ich sehe ihn nie an,« versetzte der Venezianer. »Was kümmert's mich, daß er vor so und so viel Jahrhunderten für einen obskuren Rabirius oder Kluentius als Anwalt aufgetreten ist? Ich habe selbst genug Prozesse zu schlichten. Er könnten mir schon seine philosophischen Werke zusagen, da ich aber sah, daß er an allem zweifelt, schloß ich, daß ich so viel davon wüßte wie er, und um unwissend zu sein, niemandes Hilfe nötig hätte.« »Ei, hier sehe ich achtzig Bände Kommentationen einer Akademie der Wissenschaften,« sprach Martin, »darunter könnte wohl was Gutes sein.« »Das könnte es allerdings,« entgegnete Pococodante, »wenn nur ein einziger von allen, die den Plunder zusammengeschmiert, die Kunst, Stecknadeln zu machen, erfunden hätte. So aber findet man in dem ganzen Kram nur leere Systeme und nichts im Mindesten brauchbares.« »Welch eine Menge dramatischer Werke sehe ich da,« rief Kandid, »italienische, spanische, französische.« »Jawohl«, sprach der Senator, »es sind an dreitausend Stück, und darunter noch nicht einmal drei Dutzend, die was taugen.« »Was nun gar diese Predigt-Sammlungen betrifft, die insgesamt nicht eine einzige Seite von Seneca aufwiegen, und jene dicken theologischen Wälzer, so können Sie leicht denken, daß es mir so wenig wie sonst jemandem einfällt, nur einen Blick hineinzuwerfen.« Martin bemerkte einen Schrank, worin nur englische Bücher standen. »Ich sollte denken,« sprach er, »ein Republikaner müßte an Werken Geschmack finden, die in so freiem Geiste geschrieben sind.« »Allerdings«, antwortete Pococodante, »ist es schön, zu schreiben, was man denkt. Das ist das Vorrecht des Menschen. In unserem ganzen Italien schreibt man nur, was man nicht denkt. Die heutigen Bewohner des Vaterlandes der Cäsaren und Antonine dürfen sich nicht unterstehen, ohne die Erlaubnis eines Dominikaners nur einen Gedanken zu haben, geschweige denn auszusprechen. »Ich wäre mit der Freiheit, die den genialen Briten begeistert, vollkommen zufrieden, wenn nicht bei ihm wieder Leidenschaft und Parteigeist alles verdürben, was diese kostbare Freiheit schätzenswertes hat.« Kandid ward einen Milton gewahr und fragte, ob er diesen Dichter nicht für einen großen Mann halte. »Wen«, sprach Pococodante, »diesen Barbaren, der in zehn Büchern holpriger Verse einen weitschweifigen Kommentar über die drei ersten Kapitel des ersten Buchs Mose schreibt? Diesen plumpen Nachahmer der Griechen, der die Schöpfungsgeschichte verhunzt, und der, statt dass Moses den Allmächtigen darstellt, wie er durch sein bloßes Werde die Welt ins Dasein ruft, den Messias aus einem Schranke des Himmels einen großen Zirkel hervorholen lässt, um den Grundriss zum Universum zu ziehen? Ich, ihn hochschätzen, der Tassos Hölle und Teufel verpfuscht hat, der den Lucifer bald in eine Kröte, bald in einen Kollgraben verkappt, der ihn hundertmal dieselben Reden wiederkeuen und gelegentlich theologische Streitfragen erörtern lässt, Der Ariostos komische Erfindung mit dem Feuergewehr in vollem Ernste nachahmt und von den Teufeln im Himmel die Kanonen losbrennen lässt? Weder ich noch sonst irgendjemand in Italien konnte solchem Unsinn Geschmack abgewinnen. Die Heirat der Sünde und des Todes und die Nattern, welche die Sünde gebiert, müssen auf jeden Leser von gesundem Geschmack wie ein Brechmittel wirken, und seine lange Beschreibung eines Hospitals taugt nur für einen Totengräber. Dieses dunkle, fantastische, ekelhafte Gedicht wurde bei seinem ersten Erscheinen übersehen und verachtet. Ich halte nicht mehr und nicht weniger davon, als seine Zeitgenossen in seinem Vaterlande davon hielten. Übrigens sage ich, was ich denke, und kümmere mich wenig darum, ob andere so denken wie ich. Kandid wurde durch diese Reden ein wenig verstimmt. Er hielt den Homer hoch in Ehren, und Milton war ihm nicht gleichgültig. »O weh, o weh«, raunte er Martin zu, »wie wird der Mann erst unsere deutschen Poeten wegfallen lassen?« »Das Unglück wäre eben so groß nicht«, versetzte Martin. »Welch ein überlegener Kopf«, fuhr Kandid halblaut fort, »welch ein großes Genie ist doch dieser Pococurante. Niemand kann ihm etwas recht machen.« Nachdem sie auf besagte Weise sämtliche Bücher die Musterung hatten passieren lassen, gingen sie in den Garten hinunter. Kandid erhob dessen Schönheit bis in den Himmel. »Ich kenne nichts Geschmackloseres«, sprach der Eigentümer, »nichts als eitler Tant und Flitterkram. Aber morgen am Tage will ich einen Garten nach einem edlern Plane anlegen lassen.« Als die beiden Neugierigen sich von seiner Exzellenz verabschiedet hatten, sprach Kandid zu Martin, »nun, dass der Mann der glücklichste Mensch auf Erden ist, werden Sie doch hoffentlich nicht leugnen wollen. Ist er nicht über alles erhaben, was er besitzt?« »Sehen Sie denn nicht«, entgegnete Martin, »dass er alles dessen überdrüssig ist?« »Die Mägen sind nicht die Besten«, hat Platon schon vor langer Zeit gesagt, »die alle Speisen und Getränke zurückweisen.« »Aber«, wandte Kandid ein, »ist es nicht auch eine Lust, alles zu bekritteln und Fehler zu entdecken, wo andere Leute nur Schönheiten zu sehen glauben?« »Das heißt«, versetzte Martin, »ist es nicht eine Lust und Freude, an nichts Lust und Freude zu finden?« »Nun gut«, sprach Kandid, »so bin ich denn allein glücklich, wenn ich Fräulein Kunigunde wiedersehe.« »Halten Sie meinetwegen die Hoffnung fest«, sprach Martin, »hoffnung lässt nicht zu Schanden werden.« Indessen verstrichen wieder Tage und Wochen unter vergeblichem Hoffen und Harren, kein Kakambo ließ sich blicken, und Kandid war so in Schmerz versenkt, daß er nicht einmal darauf achtete, wie weder Pakette noch Fra Leukoyo einmal wiedergekommen, um sich für das ihnen gemachte reich Kapitel 26 von Kandid oder Die Beste Welt Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Kandid oder Die Beste Welt von Voltaire Übersetzt von Adolf Ellissen 26. Kapitel Wie Kandid und Martin mit sechs Fremden zu Abend speisten, und wer diese waren Als sich eines Abends Kandid mit Martin und einigen Fremden, die in demselben Wirtshause logierten, zu Tische setzen wollte, packte ihn plötzlich ein Mensch mit einem rußfarbenen Gesichte von hinten zu beim Arm und flüsterte ihm zu, Halten Sie sich reisefertig, Sie müssen mit uns fort, vergessen Sie es ja nicht. Kandid dreht sich um und sieht Kakambo. Nur Kunigundens Anblick hätte ihm noch überraschender und erfreulicher sein können. Er war nahe daran, vor Entzücken närrisch zu werden. Inbrünstig umarmte er seinen teuren Freund. »Sicher ist also Kunigunde hier. Wo ist sie? Bringe mich zu ihr, dass ich in ihren Armen vor Wonne sterbe.« »Kunigunde ist nicht hier«, entgegnete Kakambo. »Sie ist in Konstantinopel.« »Hilf Himmel, in Konstantinopel! Aber wäre sie auch in China, ich flöge zu ihr hin. Fort, fort, zu Schiffe!« »Nach dem Essen werden wir zu Schiffe gehen«, erwiderte Kakambo. »Mär kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ich bin Sklave, mein Herr wartet auf mich, ich muss ihn bei Tische bedienen. Sagen Sie kein Wort, nehmen Sie Ihr Abendbrot ein und halten Sie sich dann bereit.« Freude und Schmerz stürmten mit gleicher Heftigkeit auf Kandids Seele ein. Entzückt, seinen getreuen Agenten wiedergesehen zu haben, bestürzt, ihn im Sklavenkleide zu erblicken und vor allem voll von dem Gedanken, seine Geliebte wiederzufinden, mit gepresstem Herzen und halb verwirrt im Kopfe, setzte er sich mit Martin, der allen diesen Abenteuern ganz kaltblütig zuschaute, und mit sechs Fremden zu Tische, die das Karneval in Venedig mitmachen wollten. Gegen das Ende der Mahlzeit sagte Kakambo einem der sechs Fremden, dem er bei der Mahlzeit aufgewartet hatte, halblaut ins Ohr, »Sir, Eure Majestät können reisen, wenn's Ihnen gefällig ist. Das Schiff ist segelfertig.« Hierauf ging er hinaus. Stumm vor Erstaunen sahen die Gäste einander an, als ein zweiter Bedienter sich seinem Herrn mit den Worten näherte, »Sir, die Kutsche Eurer Majestät steht zu Padua, und die Barke ist bereit.« Der Herr gab ihm einen Wink, und der Diener ging fort. Wieder sahen sich sämtliche Gäste mit großen Augen, worin sich doppeltes Erstaunen kundgab, einander an. Ein dritter Diener näherte sich einem dritten Fremden und sagte, »Folgen Sie meinem Rat, Sir. Es ist für Eure Majestät nicht ersprießlich, sich hier noch länger aufzuhalten. Ich gehe, um schleunigst alles zur Abreise in Bereitschaft zu setzen.« Mit diesen Worten verschwand er. Kandid und Martin zweifelten jetzt nicht mehr, nur eine Karnevalsmaskerade vor Augen zu haben. Und wurden in dieser Meinung noch mehr bestärkt, als ein vierter Bedienter seinem Herrn sagte, »Eure Majestät können abreisen, sobald es Ihnen gefällig ist.« Ganz dasselbe wiederholte ein Fünfter. Allein der sechste Diener sprach mit dem sechsten Fremden, der neben Kandid saß, in ganz anderem Ton. »Meiner Treu, Sir«, sagte er, »man will weder Eurer Majestät noch mir länger kreditieren, und ich fürchte, wir werden am Ende noch diese Nacht beide in den Schuldturm wandern müssen. Ich gehe, um für mich selbst zu sorgen. Adio!« Nachdem alle Bedienten hinaus waren, verharrten die sechs Fremden, Kandid und Martin, im tiefsten Stillschweigen. Endlich konnte Kandid sich nicht länger halten. »Meine Herren«, sprach er, »das ist ja ein seltsamer Spaß. Warum stellen Sie denn sämtliche Könige vor? Ich meinerseits gestehe, daß ich so wenig wie Martin ein gekröntes Haupt bin.« Kakambos Gebieter nahm jetzt gravitätisch das Wort und sprach auf Italienisch, »ich bin nichts weniger als ein Spaßmacher. Ich heiße Achmed der Dritte und war mehrere Jahre Großsultan. Ich stieß meinen Bruder vom Throne und wurde selbst von meinem Neffen entthront. All meine Visiere wurden geköpft, und ich bin verurteilt, meine Tage im alten Serai zu beschließen. Mein Neffe, der Großsultan Mahmud, erlaubt mir bisweilen, meiner Gesundheit wegen, eine Reise zu machen, und so bin ich diesmal nach Venedig gekommen, um dem Karneval beizuwohnen. Ein Jüngling, der neben Achmed saß, hub nach ihm an zu reden. »Ich heiße Ivan«, sprach er, »und war Kaiser und Selbstherrscher aller Reußen. Schon in der Wiege wurde ich entthrömt. Meine beide Eltern wurden in den Kerker geworfen und ich im Gefängnis erzogen. Bisweilen erlaubt man mir, in Begleitung meiner Wächter eine Reise zu machen, und so bin ich nach Venedig gekommen, um dem Karneval beizuwohnen.« Der Dritte sprach, »ich bin Karl Edward, König von England. Mein Vater trat mir seine Rechte auf dies Königreich ab, und ich trat zu deren Behauptung, mit gewaffneter Hand, in die Schranken. Achthunderten meiner Anhänger riss man das Herz aus und schlug es ihnen um die Ohren. Ich habe auch im Gefängnis gesessen. Jetzt gehe ich nach Rom, meinen Vater zu besuchen, der gleichfalls entschont ist, wie ich und mein Großvater, und bin vorläufig nach Venedig gekommen, um dem Karneval beizuwohnen.« Nunmehr nahm der Vierte das Wort und sprach, »ich bin König von Polen. Das Kriegslos, dessen Tücke auch mein Vater erprobte, beraubte mich meiner Erbstaaten. Wie der Sultan Ahmed, der Kaiser Ivan und der König Karl Edward, denen Gott ein langes Leben verleihen möge, ergebe ich mich in den Willen der Vorsehung und bin nach Venedig gekommen, um dem Karneval beizuwohnen. Der Fünfte sprach, »Auch ich war König von Polen. Zweimal verlor ich mein Königreich. Allein die Vorsehung gab mir einen anderen Staat, worin ich mehr Gutes getan habe, als alle Könige der Sarmaten zusammengenommen an den Ufern der Weichsel auch mit dem besten Willen zu tun vermocht hätten. Auch ich füge mich in den Willen der Vorsehung und bin nach Venedig gekommen, um dem Karneval beizuwohnen.« Jetzt war an dem sechsten Monarchen die Reihe. »Meine Herren«, sprach er, »ein so großer Herr wie jeder von Ihnen war ich freilich nicht. Dennoch aber bin ich so gut wie Sie König gewesen. Ich heiße Theodor und wurde zum Könige von Korsika erwählt. Sonst nannte man mich Eure Majestät, und jetzt nennt man mich kaum mein Herr. Sonst ließ ich Münzen schlagen, jetzt habe ich keinen roten Dreier. Sonst hatte ich zwei Staatssekretäre, und jetzt sahen sie, wie mir mein letzter Bedienter davonlief. Ich sah mich einst auf einem Throne und mußte nachher in London geraume Zeit im Kerker auf dem Stroh liegen. Ich fürchte sehr, daß es mir hier am Ende ebenso geht, obgleich ich, wie Eure Majestäten, nach Venedig kam, um dem Karneval beizuwohnen.« Die fünf anderen Könige hörten dieser Erzählung mit edelm Mitleiden zu. Jeder von ihnen gab dem Könige Theodor zwanzig Zechinen, um sich Kleider und Hemden anzuschaffen. Kandid aber schenkte ihm einen Diamanten von zweitausend Zechinen an Wert. »Was ist denn das nur für ein einfacher Privatmann?« sprachen die fünf Könige untereinander. »Der imstande ist, hundertmal so viel wegzugeben, als jeder von uns, und der es auch tut. In eben dem Augenblick, da man vom Tische aufstand, kamen in demselben Wirtshause vier Durchlauchten an, die gleichfalls durch das Kriegslos ihrer Staaten beraubt waren und jetzt den Rest des Karnevals in Venedig mitmachen wollten. Kandid achtete nicht einmal auf die Neuangekommenen, der Gedanke, seine teure Kunigunde in Konstantinopel aufzubauen. Kapitel 27 von Kandid oder die Beste Welt Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Kandid oder die Beste Welt Von Voltaire Übersetzt von Adolf Ellison 27. Kapitel Kandids Reise nach Konstantinopel Der treue Kakambo hatte bereits den türkischen Schiffspatron, der den Sultan Ahmed nach Konstantinopel zurückbringen sollte, dahin vermocht, auch Kandid und Kakambo mit an Bord zu nehmen. Beide begaben sich aufs Schiff, nachdem sie seiner erbarmungswürdigen Hoheit ihre Huldigung dargebracht hatten. Sehen Sie, sprach Kandid unterwegs zu Martin, da haben wir nun mit sechs abgesetzten Königen gespeist, und noch dazu war unter den Sechsen einer, dem ich ein Almosen gegeben habe. Vielleicht gibt es noch viele andere, weit unglücklichere Fürsten. Ich habe doch nur hundert Lamas verloren und fliege jetzt in Kunigundens Arme. Noch einmal, liebster Martin, Pangloss hatte recht, alles ist gut. Wollte Gott, seufzte Martin. Aber, sprach Kandid, das ist doch ein höchst unwahrscheinliches Abenteuer, was wir da in Venedig erlebt haben. Hat man je gesehen oder gehört, daß sechs abgesetzte Könige zusammen in einem Wirtshause zu Abend gegessen? »Das ist nicht merkwürdiger,« versetzte Martin, »als das meiste, was uns begegnet ist. Daß Könige abgesetzt werden, ist doch was sehr Gewöhnliches. Und daß wir nun gerade die Ehre hatten, mit ihnen zu speisen, ist die Nebensache, auf die weiter gar nichts ankommt.« Kaum war Kandid auf dem Schiffe, so fiel er seinem alten Diener, seinem Freunde, Kakambo, um den Hals. »Nun«, fragte er, »was macht Kunigunde? Ist sie noch immer jenes Wunder der Schönheit und Anmut? Liebt sie mich noch? Oh, wie geht es ihr? Du hast jedoch ohne Zweifel in Konstantinopel gleich einen Palast gekauft?« »Mein lieber Herr«, antwortete Kakambo, »Kunigunde scheuert am Ufer des Marmorameers das Küchengeschirr eines Fürsten, der nur wenig Teller und Schüsseln aufzuweisen hat. Sie ist Sklavin im Hause eines ehemaligen Herrschers, Ragotzi, dem der Großtürk täglich drei Taler in seiner Freistadt ausgesetzt hat.« Mit noch größerer Betrübnis aber werden sie vernehmen, dass ihre Schönheit zum Kuckuck, dass sie über alle Maßen häßlich geworden ist. »Ach, schön oder häßlich«, erwiderte Kandid, »ich bin ein ehrlicher Mann und somit verpflichtet, sie immer zu lieben. Aber wie konnte sie nur mit den fünf oder sechs Millionen, die du ihr brachtest, so entsetzlich herunterkommen?« »Schon gut«, sagte Kakambo, »müßte ich nicht dem Señor Don Fernando de Barra y Figueroa y Mascareñas y Lampurdos y Susa, Stadthalter von Buenos Aires, zwei Millionen für die Erlaubnis erlegen, Fräulein Kunigunde mitnehmen zu dürfen? Und hat uns nicht den ganzen Rest ein Pirat redlich weggekapert? Hat uns nicht eben dieser Pirat nach Kap Matapan, nach Milo, nach Nikaria, nach Samos, nach Petra, nach den Dardanellen, nach Marmora, nach Skutari geschleppt? Kunigunde und die Alte dienen bei dem Fürsten, wovon ich ihnen sagte, und ich bin Sklave beim entthronten Sultan. »Welche unendliche Kette des entsetzlichen Missgeschicks«, rief Kandid aus, »aber bei alledem habe ich ja noch einige Diamanten und werde Kunigunden damit leicht befreien.« »Es ist doch schade, daß sie so häßlich geworden ist.« Hierauf wandte er sich zu Martin und sprach, »wen halten Sie wohl für beklagenswürdiger? Den Sultan Ahmed, den Kaiser Ivan, den König Karl Eduard oder mich?« »Wie kann ich das wissen?« antwortete Martin. »Da müsste ich in Ihrer aller Herzen lesen können.« »Ach«, sagte Kandid, »wäre Pangloss nur hier, der würde es schon wissen und uns darüber belehren.« »Ich möchte wohl wissen«, sprach Martin, »mit welcher Waage Ihr Pangloss das Unglück der Menschen wiegen und ihre Schmerzen taxieren könnte.« »Nur davon bin ich meinerseits fest überzeugt, daß Millionen und Abermillionen Menschen hundertmal mehr Mitleiden verdienen als der König Karl Eduard, der Kaiser Ivan, der Sultan Ahmed und alle ihre abgesetzten Kollegen.« »Das ist sehr möglich«, sprach Kandid. Nach wenigen Tagen liefen sie in den Bosporus ein. Das Erste, was Kandid tat, war, daß er Kakambo sehr teuer loskaufte. Ungesäumt warf er sich sodann mit seinen beiden Gefährten in eine Galere, um am Ufer des Marmorameers Kunigunde aufzusuchen, so hässlich sie auch immer sein möchte. Unter den Ruderknechten waren zwei, die ganz erbärmlich ruderten, und denen der Levanti-Patron von Zeit zu Zeit einige Hiebe mit dem Ochsenziemer über ihre nackten Schultern versetzte. Vermöge einer sehr natürlichen Regung seines Gefühls, betrachtete Kandid sie aufmerksamer als die anderen Galärensklaven und näherte sich ihnen mitleidig. In gewissen Zügen ihrer höchst verunstalteten Gesichter glaubte er, eine entfernte Ähnlichkeit mit Pangloss und mit jenem unglücklichen Jesuitenbaron, Kunigundens Bruder, zu erkennen. Diese Vorstellung ergriff und betrübte ihn aufs Äußerste. Er faßte sie noch schärfer ins Auge. »Wahrhaftig«, sprach er zu Kakambo, »hätte ich nicht den Magister Pangloss hängen sehen und, das Unglück gehabt, den Freiherrn durch und durch zu rennen, so könnte ich mich kaum der Vermutung erwehren, den einen wie den anderen in den beiden Unglücklichen dort vor mir zu sehen.« Bei den Worten Freiherr und Pangloss stießen die beiden Gefesselten einen lauten Schrei aus, saßen plötzlich regungslos da und ließen ihre Ruder fallen. Der Levanti-Patron rannte sogleich auf sie zu und verdoppelte die Hiebe mit dem Ochsenziemer. »Halt, halt, Herr«, schrie Kandid, »ich will euch geben, was ihr haben wollt.« »Himmel, es ist Kandid!«, rief der eine der Galerensklaven. »Himmel, es ist Kandid!«, wiederholte der andere. »Träum ich oder wache ich!«, sprach Kandid, »bin ich denn wirklich auf dieser Galere? Ist das der Freiherr, den ich getötet habe? Ist das Magister Pangloss, den ich hängen sah?« »Wir sind es!«, antworteten sie. »Wie, ist das der große Philosoph?«, fragte Martin. »He, Herr Levanti-Patron!«, sagte Kandid, »wie viel Lösegeld fordert ihr für den Freiherrn von Tundertentronc, einen der ersten Freiherrn des Heiligen Römischen Reichs, und für den Herrn Magister Pangloss, den tiefsinnigsten Metaphysiker in ganz Deutschland?« »Ein Christenhund!«, antwortete der Levanti-Patron. »Da jene beiden Hunde von Christensklaven, Freiherrn und Metaphysiker sind, was in ihren Landen wohl hohe Würden sein müssen, so sollst du mir fünfzigtausend Zechinen für sie geben.« »Ihr sollt sie haben, Herr, bringt mich nur schnell wie der Blitz nach Konstantinopel, und auf der Stelle sollt ihr bezahlt werden. Doch nein, bringt mich lieber zu Fräulein Kunigunden.« Bei Kandids ersten Worten hatte der Patron bereits das Schiff umlegt und ließ schneller, als ein Vogel die Lüfte durchschneidet, nach der Stadt zurudern. Kandid fiel einmal über das andere, bald dem Freiherrn, bald Pangloss um den Hals. »Und wie ist es nur möglich, teuerster Baron, daß ich Sie nicht umgebracht habe? Und wie können Sie noch leben, verehrtester Pangloss, nachdem Sie bereits am Galgen hingen? Und wie sind Sie nun alle beide auf die türkischen Galeren geraten?« »Ist denn wirklich meine teure Schwester in der Türkei?« fragte der Freiherr. »Nicht anders,« versicherte Kakambo. »So sehe ich denn meinen geliebten Kandid wieder,« rief Pangloss. Kandid stellte ihnen Martin und Kakambo vor, sie umarmten sich insgesamt und sprachen alle zugleich. Die Galere flog inzwischen mit Windeseile dahin, und bald waren sie im Hafen angelangt. Man ließ einen Juden kommen, welcher Kandid, einen Diamanten, der wenigstens hunderttausend Zechinen wert war, für die Hälfte abschacherte und bei Vater Abraham schwor, keinen Kreuzer mehr dafür geben zu können. Ungesäumt bezahlte Kandid hierauf das Lösegeld für den Freiherrn und für Pangloss. Letzterer warf sich seinem Befreier zu Füßen und badete sie mit Tränen. Jener dankte ihm mit vornehmem Kopfnicken und versprach, ihm das Geld bei erster Gelegenheit wiederzugeben. »Ist es denn aber nur möglich,« fragte er abermals, »dass meine Schwester sich in der Türkei befindet?« »Nichts möglicher,« sprach Kakambo, »es ist ausgemacht, dass sie einem siebenbürgischen Fürsten sein schlechtes Küchengeschirr scheuert.« Man ließ sofort zwei Juden kommen. Kandid verkaufte wieder einige Diamanten, und sie bestiegen darauf, sämtlich eine andere Galeere, um Kunigunden aufzubauen. Kapitel 28 von Kandid oder die Beste Welt Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Kandid oder die Beste Welt von Voltaire Übersetzt von Adolf Ellissen 28. Kapitel Schicksale des Freiherrn und des Magisters Pangloss »Verzeihung, nochmals Verzeihung, hochwürdiger Pater, daß ich Ihnen so ohne Weiteres den Degen durch den Leib jagte,« sagte Kandid zum Freiherrn. »Nichts mehr davon,« antwortete dieser. »Ich war ein wenig zu lebhaft, ich gestehe es. Doch Sie wollen wissen, welch ein unglücklicher Zufall mich auf die Galeren gebracht hat. So hören Sie denn.« Nachdem der Bruder Apotheker unsers Kollegiums meine Wunde geheilt hatte, wurde ich von einer spanischen Streifpartei angegriffen und gefangen genommen. Man setzte mich in Buenos Aires, das meine Schwester eben verlassen hatte, ins Gefängnis. Ich verlangte, nach Rom, zum Pater General zurückzukehren, und später wurde ich zum Almosenier des französischen Herngesandten in Konstantinopel ernannt. Ich hatte dieses Amt noch keine acht Tage bekleidet, als ich gegen Abend zufällig mit einem jungen, sehr wohlgebildeten Itzschoglan zusammentraf. Es war sehr schwül. Der junge Mensch wollte sich baden. Ich nahm die Gelegenheit wahr und badete mich mit. Ich hatte keine Ahnung davon, dass es für einen Christen ein Halsverbrechen sei, mit einem jungen Muselmann in Puris Naturalibus betroffen zu werden. Ein Kadhi ließ mir hundert Stockprügel auf die Fußsohlen geben und verurteilte mich zu den Galeeren. Eine himmelschreiendere Ungerechtigkeit ist meines Erachtens noch nie begangen worden. Aber noch einmal, wie um Himmels Willen, geriet nur meine Schwester in die Küche eines zu den Türken geflüchteten Fürsten von Siebenbürgen. »Und Sie, teuerster Pangloss«, rief Kandid, »wie ist es möglich, dass ich Sie wiedersehe?« »Es war freilich keine Augentäuschung«, sprach Pangloss, »dass Sie mich hängen sahen. Der Regel nach hätte ich verbrannt werden müssen. Sie erinnern sich aber wohl, dass es regnete, als wenn es mit Mulden goß. Und dazu wütete ein so heftiger Sturm, dass man nicht daran denken konnte, das Holz zum Brennen zu bringen. Ich wurde also gehängt, weil man nichts Besseres mit mir anfangen konnte. Ein Feldscher kaufte meinen Leichnam, nahm mich mit nach Hause und fing an, mich zu sezieren. Er machte zuerst einen Kreuzschnitt von dem Nabel bis zum Schlüsselbein hinauf. Noch nie seit der Erfindung des Galgens war wohl jemand elender gehängt worden als ich. Der Nachrichter der heiligen Inquisition, der den Rang eines Unterdiakonus bekleidete, verstand sich meisterlich aufs Verbrennen, aber das Hängen war seine Sache nicht. Der Strick war vom Regen durchnäßt, glitschte also nicht recht und schlug einen schlechten Knoten. Kurz, ich atmete noch. Der Kreuzschnitt weckte mich aus meiner Bewusstlosigkeit, und ich stieß ein so furchtbares Gebrüll aus, daß mein Feldscher rücklings zu Boden stürzte, dann schleunigst in der Meinung, er habe den Teufel seziert, halb tot vor Furcht davonlief und Hals über Kopf die Treppe hinunterfiel. Seine Frau kam bei dem Lärm und Gepolter aus einem Nebenzimmer herbeigerannt, sah mich mit meinem Kreuzschnitt über den Tisch ausgestreckt liegen, geriet in noch größere Angst als ihr Mann, lief davon und fiel auf ihn. Als sie sich ein wenig erholt hatten, hörte ich die Frau zum Manne sagen, »Wie konntest du dir's nur einpfannen lassen, mein Bester, einen Ketzer zu sezieren? Du solltest doch wissen, daß dergleichen Leute immer den Teufel im Leibe haben. Ich will geschwind hin und einen Priester holen, damit der ihn austreibt.« Die Haut schauderte mir bei diesen Worten, ich raffte den geringen Überrest meiner Kräfte zusammen und schrie, »Habt Erbarmen mit mir!« Endlich faßte der portugiesische Barbier sich ein Herz. Er nähte meiner Haut wieder zu. Selbst seine Frau nahm sich meiner liebevoll an, und nach vierzehn Tagen war ich wieder auf den Beinen. Der Barbier sah sich nach einem Dienst für mich um und brachte mich als Lakai bei einem Malteser Ritter unter, der nach Venedig ging. Da aber mein Herr mir meinen Lohn nicht zahlen konnte, trat ich bei einem venezianischen Kaufmann in Dienst und folgte ihm nach Konstantinopel. Eines Tages kam ich auf den Einfall, in eine Moschee zu gehen. Es war niemand darin als ein alter Iman und eine junge, allerliebste Andächtige, die ihre Paternoster herbetete. Ihr Busen war ganz unverhüllt, und vor demselben steckte ein schöner Strauß von Tulpen, Rosen, Anemonen, Ranunkeln, Hyazinthen und Aurickeln. Sie ließ ihn fallen. Ich hob ihn auf und steckte ihn mit sehr ehrfurchtsvoller Geschäftigkeit ihr wieder vor. Beim Anordnen der Blumen brachte ich so lange Zeit zu, daß der Iman in Harnisch geriet, und da er sah, daß ich ein Christ war, um Hilfe rief. Man führte mich vor den Kadhi, der mir hundert Hiebe mit dem Bambusrohr auf die Fußsohlen geben ließ, und mich auf die Galeren schickte. Ich wurde gerade auf dieselbe Galere und auf die Bank geschmiedet, worauf sich der Herr Freiherr befanden. Auf der nämlichen Galere waren noch vier junge Marseiller, fünf neapolitanische Priester und zwei Mönche aus Corfu, die uns versicherten, daß dergleichen Geschichten alle Tage passierten. Der Herr Freiherr behauptete, ihm sei größeres Unrecht geschehen als mir. Ich behauptete dagegen, daß es weit erlaubter ist, einem Frauenzimmer einen Blumenstrauß wieder vor den Busen zu stecken, als sich in Puris Naturalibus mit einem Itchoglan betreffen zu lassen. Wir disputierten beständig und empfingen täglich unsere zwanzig Karbatschenstreiche, bis die Verkettung der Begebenheiten in dieser Welt sie, teurer Kandid, in unsere Galere führte und sie uns loskauften. Nun, lieber Pangloss, sprach Kandid, blieben Sie denn noch immer bei Ihrem alten Leersatze, nachdem Sie gehängt, seziert, zerprügelt und endlich Galerensklave geworden waren? Behaupten Sie noch immer, daß diese Welt die beste ist? »Allerdings hänge ich noch immer fest an meiner ersten Meinung und werde ihr ewig treu bleiben,« antwortete Pangloss, »denn ich bin ein Philosoph, und es würde mir schlecht anstehen, etwas, das ich einmal behauptete, zu widerrufen. Leibniz kann nicht Unrecht haben, und überdies gibt es nichts Herrlicheres in der Welt, als die vorherbestimmte Harmonie, wie auch die Lehre vom Plenum, Kapitel 29 von Kandid oder die beste Welt Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Kandid oder die beste Welt Von Voltaire Übersetzt von Adolf Ellissen 29. Kapitel Wie Kandid Kunigunden und die Alte wiederfand Während Kandid, der Freiherr, Pangloss, Martin und Kakambo sich ihre Abenteuer erzählten, über die zufälligen oder nicht zufälligen Begebenheiten in der Welt vernünftelten, Über Wirkungen und Ursachen, über das moralische und physische Übel, über Freiheit und Notwendigkeit und über die Tröstungen disputierten, deren man sich auf einer türkischen Galere erfreuen kann, Landeten sie bei dem Hause des Fürsten von Siebenbürgen am Ufer des Marmorameers. Das Erste, was ihnen in die Augen fiel, war Kunigunde und die Alte, die Servietten auf eine Leine hingen, um sie zu trocknen. Bei diesem Anblick erblasste der Freiherr. Als aber Kandid, der zärtliche Liebhaber, seine schöne Kunigunde erblickte, als er ihre gebräunte Haut sah, die Scharlachränder um ihre Augen, ihren zusammengeschrumpften Busen, ihre runzeligen Wangen, ihre roten und schuppigen Arme, da wich er schaudernd drei Schritte zurück. Doch Vermöge seiner natürlichen Gutmütigkeit bezwang er sich und trat ihr wieder näher. Sie umarmte Kandid und ihren Bruder, man umarmte die Alte, und Kandid kaufte sie beide los. Es lag ein kleiner Meierhof in der Nähe. Die Alte machte Kandid den Vorschlag, sich in Erwartung besserer Zeiten damit zu behelfen. Kunigunde wußte nicht, wie häßlich sie geworden war. Niemand hat es ihr gesagt. Sie erinnerte Kandid in so entschiedenem Tone an sein Versprechen, dass der gute Kandid sich der Erfüllung desselben nicht zu entziehen wagte. Er erklärte demnach dem Freiherrn, dass er seine Schwester jetzt heiraten werde. »Nie«, fuhr der Baron auf, »werde ich eine solche Niederträchtigkeit von Seiten meiner Schwester, nie eine solche Frechheit von eurer Seite dulden. »Nein, diese Infamie soll man mir nicht vorwerfen. Die Kinder meiner Schwester wären ja in keinem deutschen Kapitel stiftsfähig. Nein, nie soll sich meine Schwester mit wem anders als mit einem Reichsfreiherrn vermählen.« Kunigunde warf sich ihm zu Füßen und benetzte sie mit ihren Tränen. Er blieb unerbittlich. »Hans Narr«, rief Kandid, »ich habe dich von den Galären befreit, ich habe für dich und deine Schwester das Lösegeld bezahlt. Sie scheuert hier Schüsseln und Näpfe, ist häßlich wie die Nacht, ich bin gutmütig und will sie zur Frau nehmen, und du unterstehst dich noch, was dagegen einzuwenden? Es juckt mir wahrlich in den Fingern, dich aufs Neue über den Haufen zu stechen. »Töte mich meinetwegen zum zweiten Male«, schrie der Freiherr, »aber meine Schwester sollst du, solange ich lebe.« Kapitel 30 von Kandid oder die Beste Welt Kandid oder die Beste Welt von Voltaire Übersetzt von Adolf Ellissen Kandid hatte im Grunde seines Herzens nicht die geringste Lust, Kunigunden zu heiraten. Allein eben die grenzenlose Unverschämtheit des Freiherrn bestimmte ihn zu dem Entschluß, die Heirat zu vollziehen, und Kunigunde drang überdies so lebhaft in ihn, daß er sein Wort nicht gut zurücknehmen konnte. Er beriet sich mit Pangloss, Martin und dem treuen Kakambo. Pangloss schrieb eine schöne Abhandlung, worin er bewies, daß der Freiherr kein Recht über seine Schwester habe, und daß sie nach allen Reichsgesetzen sich Kandid an die linke Hand könne antrauen lassen. Martin stimmte dafür, den Freiherrn ins Meer zu werfen. Kakambo tat den Ausspruch, man müsse ihn dem Levanti-Patron wieder überliefern und vorläufig wieder auf die Galere schmieden, worauf man ihn ja dann mit erster Gelegenheit nach Rom zum Patergeneral zurückschicken könnte. Dieser Rat wurde einstimmig angenommen, auch die Alte billigte ihn. Seiner Schwester sagte man nichts davon. Für wenig Geld war die Sache abgetan, und man hatte das Vergnügen, zu gleicher Zeit einen Jesuiten zu überlisten und den Hochmut eines deutschen Freiherrn zu züchtigen. Nach so mannigfachem Missgeschick endlich mit seiner Geliebten vereint, in Gesellschaft der Philosophen Pangloss und Martin, des klugen Kakambo und der Alten, und überdies in Besitz so vieler Diamanten, die er aus dem Vaterlande der alten Inkas mitgebracht, hätte Kandid, wie man denken sollte, unfehlbar das angenehmste Leben von der Welt führen müssen. Allein er wurde von den Juden der Gestalt geprellt, daß ihm bald nichts weiter übrig blieb, als sein kleiner Meierhof. Dazu wurde seine Frau von Tage zu Tage häßlicher und in eben dem Maße zänkischer und unleidlicher. Die Alte war schwach und kränklich und zudem noch übellauniger als Kunigunde. Kakambo, der im Garten arbeitete und die Hülsenfrüchte zum Verkauf nach Konstantinopel trug, hatte alle Hände voll zu tun und verwünschte sein Schicksal. Pangloss war in Verzweiflung, nicht auf einer deutschen Universität zu glänzen. Martin endlich war fest überzeugt, daß es einem aller Orten schlecht geht, und er trug daher sein Los noch am geduldigsten. Kandid, Martin und Pangloss disputierten noch oft über Sätze aus der Metaphysik und der Moralphilosophie. Unter ihren Fenstern kamen oft Schiffe vorbei, die mit Effendis, Paschas, Kadis beladen waren, die man nach Lemnos, Mytilene oder Arcerum ins Exil schickte. Man sah andere Kadis, andere Paschas und Effendis ankommen, die an den Platz der Vertriebenen traten und die dann, wenn die Reihe an sie kam, wieder vertrieben wurden. Oft sah man auch wohl einbalsamierte Köpfe ankommen, die der hohen Pforte zu Füßen gelegt wurden. Bei solchen Gelegenheiten wurden ihre Dispute doppelt lebhaft. Wenn man sich aber ausdisputiert hatte, wurde die Langeweile so unerträglich, daß die Alte sich einst unterstand, die Frage aufzuwerfen, Ich möchte wohl wissen, was schlimmer ist, hundertmal von schwarzen Piraten geschändet zu werden, das halbe Gesäß zu verlieren, bei den bulgaren Spießruten zu laufen, bei einem Autodafé gepeitscht und gehängt zu werden, sich sezieren zu lassen, auf den Galären zu rudern, kurz all das Elend auszustehen, das wir sämtlich erlitten haben, oder sein ganzes Leben so die Hände im Schoß hier zuzubringen. »Eine kitzlige Frage«, sprach Kandit. Dies Gespräch gab zu neuen Betrachtungen Veranlassung, und Martin zumal nahm Anlaß daraus, zu schließen, der Mensch sei dazu geboren, sein Leben in den Zuckungen der Unruhe oder in der Lethargie der Langeweile zuzubringen. Kandit war nicht damit einverstanden, brachte aber nichts Positives dagegen vor. Pangloss gestand, daß er beständig ein Spielball des entsetzlichsten Missgeschicks gewesen, da er aber einmal behauptet hatte, alles in der Welt sei aufs Herrlichste eingerichtet, verfocht er sein System aufs Eifrigste, ohne selbst daran zu glauben. Endlich ereignete sich ein Umstand, der Martin vollends in seinen verdammlichen Grundsätzen bestärkte, Kandit schwankender machte als je und Pangloss nicht wenig in Verlegenheit setzte. Sie sahen nämlich eines Tags Pakette, nebst Fra Leukoyo, bei ihrem Meierhofe landen. Beide befanden sich im äußersten Elend. Die dreitausend Piaster, die Kandit ihnen geschenkt, hatten sie bald durchgebracht, sich darauf getrennt, von Neuem überworfen, im Gefängnis gesessen, sich geflüchtet, und endlich war Fra Leukoyo Türke geworden. Pakette setzte überall ihr Handwerk fort, ohne noch was damit verdienen zu können. »Mich hatte es wohl vorhergesehen«, sagte Martin zu Kandit, »daß ihre Geschenke bald verschleudert seien und die Leute nur noch unglücklicher dadurch werden würden als zuvor. Sie und Jekka Kambo hatten ja die Piaster zu scheffeln und waren darum doch nicht glücklicher als Fra Leukoyo und Pakette.« »Ei, sieh doch, sieh doch«, sagte Pangloss zu Pakette, »so führt dich denn der Himmel wieder zu uns, armes Kind. Weißt du wohl, daß du mich um meine Nasenspitze, um ein Auge und um ein Ohr gebracht hast? Wie du aussiehst, o Welt, o Welt!« Über dies neue Abenteuer fingen sie stärker an zu philosophieren als je. In der Nachbarschaft lebte ein weit berühmter Dervisch, der für den besten Philosophen in der ganzen Türkei galt. Zudem gingen sie und fragten ihn um Rat. Pangloss führte das Wort und sprach, »Meister, wir kommen, um von euch zu erfahren, wozu ein so seltsames Tier wie der Mensch wurde.« »Was geht dich das an?« erwiderte der Dervisch. »Ist das deine Sache?« »Aber, mein ehrwürdiger Vater«, sprach Kandit, »es gibt so entsetzliches Elend auf Erden.« »Ob Elend oder Glück, was ist daran gelegen?« entgegnete der Dervisch. »Wenn seine Hoheit ein Schiff nach Ägypten sendet, kümmert sie sich wohl darum, ob die Ratten im Schiffe sich behaglich fühlen oder nicht?« »Was soll man denn machen?« fragte Pangloss. »Schweigen!« antwortete der Dervisch. »Ich schmeichelte mir«, sprach Pangloss, »ein wenig über Wirkungen und Ursachen, über die beste aller möglichen Welt, über den Ursprung des Übels, über die Natur der Seele und über die vorherbestimmte Harmonie mit euch zu philosophieren.« Bei diesen Worten schlug ihnen der Dervisch die Tür vor der Nase zu. Während dieser Unterredung erscholl das Gerücht, daß man zu Konstantinopel zwei Vesiere des Divans und den Mufti erdrosselt und viele ihrer Freunde gepfehlt habe. Diese Katastrophe erregte einige Stunden lang gewaltigen Lärm. Auf dem Heimwege nach ihrem Meierhofe stießen Pangloss, Kandid und Martin auf einen guten Alten, der sich in einer Pomeranzenlaube vor seiner Haustür der frischen Luft erfreute. Pangloss, der ebenso neugierig als schwarzhaft und disputiersüchtig war, fragte ihn, wie der eben erdrosselte Mufti heiße. »Das weiß ich nicht«, erwiderte der ehrliche Alte, »so wenig, wie ich überhaupt je den Namen irgendeines Mufti oder Visier gewußt habe. Von der ganzen Geschichte, von der du da sagst, ist mir nichts bekannt. Ich bin der Meinung, daß die meisten, die sich in öffentliche Angelegenheiten mischen, am Ende übel wegkommen und es auch verdienen. Ich erkundigte mich nie danach, was man in Konstantinopel anfängt. Ich schicke meine selbstgepflanzten Gartenfrüchte zum Verkauf dorthin und damit gut.« Wie er dies gesagt hatte, nötigte er die Fremden in sein Haus. Seine beiden Töchter und beiden Söhne bewirteten sie mit mehrerlei selbstgefertigten Scherbes, mit Kaimak, der mit eingemachter Zitronenschale abgezogen war, mit Pomeranzen, Zitronen, Limonien, Ananas, Pistazien und Mokka-Kaffee, der nicht mit den elenden Bohnen von Batavia und den Inseln vermischt war. Hierauf beräucherten die beiden Töchter des guten Muselmanns, Kandid, Pangloss und Martin, die Bärte. »Ihr müßt ein großes, herrliches Landgut haben,« sprach Kandid zum Türken. »Nichts weiter als zwanzig Morgen,« antwortete der Alte, »die bestelle ich mit meinen Kindern. Die Arbeit schützt uns vor drei Hauptübeln, vor Langeweile, Laster und Mangel.« Kandid stellte auf dem Heimwege über die Reden des Türken tiefe Betrachtungen an. »Wahrlich,« sprach er zu Pangloss und Martin, »dieser gute Alte scheint sich ein Los verschafft zu haben, das dem der sechs Könige, mit denen wir die Ehre hatten zu speisen, weit vorzuziehen ist.« »Nichts gefährlicher in dieser Welt als Macht und Größe,« sagte Pangloss, »das lernen wir von allen Philosophen. Denn am Ende ward Eglon, der König der Moabiter, durch Ehud gemeuchelmordet, Absalon an die Haaren aufgehängt und mit drei Spießen durchbohrt. König Nadab, der Sohn Jerobeams, ward von Baeza getötet, König Ella von Simri, Ahasja von Jehu, die Königin Atalia von dem Priester Jojada, die Könige Jojakim, Jojachin und Zedekia wurden Sklaven. Sie kennen das jämmerliche Ende des Krösus, Astiages, Darius, Dionys von Syrakus, Pyrrhus, Perseus, Hannibal, Jogurta, Ariovist, Cäsar, Pompeius, Nero, Otto, Bithelius, Domitian, Richards des Zweiten von England, Eduards des Zweiten, Heinrichs des Sechsten, Richards des Dritten, der Maria Stuart, Karls des Ersten, der drei Heinriche von Frankreich, Kaiser Heinrichs des Vierten, Sie wissen...« »Ich weiß auch,« sprach Kandid, »dass wir unseren Garten bestellen müssen.« »Sie haben recht,« sprach Pangloss, »denn als Gott den Menschen in den Garten setzte, setzte er ihn deshalb hinein, ut opera retur eum, auf das er ihn bebaute, woraus er hält, dass der Mensch nicht zur Ruhe geschaffen ist.« »Lasst uns arbeiten, ohne zu vernünfteln,« sprach Martin, »das ist das einzige Mittel, sich das Leben erträglich zu machen.« Die ganze kleine Gesellschaft unterstützte dies löbliche Vorhaben. Jeder ließ es sich angelegen sein, seine Talente auszubilden und zu üben. Das kleine Gut trug viel ein. Kunigunde war zwar sehr häßlich, aber sie wurde eine treffliche Pastetenbäckerin. Pakette legte sich aufs Sticken und Nähen, und die Alte besorgte die Wäsche. Selbst Frau Leukoyo bestrebte sich, kein unnützes Glied der Gesellschaft zu bleiben. Er wurde ein sehr guter Tischler, ja, sogar ein rechtschaffener Mann. Und Pangloss sagte manchmal zu Kandid, »alle Begebenheiten in dieser besten aller möglichen Welten stehen in notwendiger Verkettung miteinander.« Denn wären sie nicht wegen Fräulein Kunigundens schöner Augen mit derben Fußtritten aus dem Schönsten aller Schlösser gejagt, wären sie nicht von der Inquisition eingekerkert worden, hätten sie nicht Amerika zu Fuße durchwandert, dem Freiherrn nicht einen tüchtigen Stoß mit dem Degen versetzt, nicht alle ihre Lamas aus dem guten Lande Eldorado eingebüßt, so würden sie hier jetzt nicht eingemachte Zitronenschale und Pistazien essen. »Gut gesagt«, antwortete Kandid, »aber wir müssen unseren Garten bestellen.« Ende von Kapitel 30 Ende von Kandid oder die Besten Ende von Kandid oder die Besten Vielen Dank. 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 Vielen Dank.